Die Frau am Ende des Bahnsteigs trug einen roten Hut und sah aus wie Tante Inge. Nur dass die nie hüte und nur im äußersten Notfall ihr Gepäck tragen würde. Christine knifft die Augen zusammen, um sie besser sehen zu können. Die Ähnlichkeit war wirklich verblüffend. Aber es konnte nicht sein, schließlich stand sie hier in Westerland. Christine verlor die Frau aus dem Blick und konzentrierte sich auf die Zugtüren. In einer von ihnen würde er auftauchen. Johann, der wunderbarste Mann überhaupt. Sie hatten sich in letzter Zeit viel zu selten gesehen. Aber heute war der erste Tag ihres gemeinsamen Urlaubs. Zwei Wochen Sylt im Mai. Es war einfach grandios. Endlich sah sie ihn. Er stieg aus einem der hinteren Wagen. Christine hatte ihn fast erreicht, als sie sah, dass sich der Menschenstrom um ein Hindernis teilte. Mitten auf dem Bahnsteig stand ein vollbeladener Gepäckwagen. Die Frau mit dem roten Hut saß darauf und ignorierte die Flüche derjenigen, die plötzlich ausweichen mussten oder gleich dagegen gerannt waren. Sie lächelte einfach alles weg. Johann rieb sich schmerzverzerrter Schienbein. Christine hatte nur Augen für ihn, kam endlich bei ihm an, fasste nach seiner Schulter, er drehte sich um, sie sah sein Lächeln, fühlte plötzlich seine Hände und Arme, roch sein Rasierwasser und schloss die Augen beim Kuss. Die Welt versank. Das Leben war großartig. Bis sich jemand hinter ihr räusperte und bis eine Stimme, die wie Tante Inge klang, sagte, Na, ist das dein neuer Freund? Christine zuckte zusammen und sah die Frau auf dem Gepäckwagen an. Es war Tante Inge. Nur mit Hut und ohne Onkel Walter. Aber bestens gelaunt und mit sehr viel Gepäck. Sie legte den Kopf schief und musterte den verblüfften Johann. Sehen Sie, man sollte immer so freundlich wie möglich pöbeln. Man weiß nie, wen man vor sich hat. Ich bin Christines Patentante. Seid ihr nicht etwas zu alt, um hier öffentlich zu knutschen? Naja, müsst ihr wissen. Habt ihr eine Ahnung, wie man dieses Monstrum von Gepäckwagen in Bewegung setzt? Johann reagierte endlich. Sie müssen diesen Griff drücken, sonst bremst er. Ich habe auch nicht gepöbelt, das war ein Schmerzensschrei. Kommen Sie, ich schiebe den Wagen. Wo wollen Sie denn hin? Christine starrte ihre Tante noch immer an. Sie war dünner geworden, trug einen engen Rock, eine helle Bluse und einen vermutlich teuren Mantel. Die Handtasche passte zum Hut. Inge wirkte irgendwie verändert. Was machst du denn hier? Papa hat gar nicht erzählt, dass du kommst. Sonst hätten wir uns doch gar nicht in der Dachwohnung einquartiert. Das ist viel zu eng, zu dritt. Und wo ist Onkel Walter? Reg dich nicht auf. Ich schlafe nicht bei euch in der Ritze. Ich habe mir bei Petra eine Ferienwohnung gemietet. Mein Bruder weiß gar nicht, dass ich komme. Und Onkel Walter ist zu Hause. Wo sonst? Ich habe aber nicht die geringste Lust, über ihn zu sprechen. Ich denke, es ist an der Zeit, mein Leben zu verändern. Und jetzt kommt. Ihr könnt mich zu Petra fahren. Diese Taxipreise finde ich sowieso übertrieben. Sie rückte den ungewohnten Hut zurecht. Sie hatte ihn viel zu tief ins Gesicht gezogen und ging mit schnellen Schritten zum Ausgang. Christine sah ihr mit offenem Mund hinterher, während Johann seine Reisetasche schulterte und sich mit dem voll beladenen Gepäckwagen in Bewegung setzte. Sie hatte Tante Inge vor einem knappen Jahr das letzte Mal gesehen. Bei einem Familienfest in Dortmund, als Onkel Walter seinen 65. Geburtstag gefeiert hatte. Das Lokal hieß Eichenhof, es gab gemischten Braten mit Gemüseplatte und Kroketten, hinterher Schnaps und alles war in Ordnung. Bis auf die Tatsache, dass Tante Inge in ihrer Rede sagte, dass sie Walters Rentnerdasein in die Gefahr bringen würde, ihn irgendwann einmal auf dem Sofa zu erschlagen. Es sei denn, er suche sich endlich ein vernünftiges Hobby und damit wäre nicht die Bundesliga und seine Kegelrunde gemeint, das reiche ihr nicht aus. Onkel Walter guckte zwar etwas beleidigt, doch keiner hatte es ernst genommen. Tante Inge war noch nie diplomatisch gewesen. Christine hatte für einen kurzen Moment das Bild des erschlagenen Walters auf dem blutgetränkten Sofa vor Augen, zwang sich aber sofort, es wegzublinzeln. Während der Autofahrt drehte sich Inge um und musterte Johann nachdenklich. Dann lächelte sie freundlich. Sie sind also Johann. Wohnen Sie noch in Bremen oder haben Sie sich schon bei Christine eingenistet? Johann suchte Christines Blick im Rückspiegel. Sie nickte ihm beruhigend zu. Ich wohne in Bremen. Ich habe da meinen Job. Es war nie die Rede davon, mich bei Christine einzunisten. Dann ist ja gut. Christine hat da nämlich ein Händchen für. Sie sucht sich gern Männer aus, die sie durchbringen muss. Tante Inge! Komm, du bist schon mal geschieden. Und jetzt kannst du dein Geld auch allein ausgeben. Das geht überhaupt nicht gegen Sie, Johann. Verstehen Sie das bloß nicht falsch? Sie sind mir ja ganz sympathisch. Mein Bruder und meine Schwägerin mögen Sie ja anscheinend auch. Ich halte nur nichts davon, sich in so jungen Jahren zu binden. Wer weiß, was noch alles passiert. Johann antwortete sehr höflich. Ich bin 48 und Christine ist zwei Jahre jünger. So jung sind die Jahre ja nun auch nicht mehr. Stimmt, ich vergesse das immer. Meine Güte, Christine, 46 bist du schon? Sie hielten vor einem Reetdachhaus mit blauen Gauben. Auf dem Schild stand uns Tohus. Inge öffnete die Autotür, bevor Christine den Motor abgestellt hatte. Danke fürs Herbringen. Johann, tragen Sie mir bitte das Gepäck rein? Christine, du kannst im Wagen sitzen bleiben. Du parkst so blöd. Ich komme später bei euch vorbei. Bis dann. Tante Inge eilte mit schnellen Schritten zur Eingangstür, während Johann im gebührenden Abstand mit ihrem vielen Gepäck folgte. Sein Gesichtsausdruck war unergründlich. Gründlich. Christine hatte Johann unter etwas schwierigen Umständen kennengelernt. Im letzten Sommer hatte sie ihren Vater mit nach Norderney nehmen müssen, wo sie einer Freundin bei der Renovierung einer Kneipe helfen wollte. Sie konnte sich nicht wehren, ihre Mutter bekam ein neues Knie und hatte einfach beschlossen, dass Töchter dafür da sind, sich im Notfall um ihre Väter zu kümmern. Auf der Insel angekommen, vergaß Heinz leider, dass Christine 45 war und verfiel in alte Muster. Anfangs behielt Christine noch die Nerven, aber als Heinz begann, die vorsichtige Annäherung zwischen seiner Tochter und dem Pensionsgast Johann zu torpedieren, nur weil der seiner Meinung nach tückische Augen hatte, reichte es ihr. Heinz leider nicht. Er steigerte sich in die Vorstellung hinein, Johann wäre ein Heiratsschwindler und setzte, angefeuert von seinem Jugendfreund Kalli und einem ziemlich durchgeknallten Inselreporter, alles daran, ihn auffliegen zu lassen. Es gab erhebliche Komplikationen. Inzwischen hatte sich alles geklärt, aber Christine befürchtete, Johanns Meinung über ihren Vater sei durch die Nordernaier-Eskapaten maßgeblich beeinflusst. Der zweiwöchige Urlaub im Haus ihrer Eltern sollte Johann davon überzeugen, dass sie aus einer durchaus zivilisierten, eigentlich reizenden und vor allen Dingen völlig normalen Familie stammte und dass das Verhalten von Heinz ein Ausrutscher gewesen war. Dass Tante Inge nun plötzlich auftauchte, war dabei nicht eben hilfreich. Heinz schoss sofort aus der Haustür, als das Auto auf der Auffahrt hielt. Christine, du stehst mit den Vorderreifen auf der Rasenkante, du machst sie ganz platt, setz mal ein Stück zurück. Hallo Papa, schön dich zu sehen, danke, wir hatten eine gute Fahrt und ja, ja, aber fahr ein Stück zurück, ich gucke sonst den ganzen Sommer lang auf gelben Rasen. Johann hustete und Christine legte den Rückwärtsgang ein. Als sie die richtige Parkposition hatte, riss ihr Vater die Beifahrertür auf und zerrte Johann beim Händeschütteln regelrecht aus dem Auto. Mensch, Johann, das ist ja nett, dich wiederzusehen. Geht es dir gut? Siehst auch gut aus, ja. Sieh dich um, das ist jetzt Sylt. Was ganz anderes als Norderney, aber es wird dir garantiert gefallen. Dann kommt mal rein. Wo bleibt meine Frau denn? Ach da, Charlotte, die Kinder sind da. Er umrundete das Auto, um seine Tochter in den Arm zu nehmen, nicht ohne einen prüfenden Blick auf die Vorderreifen zu werfen. Komm her, Kind, das ist ja schön, du warst so lange nicht zu Hause. Über seine Schulter beobachtete Christine Johann, der sich den Unterarm rieb und von ihrer Mutter herzlich begrüßt wurde. Heinz hob Christines Kinn mit dem Zeigefinger und sah sie abschätzend an. Und? Bist du glücklich? Ist er nett zu dir? Wenigstens hatte er leise gesprochen. Ja, Papa, alles wunderbar. Du, wir wollen aber... Ach, ist egal. Ich freue mich auch auf die Tage hier. Johann muss sich mal erholen. Er hatte viel Stress. Er braucht einfach nur Ruhe und Frieden, okay? Ihr Vater breitete seine Arme aus. Das kann er haben. Wieso sagst du das so komisch? Ihr könnt es euch doch schön machen. Ihr habt da oben eure Ruhe. Ihr seid dort ganz allein. Ich weiß, Papa. Wir können ja auch mal zusammen essen gehen. Mal einen Abend oder so. Wieso? Mama kocht doch sowieso. Der könnte doch auch immer mit uns essen. Papa, ich sagte gerade, mal einen Abend oder so. Nicht jeden Tag. Wir wollen euch auch nicht stören. Das sehen wir dann. So, dann kommt. Mama hat Suppe gekocht. Und hinterher gibt's Kaffee und Butterkuchen. Nach dem Kaffee trinken musste Johann telefonieren. Heinz ging in den Garten und Christine half ihrer Mutter beim Abwaschen. Sie hatten das gute Geschirr genommen. Das durfte nicht in die Schwimmaschine. Und? Charlotte polierte die Kaffeelöffel. Wie geht es dir? Ich meine, so mit Johann und der Liebe? Christine hatte überlegt, wann der richtige Zeitpunkt wäre, ihr von der Begegnung am Bahnhof zu erzählen. Gut, weißt du, dass Tante Inge auf Sylt ist? Alles war besser als ein Mutter-Tochter-Gespräch über Christines Liebesleben. Unsinn. Tante Inge ist zur Kur. Zum Fasten in Bad Oeynhausen. Das macht sie doch jedes Jahr. Wir haben sie vorhin am Bahnhof getroffen. Sie trug einen roten Hut und hatte jede Menge Gepäck dabei. Sie sah irgendwie anders aus. Du hast sie verwechselt. Papa hat heute Morgen mit Onkel Walter telefoniert. Wegen der Steuer. Er hätte sicher was gesagt. Wir haben aber mit ihr gesprochen und sie zu Petra gefahren. Charlotte ließ ihr Geschirrhandtuch sinken. Wieso zu Petra? Was will Inge da? Sie wohnt doch immer bei uns. Wir sind doch hier. Das wusste sie vielleicht. Woher denn? Walter hat gesagt, dass sie noch zur Kur ist. Er hätte doch wissen müssen, dass sie nach Sylt fährt. Vielleicht hat er einfach was durcheinandergebracht. Komisch. Er wird doch hoffentlich nicht senil? Christine warf den letzten Löffel in die Schublade und hängte das Handtuch weg. Sie kommt später vorbei. Dann kannst du sie selbst fragen. Das stimmt irgendwas nicht. Das finde ich sehr merkwürdig. Hoffentlich ist da nichts passiert. In diesem Moment kam Johann die Treppe runter. Es war einfach perfekt, dachte Christine. Sie hatte mit diesem wunderbaren Mann zwei Wochen Urlaub. Sie beide. Ganz alleine. Bei dem Gedanken daran bekam sie weiche Knie und ein rotes Gesicht. Als er vor ihr stand, küsste sie ihn und flüsterte. Komm, ich zeige dir den Strand. Lass uns fahren. Wenn sie gewusst hätte, was noch alles auf sie zukommen sollte, wäre sie mit ihm zwei Wochen am Strand geblieben. Egal, wie das Wetter werden würde. Liebe Renate, du glaubst nicht, was ich getan habe. Du hattest ja so recht. Walter hat sich während meiner Kur natürlich überhaupt nicht verändert. Von wegen, er versteht mich. Er hätte sich schließlich vier Wochen selbst versorgt und alles allein geregelt. Montag, Mittwoch und Freitag hat er bei den Nachbarn rechts von uns gegessen. Dienstag und Donnerstag bei Pias Schulfreundin Jutta. Und am Wochenende hat er sich im Fußballstadion eine Wurst gekauft. Dafür macht er jetzt alle Steuererklärungen umsonst und kommt gar nicht mehr von der Rechenmaschine weg. Und das als Rentner. Der Gipfel passierte dann am letzten Donnerstag. Da kam er an und sagte, ich wollte doch immer mal zu Lesungen oder ins Theater. Er hätte jetzt Karten besorgt für einen sehr interessanten Vortrag. Ich sollte mich schick machen. Er würde mich hinterher noch zu einem Drink, das hat er wirklich gesagt, Drink ausführen. Das passte mir gut. Ich wollte ja unbedingt etwas Wichtiges mit ihm besprechen. Und da schien eine sehr gute Gelegenheit. Um was es dabei genau geht, werde ich dir in aller Ruhe erzählen. Das lässt sich schlecht schreiben. Aber zurück zu diesem Abend. Renate, ich schwöre dir, wenn nicht so viele Zeugen im Raum gewesen wären, ich hätte ihn umgebracht. Wir waren nämlich bei der AOK. Bei einem Vortrag über Diabetes. Walter sagte, er hätte immer so einen stechenden Durst. Garantiert würde er an Altersdiabetes leiden. Ich sollte mal genau zuhören. Er wäre sich da ganz sicher. Anschließend gab es belegte Brötchen. Da hat sich mein Diabetiker viermal welche mit Hering-Salat geholt. Er mochte nämlich mein Abendessen nicht. Ich hatte diesen tollen Salat mit Avocados und Sprossen gemacht. Das war ja klar. Ich stehe zwei Stunden in der Küche und probiere was Neues. Und der Herr haust sich anschließend Hering-Salat-Brötchen rein. Und dann der Drink. Zwei Pilze in Jürgens Eckkneipe. Der hat nämlich Sky-Fernsehen und da gab es irgendeine Zusammenfassung vom englischen Fußball. Ich war vielleicht sauer. Das war aber egal, weil Walter das gar nicht mitbekommen hat. Am nächsten Morgen habe ich nicht mit ihm geredet. Das hat er, glaube ich, auch nicht gemerkt. Dafür ist er zum Arzt gegangen. Er hätte immer so schwere Beine und sein Freund Günther hatte eine Thrombose. Naja, er ist Privatpatient. Deswegen bleibt unser Hausarzt wohl so freundlich. Als Walter zurückkam, hat er nur von Günther und seiner Thrombose erzählt und dass der Arzt sich irren muss. Er hat natürlich nichts gefunden. Ich habe geantwortet, dass die schweren Beine ja vielleicht auch von seinem Altersdiabetes kommen könnten. Da war er ganz begeistert. Er will nun einen Zuckertest machen lassen. Und da platzte mir der Kragen. Ich habe ihm gesagt, dass ich so nicht weiterleben will und dass ich eine Zeit lang verreisen werde, um über alles nachzudenken. Und weißt du, was er geantwortet hat? Aber Inge, Zucker ist doch keine Geisteskrankheit. So schlimm ist es doch gar nicht. Ich habe ihm gesagt, er wäre bereits geisteskrank und habe meine Koffer gepackt. Und weil ich keine Lust habe, diese privaten Dinge mit meinem Bruder Heinz zu besprechen, also vom Regen in die Traufe zu kommen, habe ich mir auf Sylt bei Petra, der Tochter einer alten Freundin, für die nächsten Wochen eine Ferienwohnung gemietet. Ich bekomme einen Sonderpreis. So, meine Liebe, ich sehe dich lachen. Ich bin richtig froh, dass wir uns in der Kur getroffen haben und du mir die Augen geöffnet hast. Wie ich dir geschworen habe, ich sitze nicht die nächsten 20 Jahre neben Walter auf dem Sofa, kucke Sportschau und Volksmusik und esse Leberwurstschnittchen mit Gürkchen. Ich nicht. Stattdessen spaziere ich jetzt in die Sturmhaube und bestelle mir ein kleines, feines Mittagessen. Das brauche ich auch, bevor ich zu meinem Bruder und meiner Schwägerin fahre. Übrigens habe ich meine Patentochter Christine hier getroffen. Sie hat einen neuen Freund. Beide Mitte 40 und knutschen auf dem Bahnsteig. Man muss sich wundern. Jetzt fängt die wieder mit dem Blödsinn an. Sie war doch so glücklich geschieden. Also, liebe Renate, ich halte dich auf dem Laufenden. Mit fröhlichen Grüßen, deine Inge. PS. Ach ja, ich habe auf der Fahrt den Hut getragen, den du mir geschenkt hast. Der soll mir Glück bringen. Inge überflog den Brief ein letztes Mal, bevor sie ihn faltete und in den adressierten Umschlag schob. Renate. Sie waren Zimmernachbarinnen im Kurhotel in Bad Oeynhausen gewesen. Renate war stattlich. Zumindest war das der Ausdruck, der Inge als erstes eingefallen war, als sie sich vorgestellt hatte. Sie war groß. Mindestens 1,80 Meter. Sehr weiblich. 80 Kilo großer Busen. Rothaarig. Sicherlich gefärbt. Guter Friseur. Hatte ihre langen Haare kunstvoll hochgesteckt. Sehr unordentlich, war aber beabsichtigt. Trug ein dunkelrotes Kleid mit silbernen Applikationen. Mehr ein überdimensionaler Kaftan. Und glitzerte in der Sonne. Indianerschmuck. Ich bin Renate von Graf, aber sagen Sie ruhig, Renate, zu mir. Ich komme auch jedes Jahr hierher. Ein bisschen Yoga, ein bisschen Sauna. Was Frau halt so macht, um die Seele zum Klingen zu bringen. Im Einklang mit Geist und Körper, um der Welt und den Männern zu trotzen. Trotzen? Den Männern? Ich sehe schon. Sie haben auch ihr Päckchen zu tragen. Meine Liebe, ich glaube, das ist kein Zufall, dass wir uns hier getroffen haben. Ich spüre eine gewisse Seelenverwandtschaft. Wir beide werden in den nächsten Wochen viel Spaß haben. Jetzt packen Sie erstmal in Ruhe aus und wenn Sie fertig sind, klopfen Sie einfach an meine Tür und wir trinken ein kleines Begrüßungsschluckchen. Das Schluckchen hatte aus einer ganzen Flasche Sekt bestanden. Inge war beeindruckt gewesen, in welcher Geschwindigkeit ihre neue Freundin reden und schlucken konnte. Sie war zehn Jahre jünger als Inge, sie hatte keine Kinder und war geschiedene Zahnarztgattin. Wissen Sie, ich habe zwei Tage pro Woche in Werners Praxis den Empfang gemacht, habe das Haus und den Garten im Schuss gehalten, habe seine Goldfreunde bekocht, unsere Urlauber organisiert und was ist der Dank? Werner geht mit unserer Sprechstundenhilfe ins Bett. Inge hatte mitleidig Renates Hand genommen. Das ist ja schrecklich. Und wie sind Sie damit fertig geworden? Ich habe das Auto und das Haus bekommen und der Herr Doktor zahlt ordentlich. Das soll er auch tun. Schließlich ist alles seine Schuld. Tja, der blutet, der Junge. Zufrieden hatte sie gelächelt und sich Sekt nachgeschenkt. Entschlossen klebte Inge den Briefumschlag zu und steckte das Kuvert in ihre Handtasche. Statt sich in Erinnerungen zu verlieren, sollte sie sich jetzt mal umziehen, um in die Sturmhaube zu marschieren. Die Kleinigkeiten, die es da zu essen gab, kosteten bestimmt einiges mehr als Currywurst mit Pommes in Jürgens Eckkneipe. Walter würde einen Anfall kriegen. Leider würde er das nicht mitbekommen. Sie könnte es aber ihrem Bruder Heinz erzählen. Die regte sich auch immer gern über solche Dinge auf. Johann und Christine bürsteten sich auf der Haustreppe gerade den Sand von den Füßen, als das Taxi vor der Auffahrt hielt. Heinz stand hinter ihnen und beugte sich nach vorn. Tatsächlich, Inge. Was hat sie denn da auf dem Kopf? Ein Hut, Heinz. Charlotte ging dem Taxi entgegen. Nun komm. Ein Hut? Wozu das denn? Ist sie jetzt vornehmen oder was? Angestrengt verbiss sich Johann das Lachen. Christine schließ ihn an. Los, beweise ihr, dass du nicht mein Geld willst. Sei charmant. Ich werde mich bemühen. Er küsste ihren Nacken, was ihnen einen belustigten Blick von Tante Inge einbrachte, und lief mit großen Schritten zum Taxi, wo er seine Geldbörse aus der Jeans zog, um zu bezahlen. Tante Inge nickte ihrer Nichte zufrieden zu. Gar nicht so schlecht, dein junger Mann, Tante Inge. Hüte dich vor kleinlichen Männern. Ich kann ein Lied davon singen. Gehen wir in den Garten? Am besten kommt ihr gleich mit. Dann muss ich die Geschichte nicht dreimal erzählen. Sie ging schwungvoll voraus. Die anderen folgten dem roten Hut. Sie warteten in aller Ruhe ab, bis Tante Inge auf dem dritten Gartenstuhl, den sie ausprobierte, sitzen blieb. So, hier ist es gut. Ab einem bestimmten Alter sollte man vorsichtig mit der Sonne sein, Charlotte, Christine, zur Strafe kriegt man Falten. Mit geschlossenen Augen ließ Christine sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Ach, Tante Inge, wenn wir mehr als drei Tage schönes Wetter haben, leihe ich mir deine teure Creme. Heinz bat Johann, ihm beim Getränkeholen zu helfen. Kaum waren die beiden weg, beugte sich Christine zu Inge. So, Tante Inge, jetzt erzähl mal, was ist mit Onkel Walter? Also, sie wurde von ihrer Schwägerin unterbrochen. Willst du nicht warten, bis Heinz wieder da ist? Sonst musst du es ja doppelt erzählen. Ach, Heinz, ich kann mir schon denken, wie der reagiert. Männer sind doch alle gleich. Er kriegt die Kurzversion. Also, ich war doch in Bad Oeynhausen zur Kur. Und da habe ich eine sehr kluge Frau kennengelernt. Renate. Sie hat mir die Augen geöffnet. Ich bin nämlich in den besten Jahren, was man von Walter nicht behaupten kann. Ständig hat er eine neue Krankheit. Mal ist er kurz vor einem Herzinfarkt. Dann hat er das Gefühl, seine Niere arbeitet nicht mehr. Im Moment sind Diabetes und Thrombose seine Favoriten. Er ist unerträglich. Außer, er macht für irgendeinen seiner Freunde die Steuern. Dann ist er kerngesund. Aber wie es in mir aussieht, das interessiert ihn überhaupt nicht. Andere Frauen werden zum Essen ausgeführt, machen Reisen, gehen in Konzerte, bekommen Blumen und Aufmerksamkeiten. Nur ich sitze neben Walter auf dem Sofa, höre mir seine neuesten Krankengeschichten an, schmiere Schnittchen und gucke Bundesliga und Tagesschau. Es reicht. Es ist so langweilig. Ich will meine besten Jahre nicht verplempern. Deshalb habe ich beschlossen, mein Leben zu verändern. Charlotte ignorierte den stolzen Ton, in dem Tante Inge den letzten Satz gesagt hatte. Du bist ja verrückt. Total verrückt. War das die Idee von dieser Renate? Was heißt hier diese Renate? Sie ist eine sehr gute Freundin von mir. Sehr lebenserfahren und klug. Sie war fassungslos, dass ich mich mit so wenig zufrieden gebe. Sie hat gesagt, ich hätte ja wohl etwas ganz anderes verdient. Charlotte schnaubte, aber Christine kam ihr zuvor. Und was willst du verändern? Also ich meine, suchst du dir jetzt einen Liebhaber? Oder machst du mit Renate eine WG auf? Oder gehst du auf eine Weltumsegelung? Was hast du vor? Tante Inge lächelte vergnügt. Vielleicht von allem ein bisschen. Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Da kommen die Jungs zurück. Deine Schwester ist verrückt geworden. Charlotte griff nach einer Bierflasche und hebelte den Kronkorken weg. Sie will sich verändern. Heinz zog eine Augenbraue hoch. Wie verändern? Inge ist 64. Bist du für sowas nicht ein bisschen zu alt? Und was sagt Walter dazu? Inge musterte stirnrunzelnd ihre Schwägerin. Charlotte, nimm dir doch ein Glas. Du bist doch kein Bauarbeiter. Walter? Der hat das noch nicht begriffen. Aber das wird er schon noch. Jedenfalls bleibe ich erstmal eine Zeit lang bei Petra. Aber du willst ihn nicht verlassen, oder? fragte Heinz beunruhigt. Johann zuliebe beschloss Christine, die Wogen etwas zu glätten. Papa, lass doch. Sie macht jetzt erstmal Ferien. Aber sie ist mit Walter verheiratet. Inge, ihr habt doch in fünf Jahren goldene Hochzeit. Das wollen wir doch feiern. Heinz, ich will mein Leben ändern. Mir langt es. Ich bin zu jung, um in unserem Reihenhaus zu versauern. Und ich habe auch nicht mehr alle Zeit der Welt. Johann wandte sich in seinem Stuhl. Christine bekam ein schlechtes Gewissen und stand auf. Tante Inge, du bist nachher doch bestimmt noch hier. Wir gehen mal eine Runde spazieren. Keiner beachtete sie. Stattdessen beugte sich ihre Mutter vor und sagte, zu jung, um im Reihenhaus zu versauern? Sag mal, was hast du denn in der Kur für Anwendungen gehabt? Und was sagt Pia zu dem Blödsinn? Was hat denn meine Tochter damit zu tun? Die hat ja wohl ihr eigenes Leben in Berlin. Das störe ich doch nicht. Und du hast doch nur Angst, dass Veränderungen anstecken. Wie bitte? Jetzt wurde Charlotte sauer und bekam frostige Augen. Heinz guckte hilflos von einer zur anderen. Christine legte ihrer Mutter die Hand auf die Schulter und guckte Tante Inge an. Kein Streit bitte. Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. An Johanns Gesicht und dem zufriedenen Nicken von Heinz merkte sie, dass sie den schwachsinnigsten Satz des Tages gesagt hatte. Am nächsten Tag stieg Christine über die Treppen zum Strandaufgang, zeigte kurz ihre Kurkarte und lief der Badezeit entgegen. Ein Lokal, das an der Westerländer Promenade lag. Sie hatte sich mit Luise verabredet, einer Freundin, die gerade für zwei Tage auf Sylt war. Luise war noch nicht da. Christine setzte sich auf die Terrasse, von wo aus sie den Strand und gleichzeitig jeden ankommenden Gast im Blick hatte. Eine unglaublich hübsche Kellnerin kam an den Tisch. Sie sah aus wie ein Model, hatte ihre langen Haare hochgesteckt und lächelte. Sie trug ein Namensschild. Annika. Auch noch ein schöner Name. Bevor Christine etwas bestellen konnte, klingelte jedoch ihr Handy. Luise. Hallo, ich habe die Zeit vertrödelt. Ich beeile mich. Bis gleich. Annika sah sie an. Wollen Sie mit dem Bestellen noch warten? Äh, nein. Ich möchte einen Milchkaffee und ein Wasser. Danke. Versonnen starrte Christine ihr nach. Wieso waren manche Menschen nur so schön, hatten so eine Figur und einen solchen Gang? Drei Minuten später kam Annika mit der Bestellung und einer Zeitung zurück. Die Syltorundschau von heute, falls Ihnen das Warten langweilig wird. Nett war sie auch noch. Während Christine ihren Kaffee trank, las sie die Schlagzeilen und hob zwischendurch immer mal wieder den Blick, um Luise nicht zu verpassen. Und plötzlich entdeckte sie auf der Promenade Tante Inge, die einen roten Hosenanzug trug und auf die Badezeit zusteuerte. Christine hatte sich schon halb erhoben, um sie zu rufen, als Inge auf einmal stehen blieb und sich umdrehte. Offensichtlich wartete sie auf jemanden. Vermutlich hatte sie Heinz im Gefolge, der mit seinen kurzen Beinen nicht hinterherkam. Christine beugte sich über das Geländer. Doch es war nicht ihr Vater, der Inge folgte. Es war noch nicht mal jemand, den Christine kannte. Tante Inge lächelte den Mann entrückt an, der ihr den Vortritt an der Treppe ließ und ihr dann mit lässigem Gang folgte. Grommeliertes Haar, sportliche Figur, teurer Anzug und höchstens Anfang 50. Also locker zehn Jahre jünger als Tante Inge. Sie betraten zusammen das Lokal. Tante Inge hat ihre Nichte anscheinend nicht entdeckt. Christine knifft die Augen zusammen. Wen observierst du gerade? Fast hätte Christine das Gleichgewicht verloren. Im letzten Moment knallte der Stuhl auf alle vier Beine zurück. Oh, nichts. Hallo Luise, da bist du ja endlich. Luise folgte ihrem Blick. Der Typ da? Der grommeliert ja im Anzug? Nicht unflott, aber ich denke, du bist nicht mehr auf der Suche. Apropos, wo ist dein Wundermann eigentlich? Er joggt, aber er kommt zum Essen nach. Luise hatte sich hingesetzt. Und? Wie geht es dir? Sehr gut. Was ist denn jetzt mit dem Mann da drin? Kennst du ihn? Wie alt schätzt du ihn? Keine Ahnung. Vielleicht so um die 50. Wieso? Er sitzt da mit meiner Tante. Jetzt drehte sich Luise wieder um. Echt? Das ist deine Tante? Lass uns hingehen und guten Tag sagen. Bist du verrückt? Bleib hier. Ich glaube nicht, dass es meiner Tante recht wäre, wenn wir da jetzt aufkreuzen. Sie hat der Familie gerade eröffnet, dass sie ihr Leben verändern will. Ohne nähere Angabe von Gründen. Aber ich habe es gerade begriffen. So wie es aussieht, sitzt da der Grund. Ich glaube es einfach nicht. Mir wird ganz schlecht. Wieso? Der wirkt doch ganz sympathisch. Luise, meine Tante ist 64, nicht 14. Na dann gerade. Da darf man doch keine Zeit mehr vergeuden. Die nächste halbe Stunde verbrachte Christine damit, Luises Schilderungen ihres letzten Urlaubs in Andalusien zu folgen und gleichzeitig herauszufinden, wie innig Tante Inge mit dem graumelierten Anzugtyp wirklich war. Immer wieder kam ihr das Bild von Onkel Walter in den Sinn, der in seinem Lieblingstrainingsanzug mit dem Emblem von Borussia Dortmund Rasen mähte. Man musste es zugeben, er schnitt im Vergleich leider schlechter ab. Obwohl er noch ganz fit war und irgendwie auch attraktiv, wenn man seinen Typ mochte, diesen Onkel Walter-Typ eben. Und was sagen deine Eltern nun zu ihm? Irritiert starrte Christine Luise an. Sie hatte gar nicht mitbekommen, dass sie nach den Geschichten aus Andalusien schon wieder bei Tante Inge angekommen war. Die wissen doch noch gar nichts von ihm. Ich habe die beiden noch gerade eben erst entdeckt. Ich rede von Johann. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, sicher. Also, meine Eltern haben ihn ja schon auf Norderney kennengelernt. Mein Vater fand ihn erst, wie soll ich sagen, etwas eigenartig. Aber das hat sich dann alles schnell gegeben. Eigenartig ist gut. Johann Stimme ließ beide zusammenzucken. Sie hatten überhaupt nicht gemerkt, dass er an den Tisch getreten war. Unbekümmert gab er Luise die Hand und setzte sich neben Christine. Heinz fand, ich hätte türkische Augen und hat mich eine Woche lang mit zwei anderen Rentnern und einem wahnsinnigen Inselreporter verfolgt. Sie hielt mich für einen Heiratsschwindler. Luise schüttelte verblüfft den Kopf. Das ist ein Witz, oder? Christine winkte lässig ab, achtete dabei aber darauf, ihre Deckung nicht zu verlieren. Mein Vater hatte sich dann eine fixe Idee verrannt. Das war aber nicht so schlimm. Naja, normal war das nicht. Wieso zappelst du eigentlich so, Christine? Christines Tante sitzt da drin, im Restaurant, vermutlich mit ihrem neuen Liebhaber, erklärte Luise an ihrer Stelle. War es Christines Einbildung oder stöhnte Johann auf. In diesem Moment trat Inge auch schon aus der Tür, die der Unbekannte ihr aufgehalten hatte. Bevor sie nebeneinander die Treppe hinunterstiegen, drehte Tante Inge sich kurz um, winkte gut gelaunt und rief, Hallo Christine, viel Spaß noch. Christines Gesicht fühlte sich plötzlich ganz heiß an und sie hörte Johann sagen, sie hat dich die ganze Zeit gesehen. Irgendwie klang er schadenfroh. Der Abend mit Luise war lustig und lang gewesen, deshalb bekam Christine erst um elf Uhr die Augen auf. Johann hatte schon geduscht, saß am Bettrand und strich ihr die Haare aus dem Gesicht. Ich dachte schon, ich müsste dich reanimieren. Er sah richtig gut aus, schön und wach. Sie kam da mit Sicherheit nicht mit. Trotzdem wurde sie geküsst. Guten Morgen. Sie lehnte sich an ihn. Warst du schon unten? Er zauberte eine Tasse hervor. Ja, ich habe dir Kaffee geholt. Hier, ist heiß. Sind meine Eltern da? Dein Vater ist nach Kampen gefahren und deine Mutter vergiftet im Garten Ameisen. Dann ist sie sauer. Sie tötet nur, wenn sie sich geärgert hat. Heinz ist zu dieser Petra nach Kampen gefahren. Er will hören, was seine Tante da so macht. Hm. Dann geht Mama auch gleich noch mit Schneckenkorn ins Beet. Wir sollten die Räder nehmen und den ganzen Tag lang über die Insel fahren. Wir setzen uns Sonnenbrillen und Mützen auf und beschleunigen, wenn wir jemanden treffen, der mit mir verwandt ist. Hervorragende Idee. Dann los. Geh duschen. Ich frage deine Mutter, wo die Räder stehen. Im Schuppen. Aber frage sie ruhig und nimm kein Bonbon von ihr. Ich beeile mich. Inge hatte gerade einen Brief an Renate beendet, als Annika an ihren Tisch trat. Entschuldigung, darf ich bei Ihnen kassieren? Ich habe gleich Feierabend. Sie lächelte dabei so hinreißend, dass Inge regelrecht dankbar war, bereits 64 zu sein und nicht in Konkurrenz zu diesem schönen Wesen treten zu müssen. Oh sicher, antwortete sie. Dann erst fiel ihr der kleine Junge auf, der plötzlich neben Annika stand und Inge mit großen Augen ansah. Ist das ihr Sohn, Annika? Ja. Er war genauso hübsch wie seine Mutter. Inge wandte sich zu ihm. Wie heißt du denn? Till. Und wie alt bist du? Acht. Mhm. Und wo wohnst du? Till kletterte auf den Stuhl. Gleich hier um die Ecke. Aber wir müssen bald umziehen, sagt Mama. Und dann muss ich mit dem Zug zum Handballtraining fahren. Das ist ganz doof. Wie heißt du? Du hast eine schöne Kette. Ich heiße Inge. Holst du deine Mama ab? Mach ich immer, wenn Mama nur bis Mittag arbeitet. Sonst gehe ich zu Oma Hansen nach nebenan. Hast du Durst? Möchtest du etwas trinken? Till sah unsicher erst Inge an, dann hinüber zu seiner Mutter. Ich weiß nicht. Ich soll nicht. Ach was. Annika, darf ich ihren Sohn zu einer Cola oder so einladen? Bis sie fertig sind, kann er mir doch ein bisschen Gesellschaft leisten. Meine Kollegin kommt später. Es dauert also noch ein bisschen. Also, wenn er sie nicht stört? Im Gegenteil. Eine halbe Stunde später kannte Inge den Namen von Tills Klassenlehrerin, den seines besten Freundes und seines Kaninchens, seine Lieblingsfächer und wusste, dass er beim TSV Westerland Handball spielte. Inzwischen hatte Annika ihre Schürze mit einer weißen Leinenjacke getauscht und setzte sich nun zu ihnen. Inge schrub ihre Tasse zur Seite. Und wieso müssen sie wegziehen? Annika musterte ihren Sohn nachdenklich. Da hast du ja wohl alles erzählt, oder? Er redet immer ein bisschen viel. Inge schüttelte den Kopf. Nein, ich frage zu viel. Sagt mein Mann auch immer. Also, warum ziehen sie weg? Nach dem Essen fuhren Johann und Christine mit den Fahrrädern heim. Johann schlug vor, im Gourmet-Treff noch etwas zu trinken. Sie hielten vor dem Lokal an der Ecke. Mit zusammengekniffenen Augen versuchte Christine, die Gäste im Gourmet-Treff zu erkennen. Ach, nein! Johann stand schon neben ihr. Guck mal, da in der Ecke, da sitzt schon wieder deine Tante, diesmal mit der Bedienung aus der Badezeit. Wir gehen jetzt dahin und begrüßen sie. Er ging voraus. Christine folgte ihm, bis sie vor Tante Inge standen. Hallo, Tante Inge. Ihre Frisur war wirr. Die Wimperntusche etwas verschmiert, aber sie lächelte strahlend, obwohl sie einen Schluck auf hatte. Vor ihr stand ein fast leerer Kai-Pirinja. Christine, das ist ja nett. Setzt euch zu uns, wir feiern. Ich kann gar nicht richtig reden. Es war noch keine 16 Uhr und Tante Inge war angeschickert. Fassungslos setzte sie ihre Nichte neben sie, während Johann Annika die Hand gab. Hallo, ich bin Johann. Er war so gut erzogen. Christine streckte schnell die Hand über den Tisch und stellte sich ebenfalls vor. Christine, ich hoffe, wir stören nicht. Annika, nein, nein, wir wollten uns nur noch ein bisschen unterhalten. Wir haben meinen Sohn zum Sport gefahren und ich wollte Frau Müller nach Hause bringen. Da wollte ich aber nicht hin. Also so einen Schluck auf habe ich lange nicht. Sie wurde von einer Kellnerin unterbrochen, die zwei Kaffee brachte. Wenigstens trank sie nicht weiter. Och, bringen Sie mir noch einen Kräuterlikör dazu? Bitte? Tante Inge. Christine traf ein warnender Blick von Johann. Tante Inge schien der Ton nicht gestört zu haben. Schätzchen, das hilft gegen Schlupfen auf und Annika ist ja dabei. Sie steigerte sich in einen Lachkrampf hinein. Christine sah Annika an, die hilflos die Glucks in Tante Inge beobachtete. Was hat sie denn getrunken? Nur ein Cocktail, aber sie muss dauernd lachen. Dass das so wirkt? Und wie? Ich habe eine so tolle Idee. Ich bin übrigens nicht betrunken. Mir geht es großartig. Johann konnte sich das Grinsen nicht mehr verkneifen, ebenso wenig wie Annika. Christine fragte sich mit Sorge, ob ihre Patentante jetzt völlig verrückt geworden war. Aber Inge sah unglaublich gut gelaunt aus. Johann stand auf und bestellte vier Gläser Sekt. Er wusste immer, was das Richtige war. Und er hat sich Der Pathologe setzte gerade sein Seziermesse an, als Heinz sich neben Christine in den Strandkorb fallen ließ. Na, was machst du gerade? Ich lese, Papa. Aha, gutes Buch? Ja. Um was geht es? Seine Tochter klappte den Krimi zu und nahm die Brille ab. Um einen Mord. Was willst du? Du, gar nichts. Ich wollte nur mal sehen, was du so machst. Wo ist Johann? Joggen. Ach ja. Er läuft viel, oder? Hast du Langeweile? Langeweile? Ich weiß gar nicht, wie man das schreibt. Nein, ich dachte, ich sollte mich mal um dich kümmern. So oft bist du ja auch nicht hier. Er sah sie forschend an. Sie konnte sich denken, worüber er reden wollte. Ihre Kopfschmerzen meldeten sich sofort wieder zurück. Es nützte nichts. Er fragte nach einem Räuspern, da hattet ihr wohl einen schönen Nachmittag, oder? Vor Christines geistigem Auge erschien die ganze Palette Sektgläser, die sie tags zuvor im Gourmet-Treff gelehrt hatten. Ihre Schläfen pochten. Sie fragte sich, wer wohl die horrende Rechnung gezahlt hatte. Sie war es jedenfalls nicht gewesen. Tante Inge hätte es nicht mehr gekonnt. Annika hatte bestimmt nicht so viel Geld. Also blieb nur Johann oder Zechprellerei. Sie musste ihn später fragen. Ja, das war ganz lustig. Diese Antwort reichte Heinz anscheinend nicht. Es war auch sehr lang. Und es wurde wohl viel Alkohol getrunken. Oder? Das Bild, in dem Johann kichernd die Fahrräder auf den Busgepäckträger hob, während Tante Inge und Nichte eingehakt und mit schwerer Zunge die Fahrkarten nach List lösten, schob sich in Christines Kopf. Der Busfahrer musste zweimal nachfragen. So hatten sie gelacht. Sie konnten hier nie wieder Bus fahren. Oder, Christine? Was? Ja, wir haben ein paar Gläser Sekt getrunken. Stimmt. Sag mal, Kind, mit dem Alkohol jetzt ging wieder das los. Papa, ich bin 45. Wie? Das weiß ich doch. Nein, ich wollte über was ganz anderes mit dir sprechen. Meinst du, Inge hat ein, wie soll ich sagen, also glaubst du, dass Inge, ähm, trinkt? Wie meinst du das? Ja, also ob sie ein, wie sagt man, Alkoholproblem hat. Es gehen viele Ehen deswegen kaputt. Da gibt es auch schon solche Gruppen, weißt du, für Leute, deren Partner trinken. Das ist ja schlimm. Und wenn Inge jetzt öfter mal einen zwitschert, vielleicht gibt es deswegen ein kleines Problem. Ich meine, jetzt guck mich doch nicht so an. Es muss doch einen Grund geben, dass sie auf einmal allein auf Sylt ist. Christine fiel zu dieser wilden Theorie nur ein, dass ihre Tante am Abend zuvor voll wie eine Strandhaubitze gewesen war. Aber hatte sie deswegen ein Problem? Oder Onkel Walter? Ihre Gedanken wurden immer langsamer, die Stimme von Heinz immer lauter. Du brauchst gar nicht so desinteressiert zu gucken. Glaub mal nicht, dass ich, dass ich gemerkt habe, dass du auch einen Schwips hattest. Ich habe nur nichts gesagt, aber gemerkt, mein liebes Kind, habe ich das. Ein Schwips? Der Witz war gut. Papa, Tante Inge säuft garantiert nicht, mach dir keine Sorgen. Wir haben gestern nur spontan ein bisschen gefeiert. Das war alles gar nicht so schlimm. Ja, ja, aber Mama ist sauer. Inge hat hier noch den teuren Sekt aufgemacht. Deswegen ist sie sauer? Ja, weil anschließend zwei Gläser kaputt waren, von Mamas Guten. Und weil ich Inge dann zu Petra gefahren habe und noch so lange da geblieben bin. Aber was soll ich denn machen? Sie ist meine kleine Schwester. Sie ist 64. Ich weiß nicht, ich verstehe sie einfach nicht. Sie kann doch in ihrem Alter nicht von zu Hause weglaufen. Das gehört sich einfach nicht, wenn das jeder tun würde. Mitleidig schaute Christine auf ihn herunter. Papa, Tante Inge wird nicht gleich einen Trend daraus machen. Und mit euch hat das gar nichts zu tun. Wartet doch mal ab, was überhaupt passiert. Vielleicht hat sich in ein paar Tagen schon alles erledigt. So, ich gehe jetzt duschen. Bis später. An der Tür drehte sie sich zu ihm um. Er saß verloren im Strandkorb, kaute an seiner Nagelhaut und betrachtete die Buchsbäume. Er machte sich Sorgen. Zu Recht. Johann betrat genau in dem Moment das Badezimmer, als Christine krampfhaft versuchte, sich zwischen den Schulterblättern einzucremen. Er nahm mir die Lotion aus der Hand. Wie bist du eigentlich ohne mich durchs Leben gekommen? Schlecht. Und mein Rücken hat oft gejuckt. Sie küsste ihn, bevor sie sich umdrehte. Und? Wie war das Laufen? Schön. Er cremte sehr gefühlvoll. Christine wurde bis ins Innere weich. Und fast ohne Wind. Knapp zehn Kilometer. Was macht dein Kater? Es geht. Irgendwie habe ich immer noch Watte im Kopf. Wer hat eigentlich bezahlt? Ich. Du und deine Tante konnten ja nicht mehr zählen. So, fertig. Mein Vater glaubt, Inge steckt in einer Krise und vermutet ein Alkoholproblem. Das ist doch Blödsinn, oder? Heinz mit seinen Vermutungen. Frag sie doch einfach, ob sie eine Krise hat. Johann, sie will ihren Mann verlassen. Nach fast einem halben Jahrhundert. Das ist ja wohl eine Krise. Johann stieg kopfschüttelnd in die Dusche. Ich würde einfach mal in Ruhe mit ihr reden. Das hat er nämlich noch gar nicht gemacht. Dabei kannst du sie auch gleich fragen, was für eine Wohnung sie für Annika gefunden hat. Christine hatte das Gefühl, so einiges verpasst zu haben. Welche Wohnung? Und wieso für Annika? Das sollst du deine Tante fragen. Annika hat mir gestern erzählt, wie sie überhaupt mit Inge ins Gespräch gekommen ist. Du hast dich anscheinend gar nicht gefragt, warum die Kellnerin aus der Badezeit mit deiner Tante durch die Gegend fährt. Das war ja interessant. Christine fragte sich, warum sie noch nicht einmal mitbekommen hatte, dass sich dieser Mann so ausgiebig mit der schönen Kellnerin unterhalten hatte. Schnell verdrängte sie den Gedanken, der da kommen wollte. Schließlich war sie den ganzen Abend dabei gewesen und außerdem war Annika viel zu jung für ihn, höchstens 30. Aber so schön. Annika muss aus ihrer Wohnung raus, ihr Mietvertrag wird nicht verlängert und es ist anscheinend schwierig, auf Sylt eine bezahlbare Mietwohnung zu finden, weil alles an Feriengäste vermietet oder verkauft wird. Ihr Sohn ist aber erst acht, deshalb will sie eigentlich nicht mit ihm weg ziehen. Irgendwie kam sie mit einer Tante auf das Thema. Sie hat sich jedenfalls Annikas Problem angehört und plötzlich gesagt, Annika müsse sich keine Sorgen machen, sie hätte vielleicht eine passende Wohnung für sie. Christine verstand jetzt gar nichts mehr. Was hat Inge denn mit Wohnungen zu tun? Sagt bloß, sie meint unsere Wohnung hier. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Mutter flippt aus, wenn Inge hier irgendjemanden einquartiert. Das traut sie sich doch wohl nicht, oder? Johann drehte den Wasserhahn auf. Fahr nach Kampen und geh mit deiner Tante eine Runde spazieren. Dann musst du dir nicht umsonst sein Hirn zermatern. Inge lag mit einem nassen Waschlappen auf dem Gesicht in einem Liegestuhl im schattigen Teil von Petras Garten. Sie hatte das Gefühl, ihr Hirn schwappte in einer Sektwelle durch ihren Schädel und stieß immer mal wieder seitlich an. Ab jetzt würde sie nie wieder grüne Getränke und rosa Sekt angucken. Nie mehr. Na Tante Inge, bist du wach? Inge nahm den Waschlappen vom Gesicht. Was ist? Warum schreist du denn so? Christine sammelte ein paar kleine Blätter von Inge ab. Was macht eine Alkoholvergiftung? Sie warf eine Tablette in Inges Wasserglas und schaute zu, wie es anfing zu sprudeln. Was ist eigentlich los mit dir? Wieso? Ungeduldig warf Christine die Tablettenschachtel auf die Liege. Ach Tante Inge, jetzt hör doch mal auf mit diesen Spielchen. Wir machen uns alle Sorgen um dich und du tust so, als wäre es ganz normal, dass du ohne Onkel Walter hier bist und alles über Bord geschmissen wird. Das kannst du nicht machen. Du hast manchmal einen unmöglichen Ton am Leib. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Tante Inge, bitte. Wie auch immer. Erstens, ich bin hier, weil meine ehemalige Lehrerin Anna Nissen gestorben ist. Das macht mich sehr traurig, du weißt, dass wir eng befreundet waren. Zweitens, ich habe hier einiges zu regeln. Anna Nissen war alleinstehend, da kümmert sich sonst niemand drum. Und drittens, erwarten Leute in deinem Alter eigentlich, dass wir Älteren einfach still in einem Sessel sitzen, bis wir zur Seite weg kippen? Glaubt ihr, dass sollen fabelhaft werden, so. Sie wartete gespannt auf die Reaktion ihrer Nichte. Hatte sie zu viel verraten? Nachdenklich ließ Christine ihren Blick durch den Garten wandern. Hat Frau Nissen was damit zu tun, dass du dein Leben verändern willst? Ich habe keine Lust mehr darüber zu reden. Und jetzt gehe ich duschen und dann fahre ich nach Wellingstädt, da habe ich Weren Christine das Auto gestartet hatte, waren ihre Gedanken zu Johann gewandert. Es war schon der vierte Tag ihres Urlaubs, blieben noch zehn, bevor Christine in Hamburg und Johann in Bremen wieder vom Alltag eingeholt wurden. Irgendwie gingen die gemeinsamen Tage immer viel schneller vorbei, als die Zeit dazwischen. Christine hatte in den letzten fünf Jahren alleine gelebt. Die ersten beiden Jahre nach ihrer Scheidung Geschichte, aber nichts, was ihr Single-Leben ernsthaft in Gefahr gebracht hätte. Als sie Johann im letzten Sommer auf Norderney kennengelernt hatte, hatte sie sich in ihn im selben Tempo verknallt wie zum letzten Mal mit 13. Mit zitternden Knien, Hitzewallungen, Herzklopfen und pubertierenden Benehmen. Es war wie im Film gewesen, sogar wie in einem mit Happy End. Einfach großartig. Und es war immer noch so. Und das Beste war, neben Johann natürlich, dass sie eigentlich gar nichts ändern musste. Ihr bisher fabelhaft eingerichtetes Leben blieb fabelhaft, nur dass jetzt das Bett im Winter öfters warm und der Kühlschrank meistens voll war. Und die Samstagabende waren jetzt Johannabende. Ein Wochenende verbrachten sie in Bremen, das andere in Hamburg. Alles war gut. Eigentlich. Vor einigen Wochen hatte Johann sie gefragt, wie lange sie diese Fernbeziehung noch leben wolle. Christines Antwort, so 200 Jahre mindestens, fand er nicht sehr komisch. Ihm wäre es zu viel Fahrerei und er wäre langsam zu alt, alles Wichtige am Telefon zu bereden und am Wochenende schwierige Themen zu verdrängen, nur weil man es schön haben wollte. Christine tat so, als wüsste sie nicht, welche schwierigen Themen er meine, es wäre doch alles gut so. Johann sah sie ernst an, hatte dann aber nicht mehr nachgehakt. Christine wollte sich auf Johann freuen und sich nach ihm sehnen. Sie war felsenfest davon überzeugt, dass das nicht in einer Wohnung ging. Wie denn auch? Sehnsucht baute sie schließlich nicht in sechs oder acht Stunden auf, bis der andere wieder nach Hause kam. Das Hygiene ihres Vaters, die hatte sie komplett mitbekommen. Sie hatte es gehasst, ihr Leben zu verändern, als ihr Ex mann sie betrogen hatte. Sie wollte nicht in eine fremde Wohnung mit neuen Möbeln, sie wollte keine neue Adresse und Telefonnummer, kein neues Autokennzeichen, keinen neuen Friseur und Zahnarzt. Sie wollte, dass alles so blieb, wie es war. Ging aber nicht. mehr, nicht mehr in diesem Leben. Die letzten Wochen waren auch anstrengend gewesen. Sie war erschöpft, genervt und latent schlecht gelaunt. Sie hatte diesen Urlaub und Johann wirklich gebraucht, ohne dass sie über ihre Probleme reden wollte, die würden sich schon irgendwie lösen lassen. Aber sie hatte überhaupt keine Lust, sich die Probleme anderer Leute anzuhören und schon gar nicht sie zu lösen. Und vor der rote Hut Inge strich leicht über das rote Seidenband, das um die Krempe gelegt war. Sie hatte noch nie vorher einen Hut besessen. Sie war immer ein Mützentyp gewesen. Erstens waren die billiger, zweitens hielten sie die Ohren warm und drittens hatte Inge einen für Frauen untypisch großen Schädel. Renate fand, Inge hätte ein absolutes Hut Gesicht. Außerdem wäre ein Am nächsten Tag waren sie bei einer Modistin gewesen, die nach Renates exakten Anweisungen diesen roten Hut für Inge fertigte. Es war ein Geschenk von Renate für ihre neue Freundin und gleichzeitig ein Versprechen ans Leben. Sie stand auf der Beusenstraße und drehte sich zu dem Haus um, aus dem sie gerade gekommen war. Am oberen Fenster stand Mark und hob langsam die Hand. Inge lächelte und winkte zurück. Er sah wirklich gut aus. Sein grünes Hemd betonte seine Augen. Eigentlich mochte Inge keine bunten Hemden. Walter trug ausschließlich weiße oder blau-weiß gestreifte. Ein grünes Hemd wäre ihm nie in den Schrank gekommen. Ich bin noch kein Papagei. Sie kam am Gosch vorbei. Massen von Menschen saßen vor Scampi, Fischbrötchen und Wein. Die Gläser klangen beim Anstoßen unaufhörlich. Inge wunderte sich, bis sie merkte, dass das Geräusch nicht von den Tischen, sondern aus ihrer Handtasche kam. Ihr Handy klingelte. Hallo Walter, ich kann dich nicht vom Festnetz zurückrufen, ich bin unterwegs. Sie ging langsam weiter und erwartete eigentlich, dass er das Gespräch gleich beendete. Nein Inge, das musst du auch nicht. Ich wollte nur mal hören, wie es dir so geht. Das ist dir doch sonst zu teuer vom Festnetz aufs Handy. Ist was passiert? Nein, nein, alles in Ordnung. Pia hat gefragt, wie lange du noch auf Sylt bleibst und warum ich nicht mit durfte. Und was hast du ihr gesagt? Was ich ihr gesagt habe? Naja, dass ihre Mutter ein bisschen gestresst war nach der Fastenkur und Das habe ich gesagt, damit sich das Kind nicht beunruhigt. Walter, das Kind ist 40, das beunruhigt sich nicht so schnell. Aber Inge, was soll ich denn sagen? Du kommst vom Fasten und bist komisch, hast lauter bunte neue Sachen, kochst so ein Sprossenzeug und telefonier ständig mit dieser Renate. Also Walter, und was wolltest du jetzt? Wieso? Du hast mich angerufen. Ach ja, was wollte ich eigentlich von dir? Ich wollte wissen, wann du nach Hause kommst. Das ist hier irgendwie langweilig ohne dich. Inge verbiss sich ein Lächeln. Walter Müller, das ist seit Jahren das netteste, was du zu mir gesagt hast. Dummes Zeug, was soll ich denn machen? Ich bin ja nicht so geübt in, wie sagt man, Süßholz raspeln. Darüber solltest du mal nachdenken. Ich habe dir gesagt, ich will was ändern. Unser Leben kann doch nicht so weiter gehen. Irgendwann fallen wir vor Langeweile um. Aber Inge, es ist doch gar nicht so. Doch Walter ist es. Ich lege jetzt auf. Ich stehe nämlich mitten in der Einkaufsstraße und habe keine Lust, hier stundenlang zu diskutieren. Aber du kommst doch. Ich meine, du machst doch jetzt keinen Blödsinn, oder? Was ist schon Blödsinn? Hauptsache ich mache überhaupt mal was. Wir werden in Ruhe drüber sprechen, wenn alles etwas klarer ist. Und jetzt mach es gut und pass auf dich auf. Bis dann. Inge? Ja? Hast du Geheimnisse vor mir? Inge hasste es zu lügen. Es half jetzt aber nichts. Sagen wir mal so, ich habe einen kleinen Wissensvorsprung. Ich werde dir alles zu gegebener Zeit mitteilen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Tut mir leid, ich muss jetzt weiter. Also dann, tschüss. Bevor er antworten konnte, hatte Inge den roten Knopf gedrückt. Da klingelte er schon wieder. Diesmal war es Renates Reibeisenstimme. Rate mal, wo ich bin. Keine Ahnung, wo? Im Uhlenhof. In Erstaunst du was? Ich habe mir gesagt, was soll der Geiz? Ich mache mir einfach ein paar flotte Tage auf der Königin aller Inseln und kümmere mich um meine Freundin Inge. Nicht, dass du vor lauter Familie wieder zur kleinen Dortmunder Hausfrau wirst. Ist das nicht gut? Ja, das ist eine Überraschung, aber schön, ich kann es noch gar nicht glauben. Es gibt nur ein Problem. Ach was, das erzähle ich dir später. Pass auf, ich komme gleich zu dir. In einer Viertelstunde bin ich da. Ich nehme ein Taxi. Bis gleich. Christine und Johann spazierten über das Rote Cliff. Johann ließ den Blick über das Dünental schweifen und sah Christine von der Seite an. Schön hier, aber man sieht gar kein Meer. Dafür Dün, mein Lieber, und wie viele, und alle anders, und Heide, alle Dramen, Geheimnisse und Morde auf dieser Insel fanden zum großen Teil in diesen Dünen statt. Sie überquerten die letzte Düne und sahen plötzlich die Weite des Wassers. Johann blieb stehen und legte den Arm um Christine. Es ist doch wirklich großartig, dass wir jetzt hier sind, oder? Sie legte den Kopf an seine Schulter. Ja. Etwa später saßen sie auf einer Bank, dicht an der Cliff Kante. Die Abendsonne schien und tauchte das Cliff in rot-goldenes Licht. Johann schwieg. Er schien völlig fasziniert von diesem Lichtspiel. Schließlich räusperte er sich. Sag mal, wir haben doch vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wie lange wir diese Fahrerei noch machen wollen. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Welche Fahrerei? Ach komm, dieses Hin und Her zwischen Hamburg und Bremen. Das machen wir erst bald ein Jahr lang. Neun Monate. Christine, meine Güte, du weißt aber auch jedes Mal aus. Was soll das? Es ist doch egal, ob es neun oder zwölf Monate sind. Mir geht diese Wochenendbeziehung auf die Nerven. Ich will auch mal dienstags oder mittwochs was mit dir machen. Hängst du so an deiner Wohnung? An Hamburg? Am Alleinleben? An deinem Job? Oder willst du dich einfach nicht festlegen? Ihr Job. Christine bekam sofort Magenschmerzen. 16 Jahre arbeitete sie schon für diesen Verlag. der vor einem Jahr von einem Konzern übernommen worden war. Sie hatte immer gern dort gearbeitet, bis im Laufe des letzten Jahres das neue Zauberwort gekürt worden war. Umstrukturierung. Inzwischen war kaum noch etwas wie früher. Zwei Kollegen hatten gekündigt, ihre eigene Arbeit hatte sich komplett verändert, der neue Chef war ein 34-jähriger Betriebswirt, der keine Ahnung von Büchern hatte und alles anders machen wollte. Er dachte wirtschaftlich und innovativ und überhaupt war er ein Idiot. Christine? Entschuldigung, ich war in Gedanken, was hast du gesagt? Schon gut, wir können das Thema auch erstmal lassen. Vielleicht ist es wirklich Blödsinn. Also, wollen wir weiter? Ich muss langsam mal was essen. Er stand auf und stellte sich vor sie in die Sonne. Christine hätte sich selbst oberfeigen können, irgendwie ließ sie keine Gelegenheit aus, alles zu verkomplizieren. Komm, nochmal von Anfang an, ich höre dir jetzt auch zu, irgendwie stehe ich im Moment neben mir. Ich weiß. Christine hatte keine Ahnung, ob diese Antwort ironisch gemeint war. Sie stand auf und schob ihre Hand durch seinen Arm und sie war froh, dass Johann sich das gefallen ließ. Christine konnte nicht mehr schlafen und hatte sich mit einer Decke in den Garten gesetzt. Es wurde langsam hell, als im Haus das Telefon klingelte. Christine zuckte zusammen, so frühe Anrufe bedeuteten meistens schlechte Nachrichten. Sie stand auf und setzte sich sofort wieder, als sie hörte, dass ihr Vater ans Telefon ging. Das Fenster war gekippt, außerdem hörte ihr Vater nicht besonders gut, weshalb er selbst ebenfalls laut redete. Ah, Walter, du bist das. Es ist aber noch sehr früh. Du, das kenne ich. Senile Bettflucht und die Vögel sind ja auch so furchtbar laut. Wie? Du, das Wetter ist schön. Gestern hatten wir 25 Grad. Ja, denk mal, und wir haben erst Mai. Das Wasser? Nein, das hat so 15 Grad. Ist nicht warm, nein. Aber ich war schon drin, ja. Christine schüttelte den Kopf. Wann kam Walter endlich zum Thema? Du, der läuft noch. Gerade habe ich ihn in der Inspektion gehabt. Ja. Was war das? 256 Euro. Das ist eben Sylt. Ehrlich? 20 Euro weniger? Ja, aber ich kann ja nicht nach Dortmund zu deiner Werkstatt fahren bei den Benzinpreisen. Stimmt, aber da steckt man ja nicht drin. Habe ich gesehen. Ja, vor allen Dingen das letzte Tor. Du, den hätte halten müssen. Das ging ganz klar auf seine Kappe. Genau. Christine biss sich auf die Fingerknöchel, um nicht ins Haus zu stürmen und ihrem Vater den Hörer zu entreißen. Inge? Na also, blieb zu hoffen, dass Heinz nicht fragte, welche Inge. Nein, sie war gestern hier zum Kaffee. Rhabarberkuchen mit Streusel. Ja? Nö, Sodbrennen kriege ich da nicht von. Nur wenn zu viel Sahne drauf ist. Christine sah ihre Beherrschung schwinden. Nein, es geht ihr gut. Sag mal, wann kommst du denn mal wieder? Inge meint, du hast so viel zu tun. Aber macht Spaß, oder? Aha. Sag bloß. Sonst ist hier nichts Besonderes. Bei euch auch nicht, oder? Ähm, bei dir, meine ich. Soll ich Inge was ausrichten? Du hast mit ihr telefoniert, das ist ja gut. Und was sagt sie? Ich meine, nur so. War noch was? Gut, also dann, danke für den Anruf und bis bald mal. Tschüss, Walter. Der Hörer wurde aufgelegt. Kurze Zeit später hörte Christine die Haustür und schritt er auf dem Gartenweg. Sie beugte sich vor und sah ihrem Vater entgegen, der mit gesenktem Kopf langsam auf sie zukam. Erschrickt nicht, ich sitze hier. Heinz machte fast einen Satz nach vorn. Himmel, willst du mich umbringen? Was machst du so früh hier? Ich konnte nicht mehr schlafen. Christine rutschte zur Seite, er setzte sich neben sie. Was wollte Onkel Walter denn? Tja, er wollte sich wohl nur unterhalten. Er schläft nicht gut, hat er gesagt. Er hat es so im Rücken. Naja, er ist auch schon 66, da ist er lack ab. Papa. Hat er denn was gesagt wegen Tante Inge? Hatten sie Streit? Er hat nur gefragt, ob sie schon hier war. Und? Und was für einen Kuchen es gab, wollte er wissen. Habe ich ihm gesagt. Rhabarber. Hat er denn irgendwas davon erzählt, dass Tante Inge ihn verlassen hat? Sie hat ihn noch gar nicht verlassen. Sie hat doch mit ihm telefoniert, hat er gesagt. Das klang alles ganz normal. Na wie auch immer. Das wird schon wieder. Sie ist im Moment nur ein bisschen komisch. Das war sie schon mal. Wann? Als Fifi starb. Da wollte sie nie wieder ein Tier haben. Und ein halbes Jahr später hat sie sich Henry aus dem Tierheim geholt. Da war sie zwölf. Na und? So, das reicht jetzt. Lass uns über etwas anderes reden. Unternehmt doch heute mal was Schönes. Johann kennt ja nur Norderney. Der hat auch noch gar keine Ahnung, was hier auf Sylt alles los ist. Wir fahren nachher in die Strandsauna. Heinz nickte zufrieden. Das macht mal. Das gibt es auf Norderney nicht. Doch, die haben auch eine. Unsere ist aber schöner. Und jetzt gehe ich mal gucken, ob Mama schon wach ist. Als Inge am Vortag im Ohlenhof ankam, hatte Renate an der Rezeption gestanden und mit dem netten Hotelinhaber diskutiert. Inge hatte keine Ahnung, um was es ging und sich nur über Renates Ton und die Geduld des Direktors gewundert. Schließlich bekam Renate ein anderes Zimmer. Das Bett stand falsch. Man muss Richtung Westen schlafen. Anscheinend wissen die das hier nicht. Naja, man muss nur klarstellen, wer hier der Gast ist. Und außerdem hasse ich farbige Handtücher. Ich benutze nur Weiße. Ansonsten ist es hier aber gar nicht übel. So, und nun erzähl, was ist passiert? Inge war ja ausgewichen, hatte nur gesagt, ach, ich will endlich mein Leben verändern, das weißt du doch. Schließlich hast du mich in Bad Oeynhausen daran ja bestärkt. Du hast mir von einem Treffen mit einem netten Herrn geschrieben. Und? Wie heißt er? Hast du eine Kontaktanzeige aufgegeben oder ihn einfach angesprochen? Oder er dich? Ähm, Nein, ich meine, wir haben uns einfach getroffen. Eher zufällig. Inge war eine schlechte Lügnerin, aber Marc hatte ihr geraten, es im Moment noch geheim zu halten, da es ja doch die Möglichkeit gab, dass alles nicht so klappte, wie sie es sich vorstellte. Aber sie konnte ja wenigstens ein bisschen was verraten. Er heißt Marc Kampmann und er trägt bunte Hemden, Inge lächelte. Renate sah sie verständnislos an. Und? Nichts und. Inge nahm ihr Glas und probierte. War das Champagner? So richtig gut konnte sie es nicht unterscheiden. Vielleicht war es doch nur Sekt. Es war ein nettes Essen und Marc ein sehr kultivierter und charmanter Mann. Wohlhabend? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht danach gefragt. Er arbeitet als Anwalt. Die Kellnerin brachte die Rechnung. Inge erhaschte einen Blick auf die Summe. Doch Champagner. Sie trank den Rest langsam aus. Schmeckte großartig. Im Lauf des Abends im Restaurant war Renate zunehmend ungehaltener geworden, weil Inge trotz hartnäckigem Nachbohren immer noch nicht mit der Sprache herausrückte. Persönlich legte Inge ihre Hand auf Renates. Also gut, pass auf. Ich fahre übermorgen aufs Festland, abends bin ich wieder hier, dann werde ich dir alles berichten. Versprochen. Was machst du denn auf dem Festland? Wo fährst du hin? Allein? Renate, bitte. Ich erzähle es dir am Freitag. Und morgen machen wir eine Strandwanderung. Inge sah hinunter auf die Straße. Es war jetzt kurz vor elf Uhr. Beim Verabschieden am Abend zuvor hatte Renate angekündigt, sie käme am Vormittag vorbei. Genau in diesem Moment fuhr ein dunkelblauer Porsche in die Auffahrt. Kurz bevor er richtig eingeparkt hat, machte er einen kleinen Satz. Der Fahrer hatte das gute Stück auf dem letzten Meter abgewürgt. Inge liebte solche Szenen. Schadenfroh schob sie die Gardine ein Stück zurück, um den Meisterfahrer erkennen zu können. Die Tür ging auf und es entstieg Renate. Wenig später schlieg Inge zum ersten Mal in ihrem Leben in einen Porsche. Nachdem sie vorsichtig die Tür hatte zufallen lassen, sah sie sich beeindruckt um. Schöner Wagen. Ich wusste gar nicht, dass du so etwas besitzt. Das ist nicht meiner. Ich habe ihn für eine Woche geliehen. Ach ja? Wer verleiht denn ein so schönes Auto? Autoverleihfirmen. Wer sonst? Ach so? Du musst das bezahlen? Natürlich. Das kostet auch einiges. Aber das ist mir egal. Die Rechnung geht an meinen Ex-Mann. Bislang hat er meine Leihwagen immer bezahlt. Ich glaube, der merkt das gar nicht. Und ich kann ja wohl nicht mit einem Golf nach Sylt fahren. Nein? Ach, Inge. Du bist manchmal wirklich erstaunlich Hausbacken. Sie fuhren schweigend am Ortsschild vorbei. Inges Blick fiel auf das Quermarkenfeuer, mitten in den Dünen. Hier hatte sie ihren ersten Kuss bekommen. Von Lothar. Sie hatte seit Jahren nicht mehr an ihn gedacht. Hinter dem Backsteinturm blitzte das Meer. Bevor sie Renate darauf aufmerksam machen konnte, waren sie schon vorbei. Du fährst ja sehr flott. Inge, das ist ein Porsche. Die fahren so schnell. Inge nahm sich vor, den Ausflug schön zu finden und war ganz froh, Renate nicht alles erzählt zu haben. Renate hockte vor einem Fahnenmast am Strand. Sie hatte eine Nagelfeile in der Hand und sägte mit hektischen Bewegungen am Metallfuß. Das Geräusch ging Inge auf die Nerven. Sie wollte Renate bitten, damit aufzuhören, aber ihr Mund war so trocken. Inge musste husten. Das Geräusch hörte auf. Na bitte. Ihr Nacken tat weh und irgendwas war komisch. Sie öffnete die Augen. Inge lag seitlich auf dem Bett. Unter ihrem Kopf die Basstasche. Ihr Blick fiel auf den Wecker neben ihr. 21 Uhr 14. Sie war einfach eingeschlafen. Sie bewegte langsam den Kopf und wollte sich aufsetzen, als Renate wieder mit der Nagelfeile anfing. Aber der Traum war doch vorbei. Schlaftrunken begriff Inge langsam, dass das Geräusch aus dem anliegenden Wohnzimmer kam. Vom Fenster. Irgendjemand sägte. Aber sie wohnte im ersten Stock. Ihr Puls begann zu jagen, dann hörte sie, wie das Fenster vorsichtig aufgestemmt wurde. Jetzt wurde ihr übel. Sie guckte jeden Sonntag Tatort wegen Walter, aber sie hatte keine Ahnung, was sie jetzt tun sollte. Weglaufen? Das ging schlecht. Sie musste durch das Wohnzimmer, um zur Tür zu gelangen. Sie fing an zu zittern. Wieso hörte niemand anderes die Geräusche? Ihr fiel ein, dass Petra an diesem Abend Kurprobe hatte und die Gäste im Apartment nebenan am Morgen abgereist waren. Niemand konnte ihr helfen. Sie würde sich schlafen stellen und warten, bis es vorbei war, was immer es auch war. Vorsichtig drehte sie sich zur Seite, mit dem Gesicht zur Wand. Jetzt war sie hellwach und wurde langsam wütend. Walter hätte sich schon lange aufgesetzt und bestimmt Obacht gerufen, zur Abschreckung. An das, was Renate in ihrer Situation unternehmen würde, mochte sie gar nicht denken. Auf jeden Fall würde Renate aber heldenhafter sein. Entschlossen setzte Inge sich auf, schwang die Beine aus dem Bett, nahm leise ihr Handy aus der Tasche und wählte die Nummer von Heinz. Für alle Fälle. Mit dem Handy am Ohr stand sie auf und schlich ins Wohnzimmer. Das Fenster war nur noch am unteren Scharnier fest. Inge sah sich überrascht um. Niemand war zu sehen. Dann spürte sie einen Stoß und alles wurde dunkel. Der Mann unterdrückte einen Fluch und kniete sich neben Inge. Ihre Augenlider flackerten, ihr Atem ging aber gleichmäßig. Er starrte ihr einen Moment ins Gesicht, dann schaute er sich hektisch um, entdeckte plötzlich die Handtasche auf dem Sofa, griff danach, durchsuchte sie und ließ sie enttäuscht wieder fallen. Er riss zwei Schubladen auf, öffnete den Schrank, fand eine leere Reisetasche, zog die Reißverschlüsse auf, tastete die Seitentaschen ab. Plötzlich ertönte von draußen ein Pfiff, kurz darauf hörte er ein Auto, dann klappte die Tür und eine Stimme rief Inge, Inge, wo bist du? Ich bin es! 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 Nervös warf er einen letzten Blick auf Inge und kletterte auf die Fensterbank. Sekunden später war er verschwunden. Frau Müller? Die sonore Männerstimme klang mitfühlend und freundlich, aber gänzlich fremd. Können Sie mich hören? Eine warme Hand klopfte sanft auf ihre Wange. Es fühlte sich gut an. Inge schlug die Augen auf und sah Heinz. Ihr Bruder schob sich mit besorgtem Blick an einen Mann im weißen Hemd und oranger Jacke vorbei. Inge, was machst du denn für Sachen? Kannst du dich bewegen? Ich glaube, langsam, Frau Müller, ganz langsam hochkommen. So geht es? Stöhnen fasste sich Inge an den Kopf und fühlte ein dickes Pflaster. Was ist denn passiert? Sie saß auf dem Boden in Petras Ferienwohnung. Das begriff sie noch. Aber wieso auf dem Boden? Und wie kamen Heinz und der Arzt hierher? Ihr Kopf war kurz vor dem Platzen. Du bist gegen die Tür gerannt. Heinz kniete vor ihr und tippte kurz auf das Pflaster, was eine neue Schmerzwelle verursachte. Aber zum Glück hattest du mich gerade angerufen. Ich bin drangegangen, sage Ja, Enge, höre einen Knall und zack, vorbei. Zack, vorbei? Ja, ich habe den Sturz förmlich mitgehört. Ein Rums, ein Stöhnen, dann war Ruhe. Ich bin sofort hierher gerast und durch die Hintertür rein. Die war zum Glück offen und da lagst du schon. Ich habe mich vielleicht erschrocken. Und da ist sogar Blut an der Tür. Aber Dr. Keller war sofort hier. Keine acht Minuten. Respekt. Aber sag mal, du musst ja mit viel Schmackes gegen die Tür gedonnert sein. Wieso rennst du denn so durchs Zimmer? Ich bin nicht gerannt. Ich bin gestoßen worden. Blödsinn. Hier war keiner. Du lagst allein hier. Es war niemand zu sehen. Inge versuchte, sich zu erinnern. Ihr fiel nur der Stoß ein. Und dann noch etwas. Das Fenster. Ihr wurde wieder übel. Sie schloss die Augen. Mir tut mein Kopf so weh. Sie hörte einen deutlichen Knall. Inge hob den Kopf und sah ihren ohnmächtigen Bruder vor dem Fenster liegen. Aber Dr. Keller war ja da. Johann fuhr schweigend. Er sah konzentriert auf die Fahrbahn und hatte keinen Blick für die schönen Häuser und Gärten, an denen er vorbeifuhr. Christine musterte ihn von der Seite. Der Abend hatte schön begonnen, mit fangfrischer Scholle und Wein, aber dann waren sie wieder auf das Thema Fernbeziehung gekommen. Zum ersten Mal war Johann ungeduldig geworden, weil Christine erklärt hatte, dass sie nicht nach Bremen ziehen wolle. Eine andere Lösung hatte sie aber auch nicht zu bieten. Christine betrachtete sein Profil. Er war wirklich ein besonderer Mann und sie benahm sich einfach nur bescheuert. Ganz plötzlich überfiel sie die Furcht, dass diese Diskussion ja auch das Ende ihrer Beziehung bedeuten könnte. Und das wollte sie nicht. Auf gar keinen Fall. Ich werde nochmal über die Stelle in Bremen. Was ist denn da los? Es war fast Mitternacht, aber das Haus ihrer Eltern erstrahlte in voller Beleuchtung. Der Wagen von Heinz stand mitten in der Auffahrt. Das war ungewöhnlich. Heinz fuhr ihn sonst immer sofort in die Garage. Da ist was passiert. Sie schlafen doch sonst um diese Zeit. Christine war bereits aus dem Auto gesprungen, als Johann den Motor abstellte und rannte nun auf die Haustür zu. Papa? Mama? Wo seid ihr? Küche! Heinz' Stimme klang wie immer. Christine atmete tief durch und sah Johann an. Er nickte und schob sie weiter. Heinz saß am Küchentisch. Charlotte ihm gegenüber, fuhr ihn eine Schnapsflasche und zwei Gläser. Sie sahen beide hoch, als Christine und Johann in die Küche kamen. Charlotte stand auf. Wollt ihr auch ein? Was ist denn passiert? Heinz griff zur Flasche und schenkte zwei neue Gläser ein. Danach schraubte er umständlich den Verschluss zu und blickte Johann und Christine theatralisch an. Inge ist fast ermordet worden. Heinz, so schlimm war es ja nun auch nicht. Nicht so schlimm? Entrüstet kehrte er ihnen den Rücken zu. An seinem Hinterkopf klebte ein Pflaster. Papa, wo wart ihr denn? Was ist denn passiert? Seid ihr überfallen worden? Und... Ihre Mutter schenkte sich selbst noch einen Schnaps ein. Christine, das ist nur eine Platzwunde und die hat nichts mit Inge zu tun. Papa ist erst nach dem Überfall gestürzt. Könntet ihr vielleicht mal genau erzählen, was passiert ist? Langsam wurde Christine ungeduldig. Dankbar registrierte sie Johanns warme Hand an ihrem Rücken und lehnte sich dagegen. Charlotte antwortete, ein Einbrecher ist in Inges Apartment eingestiegen, durch das Wohnzimmerfenster. Inge hat etwas gehört und ist rübergegangen. Zum Glück hatte sie vorher Papa angerufen, aber bevor sie ihm etwas sagen konnte, ist sie, wahrscheinlich weil es dunkel im Zimmer war, mit voller Wucht gegen die Tür gerannt und umgekippt. Gehirnerschütterung. Ich habe diesen entsetzlichen Knall gehört und sofort gewusst, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Man kennt das ja aus dem Fernsehen. Man wird Zeuge durchs Telefon. Ich glaube nicht, dass das ein normaler Einbrecher war. Da steckt mehr dahinter, glaubt mir. Außerdem ist Inge gestoßen worden. Das war ein Anschlag. Wenn das mal nichts mit Inges komischen Einfällen zu tun hat. Vielleicht ist sie ja in gefährliche Kreise geraten. Was wissen wir denn schon? Sie benimmt sich seltsam genug. Wie schnell kann das gehen? Du lernst jemanden kennen und plötzlich hast du mit der russischen Mafia oder Drogen zu tun, oder? Papa, jetzt ist gut. Das hört sich eher an wie ein gewöhnlicher Einbruch. Der Typ hat bestimmt gedacht, reiche Urlauber in Kampen, alles dunkel, da steige ich mal ein. Und die Tasche? Die Handtasche hat er nicht mitgenommen. Inge hat ihn gestört. Er ist in Panik geraten und geflohen. Heinz schüttelte ungläubig den Kopf. Glaubst du das, Johann? Johann nickte. Aber das wird doch auch die Polizei. Ich glaube es nicht. Nie im Leben war das ein Zufall. Mein Instinkt sagt mir, Inge ist in Schwierigkeiten. Kennt eigentlich irgendjemand diese Renate? Ich bin sicher, sie hat einen schlechten Einfluss auf Inge. Charlotte erhob sich und stellte ihr Glas in die Spüle. Ich gehe ins Bett. Und Heinz, bevor du hier deine nächste Detektivaktion planst, erinnere ich dich an Norderney. Du hast dich da genug blamiert. Fang nicht wieder damit an. Geh lieber Zähneputzen. Sie lächelte ihrer Tochter und Johann müde zu und verschwand. Christine legte ihre Hand auf den Arm ihres Vaters. Du siehst schon wieder Gespenster. Warte doch ab, was die Polizei sagt und sei froh, dass Inge nichts Schlimmeres passiert ist. Sicher, du hast bestimmt recht. Sein Gesichtsausdruck sagte etwas ganz anderes. Christine und Johann hatten den letzten Schnaps abgelehnt und waren nach oben gegangen. Während in Christine die Sorge um Inge und die Beklemmung über den Streit mit Johann durcheinander flogen, hatte sich Johann auf das Sofa gesetzt und gesagt, ich danke dir, dass du dir den Satz siehst du, da fängt man an, sich zu verändern und bekommt sofort eins auf die Rübe verkniffen hast. Er hatte es noch nicht mal ironisch gemeint. Dafür hatten sie dann bis morgens um drei versucht, einen Kompromiss zu finden. Christine hatte versprochen, in den nächsten Tagen ernsthaft über seine Vorschläge nachzudenken und Johann im Gegenzug sie währenddessen in Ruhe zu lassen. Beim Aufwachen waren sie versöhnt gewesen. Charlotte ließ die Gardine in der Küche zurückfallen, als Christines Auto nicht mehr zu sehen war. Endlich war wieder Ruhe im Haus. Christine war mit Johann spazieren gegangen und Heinz hatte sich hingelegt. Sie nahm sich eine Tasse Kaffee mit ins Wohnzimmer und tippte die Nummer von Walter ins Telefon. Nach fünf Freizeichen meldete er sich. Müller. Hallo Walter, hier ist Charlotte. Na, das ist ja mal nett. Charlotte, wir haben uns ja lange nicht gehört. Und, wie geht es euch? Alles in Butter? Viel Arbeit im Garten? Ja, ja, alles gut. Sag mal Walter, wieso bist du eigentlich nicht mitgefahren? Wohin? Walter, nach Sylt. Warum ist Inge allein hier? Was ist eigentlich los? Schweigen. Charlotte zählte bis fünf. Walter, hast du aufgelegt? Nein, ich bin noch dran. Ja, warum bin ich nicht mitgefahren? Ich hatte so viel zu tun. Pia, Steuererklärung ist noch nicht fertig, weißt du, sie ist so dermaßen schlampig. Überall fliegen die Belege rum. Die Hälfte ist weg. Bei jedem zweiten Bewirtungsbeleg sind Kaffee oder Weinflecken drauf. Also, ich kann so nicht arbeiten. Von mir hat sie das nicht. Und dann muss ich noch die Umsatzsteuer von Gertrud machen, weißt du? Die Wirtin vom Elefanten, die kommt mit ihrem Zeug ja auch nicht drüber. Und dann, Walter, du bist Rentner und deine Frau hat eine Lebenskrise. Inge? Blödsinn. Das hat sie noch nie gehabt. Da hast du irgendwas falsch verstanden. Charlotte zwang sich ruhig zu bleiben. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Walter, ich glaube, Inge hat ein paar Probleme. Ich finde es nicht gut, dass sie hier allein ist. Probleme? Was für Probleme? Das wüsste ich ja wohl. Und überhaupt. Mit wem telefonierst du? Plötzlich stand Heinz neben ihr und beugte den Kopf zum Hörer. Das ist ja Walter. Gib mal. Er hob den Hörer ans Ohr. Walter, bist du das? Ja? Tag. Inge ist überfallen worden. Wann? Gestern Abend. Schwierige Hirnerschütterung. Schock. Mehr hat man so schnell nicht feststellen können. Sie sieht sehr schlecht aus. Und was innen alles kaputt ist, sieht man ja als Laie nicht. Aha. Wo sie jetzt ist? Charlotte zischte. Übertreib doch nicht immer so. Und nahm ihm den Hörer weg. Walter, ich bin wieder dran. Wieso hast du mir das nicht gleich erzählt? Da redest du vom Garten und meine Frau wird fast totgeschlagen. Walter, beruhige dich. Ich wollte dich nicht aufregen. Du hast doch so einen hohen Blutdruck. Inge ist gestürzt, während irgendein Krimineller in das Apartment eingestiegen ist. Sie hat eine ganz leichte Gehirnerschütterung, ansonsten ist sie in Ordnung. Sie wollte auch nicht bei uns bleiben, sondern ist zu Petra zurück. Sie will ihre Ruhe haben. Ist denn was geklaut worden? Inge lässt doch ihren Schmuck immer überall rumliegen. Und ihr Geld. Nein, ich glaube nicht. Aber es wäre besser, wenn du kommst. Sie ist irgendwie anders als sonst. Kennst du eigentlich ihre Freundin Renate? Oh Gott, ja. Wieso? Ist die auch da? Ja, du kennst die also? Nein, nur vom Telefon. Da ist die immer unmöglich zu mir. Also Walter, was ist jetzt? Setzt du dich in den Zug? Ich muss mal nach einer Verbindung gucken. Einen Sparpreis kriege ich wohl nicht mehr, wenn ich so kurzfristig buche, oder? Walter, es geht um deine Frau und du redest vom Sparpreis. Jetzt packe deine Sachen und sieh zu, dass du zum Bahnhof kommst. Ruf an, wenn du die Ankunftszeit weißt. Wir holen dich dann in Westerland ab. Ja, gut. Gib mir nochmal Heinz. Charlotte reichte den Hörer weiter und beobachtete ihren Mann, der konzentriert zuhörte. Das geht bei ihr immer von selbst vorbei, ist auch nicht oft. Da frage ich mal, aber das geht auf jeden Fall. Also dann, tschüss und gute Fahrt. Er drückte die rote Taste und legte den Hörer wieder auf die Station. Heinz? Ja? Was geht immer von selbst vorbei? Wenn du mal komisch bist, das geht ja meistens von allein weg. So, ich gehe jetzt Rasen mähen. Charlotte wurde plötzlich unsicher, ob der Entschluss, Walter anzurufen, wirklich richtig gewesen war. Das Telefon klingelte in dem Moment, in dem Charlotte ihre Hände in eine weiche Masse aus Mehl, Milch, Zucker und Eiern versenkte. Walter war manchmal ein Stiesel, aber er aß so gerne Käsekuchen. Sie hielt einen Moment inne. Heinz hatte den Rasenmäher ausgestellt. Heinz? Nichts. Nur das Telefon klingelte weiter. Heinz? Telefon? Ja, dann geh doch ran. Ich habe Teig an den Fingern. Ich habe Gras an den Fingern. Geh du mal. Charlotte ging ins Wohnzimmer und nahm den Hörer ab. Ein kleiner Teigklumpen fiel auf die Konsole. Hallo, hier ist noch mal Walter. Warum gehst du jetzt erst ran? Ich knete gerade Teig und Heinz mit Rasen. Ach so, dann kann ich Heinz ja nicht stören. Das geht wohl schlecht. Mich kannst du eigentlich auch nicht stören, dachte Charlotte. Was wolltest du denn? Vielleicht kann ich dir ja auch helfen. Du kannst ihn mal fragen, ob ihm das was ausmacht, wenn er mich morgen Abend um 21.39 Uhr in Westerland abholt. Wieso kommst du denn erst so spät? Der Zug fährt etwa sieben Stunden, da kannst du doch viel früher hier sein. Fragst du Heinz bitte mal, ob es ihm was ausmacht? Charlotte atmete tief durch. Moment. Sie öffnete das Fenster. Walter will wissen, ob es dir was ausmacht, ihn morgen Abend um 21.39 Uhr vom Bahnhof abzuholen. Wieso denn so spät? Charlotte nahm das Telefon wieder ans Ohr. Heinz will wissen, warum du erst so spät kommst. Ich habe da so ein Ticket gekauft. Das ist mit Ermäßigung für Rentner und weil ich über einen Sonntag fahre und wegen noch irgendwas. Das kostet nur 54,50. Stell dir vor, Dortmund bis Westerland. Ich kann da nur nicht Intercity fahren oder mit dem ICE. Charlotte nahm den Hörer vom Ohr. Er hat so ein Sparticket ohne Intercity und ICE. Aha, und wann fährt er los? Walter, wann fährst du los? Um 8.20. Ich muss aber siebenmal umsteigen. Du spinnst doch. Heinz, er fährt um 8.20 und muss siebenmal umsteigen. Frag Walter mal, was er bezahlt. Das habe ich gehört, Charlotte. Habe ich doch gesagt. 54,50. Charlotte nahm den Hörer wieder runter. 54,50. Heinz nickte zufrieden. Das ist günstig. Walter, der alte Sparfuchs. Richtig so. An dem verdient nicht mal der Bahnchef was. Natürlich hole ich ihn ab, wenn er noch mehr sparen kann, auch später. Ihre Stimme war emotionslos. Geht in Ordnung, Walter. Dann schmier dir ordentlich Brote, damit du nicht für teures Geld im Zug was kaufen musst oder am Bahnhof. Da bin ich gerade dabei. Meinst du, dass sechs Stullen reichen? Dann hätte ich nämlich noch eine für morgen früh. Charlotte rieb mit ihren mehligen Fingern über die Konsole. Bestimmt, Walter. Bestimmt. Bis morgen dann. Am nächsten Morgen schlenderte Inge langsam durch den Normalenweg und besah sich dabei die Rolidendren, die in den Gärten blühten. Es gab sie in allen Farben und an jeder Ecke. Sie gehörten zu den Dingen, die Inge in Dortmund immer gefehlt hatten. Inge dachte, sie würde nie einen Sylter Garten nach Dortmund exportieren können, allein schon deshalb, weil Walter so furchtbar gerne Rasen mähte. Ingelein, ich kann so gut dabei denken, aber nur, wenn ich in geraden Bahnen arbeite, das mit den Kurven da um die Beete rum, du, das ist nichts für mich. Sie hatte es anfangs ignoriert und lauter kleine runde Beete angelegt. Walter hatte gerade Kanten reingemäht, später hatte sie sich auf den Vorgarten und die Blumenrabatte direkt am Haus beschränkt. Ihr taten die abrasierten Blumenköpfe immer so leid. Und jetzt bekam Inge wieder Sehnsucht nach genau so einem Sylter Garten. Unvermittelt stand sie vor dem Uhlenhof. Sie sah auf die Uhr, Viertel vor elf. Um elf hatte sie sich mit Renate verabredet. Inge hatte sich vorgenommen, mehr Zeit mit Renate zu verbringen. Sie hatten sich während der Kur so gut verstanden und jetzt war Renate extra hergekommen, um ihr zu helfen. Das war schließlich nicht selbstverständlich, wenn auch nicht notwendig. Aber Renate konnte ja gar nicht wissen, dass Inge im Moment gar keine Hilfe brauchte. Renate kam mit klackernden Absätzen um die Ecke. Da bist du ja. Wartest du schon lange? Inge sah auf die Uhr, halb zwölf, und schüttelte den Kopf. Ein paar Minuten. Hast du noch andere Schuhe dabei? Wieso? Renate streckte ihr Bein nach vorne und musterte zufrieden die schwarz-weiß gemusterten Pumps. Die sind doch wunderbar! Das Muster wiederholte sich in ihrem wallenden Oberteil, das sie zu einer weißen Bermuda-Jeans trug. Schon schick, dachte Inge, sagte aber, kannst du denn mit zehn Zentimeter Absatz im Sand laufen? Wieso Sand? Am Strand ist Sand, und ich habe doch gesagt, wir machen eine schöne Strandwanderung nach Westerland. Ja, ja, Renate sah auf Inges bequeme Turnschuhe. Falls mir der Sand die Schuhe ruiniert, ziehe ich sie einfach aus und gehe barfuß. Dass du dich in diesen alten Tretern wohlfühlst, verstehe ich überhaupt nicht. Schöne Schuhe haben doch auch was Sinnliches. Deine sehen ja aus, als würdest du Einlagen tragen. Tue ich auch. Seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Und im Übrigen bin ich zehn Jahre älter als du. Warte mal ab, ob du in ein paar Jahren immer noch mit solchen Absätzen laufen kannst. Darauf kannst du Gift nehmen, und wenn ich vorher Schmerztabletten einwerfe, solche Latschen kommen mir nicht ins Haus. Sie schob sie doch die Sonnenbrille auf die Nase, dann machten sie sich auf den Weg. Bereits auf der Treppe, die zum Cliffkicker zum Strand führte, kam Renate ins Straucheln. Inge hielt sie gerade noch am Ellenbogen fest, bevor sie ganz ihr Gleichgewicht verlieren konnte. Gott, diese Holztreppen sind aber auch glatt. Renate sah sich kurz um, vergewisserte sich, dass niemand ihren Beinahesturz mitbekommen hatte. Kurtaxe abzocken und die Leute dann auf den Strandübergängen umbringen, das ist ja ganz clever. Du kannst mich loslassen, Inge, ich bin noch keine alte Frau. Hoffentlich ist dieses Geländer wenigstens nicht marode. Mit der Hand am Treppenlauf stag sie sie etwas ungelenkt zum Strand runter. Der Wind fuhr unter ihre weite Bluse und ließ einen Traum in Spitze vorblitzen. Inge war beeindruckt und dachte an ihr altes T-Shirt, das sie statt eines Unterhemdes unter dem Pulli trug. Sie sollte sich auch mal schöne Wäsche kaufen, von wegen zweckmäßig und waschbar bei 60 Grad. Damit war jetzt Schluss. In der Strandstraße gab es einen Dessous-Laden, da könnte sie nachher mal hingehen. Unten angekommen, atmete Renate tief durch und schaute sich um. Das sieht doch schön aus. Nach rechts oder links? Links. Da hinten ist die Wesseländer Promenade. Kannst du denn hier laufen? Renate stand schon schief. Die Absätze gruben sich langsam in den Sand. Sie machte einen vorsichtigen Schritt, dann noch einen und der Schuh blieb stecken. Kurz entschlossen zog sie die Pumps aus, schlug die Sohlen gegeneinander und stopfte sie in ihre überdimensionale Handtasche. Ihre Fußnägel waren schwarz lackiert. Barfußlaufen ist sowieso gesund. Also los. Also los. Also los. Zehn Minuten liefen sie schweigend am Wasser entlang. Dann holt Renate tief Luft. Wolltest du mir nicht noch etwas erzählen? Was denn? Na, von deinem romantischen Kurzurlaub. Meine Reise habe ich erstmal aufgeschoben. Habe ich doch schon gesagt. Ich weiß noch gar nicht, wann ich fahre. Vielleicht mache ich das auch allein. Inge biss sich auf die Zunge. Sie wollte doch gar nicht so viel erzählen. Du machst deine romantische Fahrt allein? Was soll das denn? Du redest immer von einer romantischen Reise. Ich habe das nie so bezeichnet. Das ist eher etwas geschäftliches und überhaupt nicht spektakulär. Zumindest nicht für dich, fügte sie in Gedanken hinzu. Ja, aber das ist doch ein potenzieller Liebhaber. Du hast dich mit ihm getroffen. Außerdem hattest du so einen beseelten Blick, als du davon erzählt hast. Inge wurde rot. Siehst du, du wirst sogar rot. Ich kenne dich, meine Liebe, von wegen stilles Wasser. Und du kannst mir sagen, was du willst. Ohne einen neuen Mann geht keine Frau zum Scheidungsanwalt, es sei denn, sie ist völlig verrückt. Und du warst bei einem. Ja, aber Marc ist, wie soll ich dir das bloß erklären? Es ist so, dass... Lächelnd tagte Renate sich bei Inge ein. Liebchen, lass mal, ich bin eine erfahrene Frau und kenne das Leben. Wenn du im Moment noch nicht ins Detail gehen willst, weil das alles noch zu frisch ist, dann ist es ja in Ordnung. Weißt du, als ich dich in Bad Oeynhausen das erste Mal gesehen habe, da dachte ich, was ist das nur für eine unsichere Seele. Über 40 Jahre verheiratet und nur noch ein Anhängsel ihres Mannes. Inge wollte empört widersprechen, Renate ließ ihr jedoch keine Chance. Aber ich habe noch etwas in deinen Augen gesehen. Ja, habe ich gedacht, die Inge ist noch nicht fertig mit dem Leben, da kommt noch was nach. Und, habe ich recht gehabt? Sie sah Inge triumphierend an. Inge hielt im Blick stand. Ja, irgendwie hast du schon recht gehabt, aber ich war nie ein Anhängsel von Walter. Na nein, sicher nicht. Aber ohne ihn ist es doch auch schön, oder? Plötzlich schoss ein kleiner schwarzweißer Hund von hinten zwischen ihnen durch, bellte kurz und rannte wieder zurück. Renate schrie auf und taumelte, wieder griff Inge im letzten Moment nach ihrem Ellenbogen. Mit aufgerissenen Augen und ans Herz gepresster Hand blieb Renate stehen und sah sich um. Wem gehört diese gottverdammte Töhle? Ich habe ja fast einen Herzinfarkt gekriegt. Inge hielt immer noch ihren Arm. Beruhige dich, es war nur ein kleiner Hund. Guck doch mal, der hat sogar zu deinen Schuhen gepasst. Renate entzog ihr den Arm und sah sich um. Sieh mal da vorn, die alte Frau mit den beiden Kindern, diese Misthöhle gehört denen. Sie beschleunigte ihre Schritte und marschierte auf die Gruppe zu. Inge beeilte sich hinterher zu kommen. Renate warf einen bösen Blick auf die Gruppe. Man sollte dem Vieh den Hals umdrehen und stapfte zornig weiter. Sie meint es nicht so, sagte Inge verlegen, das war nur der Schreck. Lassen Sie nur, sagte die ältere Frau. Ich kann diese kleinen Kläffe eigentlich auch nicht leiden, aber er ist mir zugelaufen und die Mädchen hängen jetzt so an ihm. Sind das Ihre Enkelin? Nein, ich habe noch nicht mal Kinder. Wir wohnen nur im selben Haus. Wenn Ihre Eltern arbeiten, kommen sie manchmal zu mir, zum Essen. Ich bin so eine Art Ersatzoma. Inge musterte die beiden blonden Mädchen. Ach, das hätte ich auch gern. Endlich mal wieder Kinder im Haus. Man fühlt sich sonst schnell alt, denke ich zumindest manchmal. Inge, jetzt komm schon! Mehrere Strandspaziergänger drehten sich zu Renate um. Ich muss weiter, schönen Tag noch. Ebenfalls, tschüss. Wenn Omas auf Enkel und Hund aufpassen, dann kann das ja nichts werden. Renate guckte sich ein letztes Mal um, als Inge sie eingeholt hatte. Das haben die nie im Griff. Es war nicht die Oma und du hast sie als alte Frau tituliert, dabei ist sie nicht älter als ich. Ich bitte dich, die sah aber viel älter aus. Das ist doch gar kein Vergleich. Und woher weißt du, dass sie nicht die Oma ist? Ich habe sie gefragt. Sie kümmert sich nur ab und zu um sie. Es sind Nachbarskinder. Das würde mir gerade noch fehlen, mich um fremde Blagen kümmern. Schön, Dank auch. Wenn man keine hat, ist das doch schön. Ich hätte gerne Enkelkinder, aber Pia denkt überhaupt nicht darüber nach. Vor kurzem hat sie ihren Freund verlassen. Er war ihr zu spießig. Dabei war das so ein netter Kerl. Renate blieb abrupt stehen und sah sie fassungslos an. Inge, was erzählst du denn für einen Schwachsinn? Es reicht doch, dass du so lange gebraucht hast, um aufzuwachen. Soll deine Tochter jetzt die Fehler ihrer Mutter wiederholen? So viele Fehler habe ich gar nicht gemacht. Alles in allem war mein Leben bislang absolut in Ordnung. Nein, wirklich. Ich habe nie etwas anderes behauptet. Und was war dann in Bad Oeynhausen? Wir haben doch nächtelang geredet. Du hast mir erklärt, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Du warst Feuer und Flamme. Du wolltest zu neuen Ufern aufbrechen. Das habe ich doch nicht geträumt. Ja, sicher, das stimmt. Aber ich habe nie gesagt, dass alles bisherige ein Fehler war. Ich habe nur gesagt, dass mein Leben so nicht mehr in Ordnung ist, dass da was falsch läuft und dass ich mir was überlegen muss. Ich habe nichts gegen Kinder und schon gar nichts gegen Enkelkinder. Dummes Zeug. Nein, besten Dank. Ich weiß schon, warum ich keine Kinder habe. Inge schwieg. Unvermittelt musste sie an Till denken. Der kleine Junge hatte manchmal schon so erwachsene Augen. Es war nicht einfach für Annika, als alleinerziehende Mutter ihr Leben zu organisieren. Es gab zu wenig Platz für den kleinen Sohn. Dabei gab es so viele ältere Menschen, die nicht wussten, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollten. Das war doch nicht gerecht. Inge, wo bist du eigentlich mit deinen Gedanken? Ich habe gedacht, wir unterhalten uns mal ein bisschen. Stattdessen marschierst du stumm und mit einer Grabesmine neben mir her. Das ist ziemlich lang langweilig. Wieso Grabesmine? Unsinn. Ich habe nur gerade an etwas gedacht. Sag mal, Renate, hast du schon mal etwas über diese Mehrgenerationenhäuser gelesen? Über was? Diese Häuser, in denen mehrere Generationen zusammenleben, wie der Name schon sagt. Ich habe mal einen Artikel darüber gelesen. Das klang alles sehr gut. Weißt du, man kann sich da gegenseitig helfen. Nimm als Beispiel die beiden Mädchen von eben. Vielleicht sind die Eltern berufstätig und haben wenig Zeit. Dann kann doch so eine Ersatzoma mal einspringen. Auf der anderen Seite kommt ja die Zeit, wo uns Älteren gewisse Dinge immer schwerer fallen. Einkäufe, Gartenarbeiten, Reparaturen im Haus. Dann können sich die Jüngeren revanchieren. Ein Mieter hilft dem anderen. Das ist doch sehr schön. Renate sah Inge als wäre sie nicht ganz dicht. Du hast vielleicht Ideen. Das ist nicht schön, das ist grauenhaft. Wir hatten jahrelang meine demente Großmutter im Haus. Sie hatte das größte Zimmer und alle unter ihrer Knute. Ich habe mich immer gefragt, warum mein Vater sie nicht einfach erschlagen hat. Sie ist erst mit 101 vor einen Bus gelaufen. Da hat sie, glaube ich, gerade die Russen eingekesselt oder sonst was in der Art. Aber für deine Großmutter war das doch schön. also, dass sie nicht in einem Altersheim leben musste, sondern mit jungen Leuten zusammen. Pah, was heißt hier junge Leute? Mein Vater war damals 70. Uns Kinder hat sie frühzeitig aus dem Haus getrieben. Sie hat uns gehasst. Es war nur leider ihr Haus. Meine Eltern konnten sich kein eigenes leisten. Also mussten wir springen und für sie einkaufen, ihre Möbel verschieben, Gardinen waschen, Briketts hoch schleppen, dauernd was Neues. So viel zum Mehrgenerationenhaus. Ein einziger Albtraum. Naja, mit Familie ist es auch schwierig, aber wenn man freiwillig zusammenzieht, also alte Leute mit jungen Eltern, die sich sympathisch finden, das wäre doch was ganz anderes. Inge, vergiss es. Den ganzen Tag fremde Kinder um dich herum, die vermutlich hyperaktiv sind, deine Gartenrosen niederwalzen und dein Geld klauen, um sich davon Drogen zu kaufen. Und jetzt wechseln wir bitte das Thema. Allein von der Vorstellung kriege ich schon Aggressionen. Inge musterte sie nachdenklich. Vielleicht hatte sie es nur schlecht erklärt. Renate hatte überhaupt nicht verstanden, worauf sie eigentlich hinaus wollte. Es hatte keinen Sinn, es jetzt noch einmal zu erläutern. Sie schob ihre Gedanken beiseite und hakte Renate unter. Dann komm, du kannst mich in ein Wäschegeschäft begleiten. Ich habe nämlich vorhin darüber nachgedacht, dass ich gerne schöne Wäsche kaufen möchte, etwas in der Art, was du immer trägst. Spitze und so. Sofort guckte Renate erfreut. Na also, das ist sehr gut und vorher gehen wir noch einen Shampoos trinken. Zum Wäschekaufen geht man nämlich am besten ein bisschen beschickert. Ja, das gefällt mir. Lächelnd und mit langen Schritten lief Renate der Westerländer Promenade entgegen. Inge stand seitlich vor dem Spiegel und zog den Bauch ein. Wenigstens so gut es ging. Dann atmete sie verwundert wieder aus. Was doch neue Wäsche auslöste. Und sie trug sich sogar sehr angenehm. Natürlich war alles vernünftig geschnitten und ansprechen ihres Alters ausgesucht. Das hatte die freundliche Verkäuferin extra betont, die Inges Verlegenheit bemerkte, als Renate ihr eine sehr modische Garnitur in die Umkleidekabine reichte. Sie war so ein Hauch, sah noch nicht einmal aus wie Unterwäsche. Inge war ja wirklich nicht mehr jung. Aber jetzt trug sie hübschere Wäsche als je zuvor. Und sie fühlte sich ganz wohl damit, trotz ihres kleinen Bauches und der runden Hüften. Sie wollte überhaupt nicht mehr 30 sein. Oder gar 20. Aber sie wollte noch Zeit haben. Zeit für Dinge, die sie in den letzten Jahren vergessen hatte. Obwohl, eigentlich hatte sie sie nicht vergessen. Sie hatte nur gedacht, sie könne sie ja immer noch irgendwann mal machen. Jetzt war sie 64 und für einige Dinge war es Zeit. Höchste Zeit. Weil sie sie sonst gar nicht mehr schaffen konnte. Und das machte ihr manchmal Sorge. Aber jetzt hatte sie ja zumindest schon einen Anfang gemacht. Inge zog die neue Wäsche vorsichtig aus und legte sie sorgfältig zusammen. Dann schlüpfte sie in ihren Schlafanzug und den Bademantel. In einer halben Stunde gab es einen Spielfilm im Fernsehen, den wollte sie noch sehen. Als sie das Fenster öffnete, fuhr gerade ein Auto auf dem Parkplatz vor dem Haus. Inge sah auf die Uhr. Es war schon kurz vor 10, die neuen Gäste reisten ja wirklich spät an. Inge beugte sich vor und hielt die Luft an. Es war Heinz. Um diese Uhrzeit. Sie hatte überhaupt keine Lust, jetzt mit ihrem Bruder zu diskutieren. Sie wollte den Film sehen. In diesem Moment wurde die Beifahrertür geöffnet. Bitte nicht auch noch Charlotte. Aber die Person, die ausstieg, war voluminös und bewegte sich schwerfällig. Vor Schreck blieb Inge der Mund offen stehen. Es war Walter. Mit einem riesigen Rucksack auf dem Rücken. Inge befürchtete, ohnmächtig zu werden. Ohne Rücksicht auf bereits schlafende Gäste wurde jetzt auf den Klingelknopf gedrückt. Es war doch nicht zu fassen. Inge zog ihren Bademantelgürtel fester zusammen und hastete die Treppe hinunter, bevor Heinz oder Walter das ganze Haus weckten. Sie riss die Haustür auf und starrte die beiden an. Überraschung! Heinz lehnte sich lässig an den Türrahmen und lächelte. Hast du etwa schon geschlafen? Mit seinem überdimensionalen silberfarbenen Rucksack sah Walter ein bisschen so aus wie Neil Armstrong beim Betreten des Mondes. Und so bewegte er sich auch. Er wankte zwei Schritte auf sie zu. Na mein Inge, da guckst du, was? Ich habe mich sofort in den Zug gesetzt, als ich von einem Anschlag auf dich gehört habe. Das war ja wohl was. Ich sage dir, wir kriegen eine Revolution. Die Politik von denen da oben, die rächt sich irgendwann. Meine Rede. Zu viele Arme, zu viele Abgaben, alles wird teurer, da müssen noch einige ausflippen und... Walter. Mittlerweile wünschte sich Inge eine Ohnmacht geradezu herbei. Ja? Was hast du denn da für ein Ding auf dem Rücken? Walter versuchte seinen Kopf ein Stück nach hinten zu drehen. Das ist ein Rucksack. Damit kann man eine Weltreise machen. 20 Innentaschen. Frostsicher. Ultraleichter Kunststoff. Ganz prima. Aha. 20 Innentaschen. Und wiegt fast nichts. Heinz schlug begeistert auf das Monstrum, sodass Walter ein Stück vortaumelte. Hat er geliehen. Von... Wie heißt der noch? Von Henning. Das ist der Sohn von meinem ehemaligen Kollegen Paul. Der macht öfter mal eine Weltreise und hat es auch so im Rücken. Und er braucht ihn erst im Oktober zurück. Im Oktober. Inge fühlte sich wie ein traumatisierter Papagei. Sag bloß. Heinz schob sich an Inge vorbei in den Flur. Jetzt komm doch erst mal rein. Kleines Pilz? Walter nickte. Gerne. Das wird auch Zeit. Ich habe mein Wasser schon in Münster ausgetrunken gehabt. Inge, wo hast du denn Bier? In der Gaststube oder sollen wir bei Petra klopfen? Plötzlich erwachte Inge aus ihrer Starre. Unterstädig. Wir klopfen nicht bei Petra und wir gehen auch nicht in die Gaststube. Es ist nach zehn Uhr abends. Was ist eigentlich in euch gefahren? Walter, wieso rufst du nicht an, bevor du dich mit so albernem Gepäck in den Zug setzt? Ich habe doch klar und deutlich gesagt, dass ich ein paar Tage Ruhe brauche. Spreche ich Bulgarisch oder wieso hört mir keiner zu? Ihr Bruder tätschelti ihr den Arm. Nun reg dich doch nicht auf. Wir schlafen da mal drüber und morgen gucken wir weiter. Er zwinkerte seinem Schwager zu und begann umständlich, ihm den Trumpf und Rucksack abzunehmen. Inge Stimme zitterte. Sie wusste selbst nicht, ob vor Wut oder Kälte. Ihr könnt gern drüber schlafen, nur hier nicht. Ich habe ein Einzelbett. Walter, es tut mir leid. Du hattest bestimmt eine anstrengende Fahrt, aber ich habe es dir gesagt. Ich will meine Ruhe und jetzt will ich meinen Film sehen. Also tschüss. Mit hängenden Armen und verblüfften Gesichtern standen Walter und Heinz vor ihr. Walter fand als erster seine Sprache wieder. Ja, wenn du meinst. Heinz hob theatralisch die Hände. Aber wo soll er denn hin? Er kann ja wohl nicht in den Dünen schlafen. Inge musterte nachdenklich den Weltenbummlerrucksack. Wohl nicht. Aber bei euch ist doch Platz. Für eine Nacht kann Walter ja wohl auf der Couch schlafen. Und morgen fährst du wieder nach Hause, Walter. Mir geht es gut. Das hast du jetzt gesehen. Du kannst beruhigt zurück. Sie ignorierte die entsetzte Miene ihres Bruders und sah stattdessen Walter an. Er überlegte einen Moment, dann schüttelte er den Kopf. Das geht nicht. Da muss ein Sonntag dazwischen sein. Das ist schlecht. Wie? Sonntag? Sparpreis. Ich habe die Bahn ausgetrickst. Die normalen Fahrpreise sind ja eine Unverschämtheit. Jetzt habe ich was ausgetüftelt. Das ist sensationell preiswert. Aber wenn ich morgen zurückfahre, ist mein ganzes System hinfällig. Bevor Inge antworten konnte, stellte sich Heinz wie ein Schutzschild vor seinen Schwager. Inge, ich erkenne dich nicht wieder. Und ich schäme mich für dich. Walter, du kommst jetzt mit zu uns. Es ist ja nicht so, dass die ganze Familie durchgedreht ist. Einige von uns haben noch Anstand. Also dann. Wiedersehen. Walter, du kriegst das Ding alleine hoch, oder? Ohne die Antwort abzuwarten, stürmte Heinz an seiner Schwester vorbei nach draußen. Walter bückte sich und schob mühsam seinen Arm in einen der Tragegurte. Inge fühlte plötzlich Mitleid, beugte sich vor und hielt den Gurt hoch. Walter lächelte sie dankbar an. Das ist ein bisschen unpraktisch allein, weißt du, der Hedding ist viel größer als ich, der kommt da irgendwie besser rein. Danke. So. Dann gehe ich wohl mit deinem Bruder mit. Was? Inge strich ihm kurz über die Wange. Ja, Walter. Ich habe es dir extra gesagt. Ich muss ein bisschen allein sein. Sag mal, Inge, was? Aber du bist nicht sauer auf mich, oder? Nein, du hättest nur anrufen sollen. Aber die Fahrkarte war wirklich günstig. Wie lange dauert das denn noch? Also, das mit dir, meine ich. Ach, Walter, du und ich, wir müssen was aus unserem Leben machen. Mal was wagen, auch wenn wir schon in Rente sind. Also wirklich, wenn das heute mal nichts war. Ich bin siebenmal umgestiegen mit dem Ding hinten drauf. Du, und ich habe ein paar nette Leute kennengelernt und das alles für 54,50. Ich muss los. Also, schlaf gut. Du sagst mir, wenn du mich brauchst, ja? Mach ich. Gute Nacht. Inge sah ihm hinterher, wie er ungelenkt zu Heinz wankte. Sie bezweifelte, dass dieses Monstrum von Rucksack wirklich rückenfreundlich war. Johann pfiff das letzte Stück, das die Jazzband gespielt hatte. Beeindruckt sah Christine ihn von der Seite an. Pfeifen konnte er auch noch. Nach dem Konzert hatten die beiden noch einen Cocktail im Hafendeck getrunken und sich dann einträchtig auf den Weg nach Hause gemacht. Christine versuchte, die Tür aufzuschließen, doch irgendetwas Großes versperrte den Eingang. Sie stemmte sich dagegen. Johann, hilf doch mal. Er drückte mit. Gemeinsam schafften sie es, einen kleinen Spalt aufzuschieben. Da liegt was. Toll, das merke ich auch. Christine fing an zu rufen. Papa? Mama? Niemand antwortete. Es ist jedenfalls keine Leiche, skeptisch eugte Johann durch den Spalt. Das ist silbrig. Vielleicht eine Meerjungfrau. Christine funkelte ihn an. Sei nicht albern. Ich versuche es mal hinten. Sie gingen um das Haus herum. In der Hintertür steckte von außen der Schlüssel. Sie liefen auf die Küche zu, aus der Walters triumphierende Stimme drang. Dreierparsch. Ha! Da guckt ihr aber. Guten Abend. Christine blieb im Türrahmen stehen. Johann hinter ihr. Was liegt denn da hinter der Haustür? Sie geht nicht auf. Christine, Kind! Walter strahlte sie an. In der Hand hielt er einen Würfelbecher. Vor ihm stand ein Bier. Daneben waren sehr akkurat Münzen in drei Türmchen gestapelt. Ich bin am Gewinn. Du musst deinem Vater mal fünf Euro leihen. Er hat nämlich nichts mehr auf der Naht. Wer ist denn das da hinter dir? Wohl ein neuer Freund. Was? Kommen Sie ruhig rein. Wenn Sie Geld dabei haben, können Sie gleich mitkniffeln. Heinz, dessen Zungenspitze hektisch über die Unterlippe fuhr, hatte unterdessen konzentriert eine Zahlenreihe durchgerechnet. Ein Euro siebzig. Walter, du schummelst. Und du hast noch nicht einmal gezahlt. Johann, das ist mein Onkel Walter, der Mann von Tante Inge. Wo ist sie eigentlich? Im Bett. Die Glückliche. Mit unergründlichem Blick wickelte Charlotte ein Duplo aus und schob es in den Mund. Nimm die ruhige Schokolade. Wir haben genug. Das kann man wohl sagen. Walter deutete auf einen Karton auf dem Schrank. Gastronomiepackung. Da bekommst du 15 umsonst. Habe ich in der Metro gefunden. Die bringe ich jetzt immer als Gastgeschenk mit. Nein, danke. Interessiert versuchte Christina anhand des Papierhaufens die Schokoladenregel abzuschätzen, die ihre Mutter im Laufe des Abends schon in sich reingestopft hatte. Es waren sehr viele. So. Vorsichtig schob Onkel Walter seine Münzentürme zusammen. Knüffeln wir noch eine Runde? Langsam stand Charlotte auf und drückte eine Hand auf den Magen. Mir ist schlecht. Haben wir noch irgendwo Kompensan? Im Badezimmerschrank, wo es hingehört. Unbeirrt rechnete Heinz weiter. Walter kontrollierte von der Seite. Neun minus sieben ist zwei. Hier stimmt es nicht. Ich habe noch mehr gewonnen. Eins neunzig. Siehst du, mein Lieber, ich hatte das doch im Gefühl. Christine ließ ihre Mutter vorbei. Was liegt denn nun im Flur, genau vor der Tür? Mein Rucksack. Walter schüttelte den Würfelbecher in beiden Händen und lächelte vergnügt. Ganz tolles Teil. Habe ich geliehen. Da geht Kleidung für vier Wochen rein. Das Waschzeug ist in einer extra Seitentasche. Und für Unterlagen und so gibt es noch Innentaschen mit Reißverschlüssen. Guck dir den ruhig an. Hat er wirklich vier Wochen gesagt? Murmelte Charlotte hinter Johans und Christines Rücken. Mit einer Tablettenschachtel in der Hand war sie unbemerkt zurückgekommen. So viel Duplo kann ich niemals essen. Sie stellte sich auf die Zehenspitze, um in die Küche zu schauen. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Walter, das Bettzeug liegt schon auf dem Sofa. Nacht. Nacht. Und ihr, Christine? Ungeduldig schaute Heinz hoch. Entweder ihr kniffelt mit oder ihr geht ins Bett. Dieses Rumstehen in der Tür macht mich ganz nervös. Nacht, Papa. Nacht, Onkel Walter. Christine zog Johann entschlossen am Pullover. Wir sind müde. Viel Spaß noch. Statt einer Antwort ließ Walter den Würfelbecher auf den Tisch knallen. Kurz bevor sie ins Bett ging, klopfte Christine noch an die Schlafzimmertür ihrer Eltern und ließ sie von ihrer Mutter über die neuesten Entwicklungen aufklären. Als sie sich endlich neben Johann ausstreckte und tief durchatmete, schob er seinen Arm unter ihren Nacken. Und? Meine Mutter steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch, Onkel Walter will die Kurverwaltung verklagen, mein Vater verzockt seine Rente beim Kniffeln und Tante Inge tut immer noch so, als wäre nichts. Das heißt, alles in bester Ordnung. Er lachte leise und küsste sie auf die Schulter. Also hat Inge sich nicht gefreut, als ihr Mann kam? Sie hat ihn rausgeschmissen. Deshalb schläft er jetzt hier. In Anbetracht dieses Monsterrucksacks wohl auch für länger. Johann sah sie nachdenklich an. Sag mal, sollen wir uns für die nächsten Tage nicht lieber ein Hotel suchen? Vielleicht entspannt sich für deine Mutter die Sache ja auch etwas, wenn Walter hier oben schläft und wir weg sind. So viel zu dem Vorhaben, Johann zu beweisen, dass ihre Familie ganz normal und reizend war. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht hast du recht. Ich spreche mal mit meiner Mutter darüber. Sie stellte sich ein ruhiges, kleines Hotel vor. Dicht am Wasser, ein breites Bett, vielleicht eine Sauna im Haus, ein nettes Restaurant. Auf alle Fälle aber kein Heinz, kein Walter, keine Inge, keine drohenden Nervenzusammenbrüche, nur sie und Johann. Gleich morgen würde sie ihren Eltern diesen grandiosen Vorschlag machen. Lächelnd rollte sie sich zu Johann. Du hast immer so wunderbare Ideen. Vor seinem Kuss schloss sie die Augen. Heinz und Charlotte hörten sofort auf zu reden, als Christine am nächsten Morgen in die Küche kam. Was ist? fragte sie irritiert. Ihr könnt ruhig weiterreden. Nichts, antwortete Heinz. Deine Mutter und ich haben nur gerade festgestellt, dass wir völlig unterschiedliche Auffassungen von Familienleben haben. Wieso? Mit einem genervten Gesichtsausdruck winkte Charlotte ab. Er redet Blödsinn. Wolltest du Kaffee, Christina? Ich rede keinen Blödsinn. Ich weigere mich nur, meinen angeheirateten Schwager unter die Brücke zu schicken. Ein Schwager ist immer angeheiratet, erklärte Christine in dem Versuch, ihre Eltern zur Vernunft zu bringen. Es nützte nichts. Ich will Walter nicht unter die Brücken schicken, Herrgott. Der Mann ist pensionierter Steuerinspektor. Er hat eine gute Rente. Er kann sich doch wohl ein paar Tage ein Hotelzimmer leisten, bis deine Schwester sich besonnen hat. Meine Schwester besinnt sich nicht, die hat eine Krise und ich werde herausfinden, wieso. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du Walter aus dem Haus jagst. Schluss jetzt! Christine schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Ihre Eltern zuckten zusammen. Sagt mal, seid ihr noch bei Trost? Es muss überhaupt niemand unter eine Brücke. Johann und ich ziehen ins Hotel. Heinz fing sich als erster. Was soll das denn? Du musst doch nicht ausziehen, nur weil Onkel Walter ein paar Tage hier schläft. Wir haben doch genug Platz. Siehst du, Charlotte, das kommt davon, dass du mit mir streitest. Jetzt vertreiben wir sogar schon die Kinder. Wenigstens hatte er wir gesagt, dachte Christine und fühlte sich irgendwie müde. Ach, Papa, es ist doch viel entspannter, wenn Onkel Walter oben wohnt und nicht auf der Couch schlafen muss. Wir können ja morgens immer zum Frühstück kommen. Johanns entschlossenes Räuspern verhinderte noch mehr Versprechungen. Guten Morgen, sind wir zu spät? Charlotte lächelte ihn mühsam an. Nein, nein, morgen, Johann. Der Café läuft gerade durch. Gut geschlafen? Ja, danke. Er wechselte einen Blick mit Christine. Ich habe zwei Hotels gefunden, die beide noch was frei hatten. Wir können nachher gleich mal hinfahren. Christine lächelte erleichtert. Gut, ich decke mal den Frühstückstisch. Johann saß bereits auf der Terrasse und beobachtete regungslos Charlotte, die in den Blumenrabatten hockte und kleine blaue Kügelchen verstreute. Christine deckte den Tisch. Walter drängelte sich neben Johann. Gib mir doch mal so ein kleines Brötchen und die Marmelade. Abrupt hob Charlotte in diesem Moment den Kopf. Da ist jemand an der Gartenpforte. Jetzt hörte Christine es auch. Irgendjemand klapperte am Drücker, das Scharnier quietschte. Und dann erklang eine Stimme, die bei Christine einen Schweißausbruch auslöste. Heinz? Heinz? Heinz runzelte die Stirn, doch plötzlich erhellte ein Lächeln sein Gesicht. Das ist doch... Kalli! Was machst du denn hier? Charlotte, Christine, guck doch mal! Unser alter Kalli, das ist ja... Charlotte erhob sich schwerfällig. Das ist jetzt nicht wahr. Er war es tatsächlich. Kalli, der älteste Freund von Heinz, schüchtern, höflich, umständlich und schnell zu begeistern. Auf Norderney, wo er lebte, hatte er im letzten Jahr jede noch so idiotische Idee seines Freundes unterstützt. Er hatte sich an Johans Observierung genauso beteiligt wie an der Zerrüttung aller weiblichen Nerven. Kalli trug eine Sporttasche in der Hand. Er war sehr blass, seine Haare standen wild vom Kopf ab und seine Sonnenbrille saß etwas schief. Hallo, mir ist vorhin so furchtbar übel gewesen. Kann ich mich hier ein bisschen ausruhen? Voller Begeisterung packte Heinz seinen alten Freund an den Oberarmen. Wo kommst du denn her? Wieso bist du nicht auf Norderney? Ist Hanna auch hier? Das ist mein Schwager, Walter, inges Mann. Christine und Johann kennst du ja. Willst du mit uns frühstücken? Kann ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Heinz beugte sich zu ihm. Was ist denn passiert? Wieso bist du hier? Ach, die Kinder haben mir doch zum Geburtstag einen Flug geschenkt, weil ich noch nie geflogen bin. Und weiter? Wo sollst du hinfliegen? Ich bin ja geflogen. Heute Morgen. Mit so einem Piloten, den man chartern kann. Schon über Helgoland ist mir übel geworden. Und über Föhr musste ich spucken. Deshalb sind wir in Westerland notgelandet. Sobald wir unten waren, ging es wieder. Aber ich steige da nicht wieder ein. Ich bin noch nicht lebensmüde. Diese blöde Fliegerei. Walter schüttelte verständnisvoll den Kopf. Da wird Energie verschleudert wie nur was. Es ist laut, gefährlich und schlecht wird einem auch noch. Ich fahre immer mit der Bahn und ich kann dir erklären, wie man das sehr kostengünstig hinkriegt. Ich habe da ein ganz tolles System entwickelt. Danke, das ist sehr nett. Weiß Hannah denn, wo du bist, wollte Charlotte wissen, oder steht sie jetzt auf Norderney am Flughafen und wartet auf dich? Ich muss sie noch anrufen, aber ich wäre auch sowieso erst heute Abend wieder zurück gewesen. Kann ich heute hier übernachten? Natürlich, Heinz ignorierte den panischen Blick seiner Frau. Du kannst auch gern ein paar Tage bleiben, bis du dich vollständig erholt hast. Das war dann ja ein richtiger Schock für dich. Das ist in unserem Alter gar nicht gut. Mit Walter sind wir jetzt zu dritt. Da können wir Skat spielen, anstatt dieses blöde Kniffeln. Heinz, gleich Schatz, hast du denn überhaupt Waschzeug dabei, Kalli? Und Wäsche? Nein? Na egal, du und ich haben ja dieselbe Größe und Walter hat auch so viel dabei. Das geht schon. Heinz, kommst du bitte mal mit in die Küche? Ich muss mit dir reden. Augenblick und ich Heinz jetzt! Ohne ihren Mann eines Blickes zu würdigen, rief Charlotte die Kaffeekanne an sich und ging ins Haus. Heinz sah seine Tochter an. Willst du mal lieber hinterher gehen? Papa. Ja dann, Kalli, Walter entschuldigt mich für einen kleinen Moment. Er ging langsam ins Haus. Kalli sah Johann erleichtert an. Und, junger Mann, sonst alles klar? Christine stöhnte auf und lief ihrem Vater hinterher. Es konnte durchaus sein, dass es gleich Verletzte gab. Inge blieb kurz in der Tür vom Kaffee Wien stehen und schaute sich suchend um. Als sie Annika an einem der hinteren Tische entdeckte, lächelte sie und ging mit schnellen Schritten auf sie zu. Guten Morgen! Schön, dass du Zeit hast. Annika legte eine Zeitschrift zur Seite. Hallo, Till hat mittwochs immer zur dritten Stunde Unterricht, deshalb arbeite ich erst ab Mittags. Ich kann ihn vormittags nirgendwo unterbringen. Nach der Schule geht er zur Nachbarin und um 16 Uhr zum Sport. Von da hole ich ihn dann ab. Gastronomie und Kind, das ist schwer, oder? Wo ist denn der Vater? In Berlin, aber das ist kein gutes Thema, das müssen wir nicht vertiefen. Entschuldigung, ich wollte nicht neugierig sein. Annikas Handy klingelte. Annika Jakob? Ach, das ist ja blöd. Und es kann auch niemand anders einspringen? Na gut, dann weiß ich Bescheid, danke und gute Besserung. Ja klar, tschüss. Sie legte auf. Das nervigste ist wirklich dieses dauernde Organisieren. Was ist denn passiert? Tills Tränen hat einen Magen- und Darm-Virus, deshalb fällt das Training heute aus. Ich muss eben mal Theresa anrufen und fragen, ob Till länger bei ihr bleiben kann. Moment, Till wollte doch so gerne mit mir ins Aquarium, das könnten wir doch heute machen. Wirklich? Das wäre natürlich toll. Dann ist seine Enttäuschung auch nicht ganz so groß, dass ein Handballtraining ausfällt. Wann genau musst du eigentlich aus deiner Wohnung raus? Zum 30. September. Aber ich muss vorher eine neue Wohnung finden. Till muss ja an eine neue Schule, er kann in seinem Alter nicht jeden Morgen mit der Bar nach Westerland fahren. Das wird schon stressig genug mit seinem Sportverein. Aber alles kann ich ihm ja nun auch nicht wegnehmen und der Schulwechsel geht am besten zu Beginn des neuen Schuljahres. Und wenn ihr auf Sylt doch eine Wohnung findet? Wir haben ja schon mal drüber geredet. Eine leichte Röte überzog Annikas Gesicht. Ach, unser erstes Gespräch. Inge, nichts für ungut. Aber ich habe gedacht, das hättest du nach all dem Sekt längst vergessen. Ich weiß noch ganz genau, worüber wir an dem Tag gesprochen haben. Aber sag mal was anderes. Könntest du dir vorstellen, in einer Hausgemeinschaft zu wohnen? Was meinst du mit Hausgemeinschaft? Mit fremden Leuten? In einer Wohngemeinschaft? Nein, aus dem Alter bin ich raus. Das habe ich früher mal gemacht. Das meine ich nicht. Ich rede von einer Hausgemeinschaft. Also alle haben eine Wohnung für sich, aber es gibt auch einen Gemeinschaftsraum, in dem man vielleicht zusammen ist oder Fernsehen guckt oder Karten spielt. Gerade für Frauen wie dich wäre das ideal. Es wäre immer jemand da, der sich auch mal um Till kümmert. Du wärst abends unter Menschen statt allein und die ganze Organisation wäre viel einfacher. Schöne Theorie, aber so eine Hausgemeinschaft muss man erstmal finden. Und ich vertraue meinem Sohn nicht gleich jedem an. Aber es ist eine schöne Idee, wie im Film. Aber mal zurück zur Realität. Du hattest doch gesagt, du wüsstest vielleicht eine Wohnung für uns in Wenningstedt. Ist denn daraus was geworden? Ja, es kann gut sein, dass im Haus einer Bekannten eine Dreizimmerwohnung frei wird. Die Chancen stehen sehr, sehr gut. Und ihr könntet auf Sylt bleiben. Skeptisch sah Annika sie an. Wo ist denn das Haus? Und wie viele Leute wohnen da noch? Ich habe die Straße vergessen, ganz zentral jedenfalls. Und es sind, glaube ich, insgesamt vier Wohnungen. Sehr nette Leute, habe ich zumindest gehört. Weißt du denn, wie hoch die Miete ist? So ganz billig ist Wenningstedt ja auch nicht. Viel mehr als 600 Euro kann ich in keinem Fall zahlen. Dafür sorge, du, das klappt schon. Ich habe ein gutes Gefühl. Sie griff nach Annikas Hand und drückte sie enthusiastisch. Glaub mir, es wird alles gut. Christine fühlte sich endlich vom Chaos befreit. Das Zimmer in dem kleinen Hotel, das Johann gefunden hatte, war bezaubernd, das Personal freundlich und Johann so offensichtlich erleichtert, dass ich bei ihr wieder Ferienstimmung einstellte. Alles richtig gemacht, sagte sie und drückte Johanns Arm. Jetzt fahren wir zurück, holen unsere Sachen und machen nur noch Urlaub. Ab und zu können wir bei meinen Eltern vorbeischauen, höchstens ab und zu. Hast du ein schlechtes Gewissen? Nein, na ja, vielleicht ein bisschen, weil meine Mutter jetzt allein mit den drei Männern ist. Das warst du auf Norderney auch, mit Kalli und Heinz. Und Walter ersetzt locker Ono und Carsten zusammen, ganz locker. Diese drei zusammen sind noch anstrengender, finde ich. Und Heinz hat hier ein Heimspiel. Auf Norderney war er wenigstens fremd und hat sich zusammengerissen. Zusammengerissen? Ist das sein Ernst? Ich glaube, er wurde von Christines Handy unterbrochen. Auf dem Display stand Mama. Christine ging ran. Ja? Wo seid ihr gerade? Die Stimme hörte sich zum Glück nicht nach Nervenzusammenbruch an. Wir sind noch auf dem Parkplatz vom Watthof. Wir haben ein schönes Zimmer gebucht, jetzt kommen wir nach Hause und holen unsere Sachen. Am anderen Ende der Leitung blieb es still. Christine redete schnell weiter. Weißt du, das ist viel entspannter. So können Walter und Kalli oben in der Wohnung schlafen, du hast unten deine Ruhe, machst denen nur ein bisschen Frühstück und gut isst. Charlottes Stimme klang gepresst. Frühstück? Und du meinst, das reicht? Ach Mama, jetzt sei doch nicht sauer. Johann und ich haben nur diese zwei Wochen und wir können uns doch nicht oben ausbreiten, wenn Onkel Walter und Kalli auf irgendwelchen Matratzen schlafen. So ist es jetzt gut gelöst und ich kann ja vorbeikommen und dir helfen. Johann hustete warnend, was Christine aber ihrer Mutter zuliebe überhörte. Wir können abends kochen, das haben wir auf Norderney auch gemacht und mittags gibt es ein Würstchen oder belegte Brote und hier wird überhaupt nicht gekocht. Charlottes Ton ließ Christines Redestrom augenblicklich versiegen. Jedenfalls nicht von mir. Was du machst, ist deine Sache. Ich habe gerade eben deinen Bruder angerufen. Georg fährt morgen für eine Woche nach Köln. Geschäftsreise. Er hat gesagt, solange ich nicht auf die Idee komme, seine Wohnung zu putzen und Gardinen aufzuhängen, könnte ich bei ihm wohnen. Der Zug fährt um 13.30 Uhr. Könnt ihr mich zum Bahnhof bringen? Aber du kannst doch nicht einfach abhauen. Du, wieso nicht? Das hat Inge doch auch getan. Für diesen Männerzirkus fehlen mir einfach die Nerven und so viel Schokolade kann ich gar nicht essen. Also fahrt ihr mich? Ja klar, bis gleich. Verstört, drückte Christine den roten Knopf. Jetzt haut meine Mutter auch noch ab. Nach Hamburg zu meinem Bruder und die drei Männer bleiben allein zu Haus. Vergnügt, klimperte Johann mit dem Zimmerschlüssel. Da haben wir ja alles richtig gemacht. Inge zog ihre Strümpfe aus und rollte sie zusammen. Dann drehte sie sich zu Till um, der hinter ihr im Sand saß und sich sorgfältig die Hosenbeine hochkrempelte. Das Aquarium hatte dummerweise geschlossen. Zum Glück hatte Till es gewusst, sonst wären sie umsonst hingefahren. Trotzdem hatte der kleine Junge sich gefreut, als Inge ihn abholte. Dann fahren wir eben zum Strand, an unsere Stelle, wo Mama und ich auch immer baden. Ich habe eine neue Schaufel bekommen, die kann ich da ausprobieren. Jetzt saß Inge also mit nackten Füßen am Flutsaum und sah einem Achtjährigen zu, der mit konzentriertem Gesichtsausdruck den größten Staunamm seiner Karriere baute. Es überraschte sie, wie vertrauensvoll er war, obwohl er sie erst so kurz kannte. Vielleicht merken Kinder aber auch, wessen Herzen sie zum Schmelzen brachten. Und Inges Herz war bereits eine große Pfütze. Sie ging ein paar Schritte am Flutsaum entlang, die nackten Füße im Wasser. Es war noch kalt, aber es war ja auch erst Anfang Mai. Sie sah hoch zur Dünenkante. Dort baute jemand eine Sandburg. Inge setzte ihre Sonnenbrille auf, konnte aber nur die Schaufel, einen Arm und eine grün-weiße Schirmütze erkennen. Eine tiefe Stimme bellte knappe Anweisungen. Inge, guck mal, ich bin fertig. Sie drehte sich zu Till um, der stolz auf seinen Staudamm zeigte. Super, das ist der größte Staudamm, den ich jemals gesehen habe. Till nickte zufrieden. Und jetzt bauen wir eine Sandburg da oben. Er deutete in die Richtung, in der bereits eine Burg entstand. Oh, da sind ja schon welche. Egal, vielleicht sind da auch noch andere Kinder. Darf ich trotzdem? Ja klar, lauf. Gerührt sah sie ihm nach, wie er zur Sandburg rannte und vorsichtig über den Wall lugte. Die Schaufel der grün-weißen Schirmütze hielt daraufhin inne. Jetzt drehte sich Till zu ihr um und winkte sie zu sich. Als sie näher kam, entdeckte sie einen weiteren Kopf in der Burg. Inge hielt die Luft an. Diese Schirmmütze, gelb-schwarz, die hatte Walter auch. Sie musste über sich selbst den Kopf schütteln. Borussia Dortmund hatte Hunderttausende davon verkauft. Ruhig ging sie weiter, bis sie die Stimme hörte. Na, dann guck dir mal an, wie vernünftige Sandburgen gebaut werden. Walter. Und jetzt sah er sie auch. Mensch, Inge, was machst du denn hier? Guck mal, Kalli, da ist meine Frau. Hallo Kalli, das ist dir eine Überraschung. Kann Till hier mitbauen oder wollt ihr alleine spielen? Nein, nein, wir können jede Hand gebrauchen. Komm rein, Till, wir sind noch am Ausschachten. Kalli hob ihn über die Kante, dann folgte er ihm. Inge sah ihren Mann verwundert an. Ihr baut eine Sandburg? Kalli und du? Heinz auch. Der ist eben nur schnell zum Auto. Er meinte, er hätte noch Pappe im Kofferraum liegen, damit wird er bodenfester. Ah, da kommt er schon. Hallo Heinz, guck mal, wer hier ist. Heinz, mit Pappe und drei Holzbrettern beladen, lief freudig überrascht auf seine Schwester zu. Das ist ja toll. Hast du uns gesucht? Ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass drei Rentner hier allein Sandburgen bauen. Das macht man mit Enkelkindern. Walter und ich haben ja keine Enkel und Kallis sind in Bremen. Was sollen wir machen? Walter nickte. Ich hätte gern welche, das kannst du mir glauben, aber mit unserer Tochter wird das ja nichts mehr. Genau. Heinz reichte ihm die Pappe. Ach, das ist doch der kleine Till, der Sohn von dieser Annika, oder? Kalli, bellte Walter in Kallis Richtung. Die Wand rieselt, das ist doch Pfursch. Kopfschüttel sah er seine Frau an. Lachhaft, macht schon im Ansatz Baufehler. Seufzend ließ Inge sich in den Sand fallen. Dann baut weiter, aber eins sage ich euch, kein Streit vor dem Kind, es ist erst acht. Inge, guck doch mal. Die Sonne blendete sie. Inge gehnte und richtete sich auf. Sie war tatsächlich einen Moment eingenickt. Till stand ungeduldig vor ihr und zeigte auf die Sandburg. Walter hat einen Holzfußboden reingemacht und das Wohnzimmer ist ganz groß und die Schlafzimmer ganz klein, aber Kalli hat die Küche vergessen. Schlaftrunken blinzelte Inge an ihm vorbei. Die Küche? Ja, stell dir vor, aber Heinz hat gesagt, dann gehen wir eben essen. Setz dem Kind ruhig Krabben in den Kopf, röhrte Walter aus den Tiefen der Sandburg. Essen gehen, als wenn das nichts kostet, nur weil Herr Kalli sich vertan hat. Ich habe mich nicht vertan, Sandburgen haben nie Küchen. Na Inge, ausgeschlafen? Erschrocken fuhr Inge hoch. Sie hatte fast zwei Stunden geschlafen. Till, wir müssen los, deine Mama wartet. Och Mensch, mein Zimmer ist noch nicht fertig und wir sind doch noch gar nicht eingezogen. Schnauben zog Walter sich hoch und antwortete, so ein Haus baut man nicht an einem Tag, nicht wenn es was Besonderes werden soll. Da müssen wir morgen wohl noch mal ran. Für heute ist Feierabend. Männer, pack das Werkzeug ein. Meinst du, ich darf morgen wieder her? Till zog Inge eifrig am Ärmel. Walter warf Till einen aufmunternden Blick zu. Inge sah ihren Mann nachdenklich an, dann wandte sie sich an Till. Das können wir gleich mit deiner Mama bereden, sonst ist es im Baustopp, bis du Zeit hast. Walter lächelte ihr zu. Dann drückte er sich seine Mütze zurecht und drehte sich zu Heinz und Kalli um. Seid ihr soweit? Charlotte wartet bestimmt schon mit dem Essen auf uns. Als Inge und Till die Badezeit betraten, war es kurz nach sechs. Sie hatten eine halbe Stunde überzogen. Annika deutete auf einen kleinen Zweiertisch am Fenster. Kaffee? Wasser bitte, antwortete Inge und schob Till zum Tisch. Annika brachte zwei Gläser und zog einen dritten Stuhl heran. Na mein Schatz, war schön am Strand? Strahlend nickte er. Das war super. Walter ist nett. Heinz auch. Und Kalli erst recht. Wir haben ein Haus gebaut. Genau so eins will ich auch haben. Nur mit Küche. Aber das sage ich Kalli lieber nicht. Da können wir denn alle drin wohnen. Walter, Heinz, Kalli, Inge, du und ich. Verständnislos sah Annika erst ihren Sohn und dann Inge an. Mein Mann, mein Bruder und dessen ältester Freund. Wir haben uns zufällig am Strand getroffen. Die Herren haben manchmal eigenartige Ideen. Annika schickte Till zum Händewaschen. Inge nutzte den Moment und holte tief Luft. Annika, ich denke, ich sollte dir etwas erzählen. Ich wollte eigentlich noch nicht darüber reden, weil noch nicht alle Formalitäten erledigt sind, aber vielleicht kannst du mir ja versprechen, es vorerst für dich zu behalten. Annika sah sie fragend an und nickte vorsichtig. Ich habe in Wenningstedt ein Haus geerbt. Von meiner alten Lehrerin, Anna Nissen. Sie ist vor zwei Monaten gestorben. Inge hatte den Kopf abgewandt und sah hinaus auf die Brandung. Alte Erinnerungen stiegen wieder hoch. Als ich so alt war wie Till, hatte ich eine beste Freundin. Sinje Nissen. Wir waren dauernd zusammen, machten alles gemeinsam. Im Sommer waren wir jeden Tag am Strand. Wir konnten beide gut schwimmen. Bis zu diesem grauenhaften Sonntag im Juli. Es war sehr heiß. Sinje und ich wollten vor dem Abendessen schnell nochmal ins Meer springen. Sinje war als Erste im Wasser. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Vielleicht hat sie einen Krampf bekommen. Vielleicht war sie auch zu lange in der Sonne gewesen. Vielleicht war es die Strömung. Jedenfalls sah ich ihren Kopf auf einmal nicht mehr vor mir. Irgendwie habe ich es geschafft, zu ihr zu schwimmen. Ich habe sie unter den Armen gepackt. Sie hat sich überhaupt nicht mehr bewegt. Inge schluckte die Tränen weg. Es war so lange her und trotzdem waren die Bilder noch so deutlich. Annika nahm ihre Hand. Und dann? Es waren Spaziergänger am Strand. Sie haben mir geholfen. Ein Mann war Arzt, aber er konnte nichts mehr machen. Sinje war tot. Wie alt wart ihr damals? fragte Annika mit belegter Stimme. Wir waren zwölf. Inge kramte in ihrer Handtasche nach einem Taschentuch. Das ist ja furchtbar. Inge putzte sich die Nase. Ja. Und weißt du, was das Allerschlimmste war? Annika schüttelte den Kopf. Keiner wusste, dass Sinje Annas leibliche Tochter war. Alle haben gedacht, sie wäre ein Pflegekind gewesen, das Anna nach dem Krieg adoptiert hat. Aber eine Schwangerschaft lässt sich doch nicht verheimlichen. Inge schaute wieder aufs Wasser. Wir sind beide 1944 geboren, noch im Krieg. Anna war damals Krankenschwester. 1941 ist sie nach Flensburg gegangen, ins Lazarett, um da zu arbeiten. Dort ist auch Sinje zur Welt gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie Anna das allein hinbekommen hat. Als der Krieg vorbei war, kam sie mit dem Kind zurück auf die Insel und erklärte allen, Sinjes Eltern seien bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Alle haben ihr geglaubt. Ihre Eltern, ihre Freunde, alle. Man wusste ja auch nie etwas von einem Mann in Annas Leben. Ihre Eltern haben sich dann um Sinje gekümmert, während Anna in Kiel war, um zu studieren. Danach bekam sie die Stelle als Lehrerin in Westerland. Sie wurde meine Klassenlehrerin und Sinje meine Freundin. Atemlos hatte Annika zugehört. Und woher weißt du, wie das alles gewesen ist? Das hat Anna mir erzählt. Ich bin die Einzige, mit der sie jemals darüber gesprochen hat. Das war bestimmt erst zehn Jahre nach Sinjes Tod. Ich war 22 und sie musste sich endlich mal von der Seele reden. Sie hat mich immer als ihre Ersatztochter betrachtet. Deswegen hatten wir auch eine so enge Verbindung. Meine Familie weiß, dass wir immer Kontakt hatten. Wie innig der tatsächlich war, haben sie aber nie mitbekommen. Nachdem ich dann von der Insel weg bin, um Walter zu heiraten, haben wir bestimmt zweimal pro Woche telefoniert. Weißt du, wir fanden immer Themen, über die wir uns unterhalten konnten. Es wurde nie langweilig. Einmal im Jahr sind wir miteinander verreist. Immer eine Woche im Mai. Anna suchte die Ziele aus. Paris, London, Oslo, Mallorca. Die letzte Reise vor drei Jahren ging nach Island. Danach wollte sie nicht mehr verreisen. Sie hatte alles gesehen, was sie sich vorgenommen hatte. Ich vermisse sie so. Das glaube ich dir. Und wer war sinniers Vater? Inge hob die Schultern. Das ist Annas Geheimnis geblieben. Darüber hat sie nie gesprochen. Ich weiß nur, dass er sie unterstützt hat. Sie hatte zwar ihr Lehrerinnen-Gehalt und auch ein bisschen was von ihren Eltern geerbt, aber ein Haus hätte sie davon nie bezahlen können. Weißt du, ich dachte immer, sie wohnt da zur Miete. Dass sie die Eigentümerin ist, habe ich erst durch das Testament erfahren. Und du hast jetzt das Haus geerbt und hast deshalb eine Wohnung für uns? Inge nickte. Genau. Es sind vier Wohnungen. Drei waren bislang Ferienapartments und in einer wohnte Anna selbst. Ich war mit dem Testament schon beim Notar und warte jetzt auf den Erbscheinsantrag, mit dem ich dann nach Niebel zum Nachlassgericht muss. Erst dann ist es offiziell. Bis dahin muss alles unter uns bleiben. Wenn Walter was davon erfährt, ist der Verkauf sofort beschlossene Sache und das will ich nicht. Plötzlich schloss sie ein Gedanke durch den Kopf. Der Erbscheinsantrag war noch gar nicht da. Marc hatte ihr den eigentlich vorbeibringen und sie zum Gericht begleiten wollen. Seit dem Einbruch hatte er sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Gleich morgen würde sie in der Kanzlei anrufen. Doch jetzt hatte sie etwas anderes zu tun. Wollen wir hinfahren? Damit ihr das Haus sehen könnt? Annika lächelte sie an. Es wäre zu schön, wenn das klappt. Also los, mein Auto steht in der Käpten-Christiansen-Straße. Wir sind gleich da. Da vorne ist es, das Rotklinkerhaus. Du parkst am besten hier. Was ist denn da los? Erschrocken beugte sie sich vor, während Annika den Wagen auf einen Seitenstreifen lenkte und den Motor ausstellte. Dann folgte sie Inges Blick, die plötzlich ganz blass geworden war. Die Haustür und alle Fenster standen sperrangelweit offen. Ein silberner Mercedes mit Hamburger Kennzeichen parkte direkt vor dem Haus, daneben standen zwei Männer. Der kleinere der beiden, blond, in Jeans und Sakko, redete auf den größeren Dunkelhaarigen ein. Beide hatten Klemmbretter in der Hand, der größere machte sich Notizen. Inge war wie gelähmt. Das gibt es doch gar nicht. Was machen die denn da? Annika war schon ausgestiegen. Till, du bleibst bitte einen Moment im Auto sitzen, ja? Inge, ich glaube, ich kenne den Dunkelhaarigen. Lass mich reden, ich kriege das raus. Mit langen Schritten ging sie auf das Haus zu. Inge folgte ihr aufgeregt. Jörn, rief Annika in die Richtung der beiden. Jörn Tietjen? Der dunkelhaarige Mann fuhr herum und sah Annika verblüfft an. Wer? Annika? Tatsächlich. Annika Jakob. Das ist ja toll. Was treibt dich denn hierher? Willst du mir Konkurrenz machen? Sie lächelte und wandte sich an Inge. Darf ich dir Jörn vorstellen? Jörn Tietjen, ein alter Studienkollege von mir. Jörn, das ist, ähm, meine Tante. Angenehm, erdrückte Inge herzlich die Hand. Sehr angenehm, fand Inge und registrierte dann erst, was Annika gesagt hatte. Ein Studienkollege? Ihre Nichte und ich haben in Berlin zusammen Architektur studiert, zumindest bis sie dann nach Hamburg wechselte. Bist du selbstständig oder in einem Architekturbüro angestellt? Weder noch. Ich arbeite inzwischen in einer ganz anderen Branche. Bist du beruflich hier? Ja, ich soll dieses schöne Haus hier umbauen, in acht Ferienwohnungen. Ein Großprojekt. Ich liebe sowas. Er zog den blonden Mann näher. Guido, das hier ist eine ehemalige Studienkollegin von mir, Annika Jakob, mit ihrer Tante. Und das ist Guido Schneider, einer der Inhaber der Verwaltungsgesellschaft, der das Haus gehört. Inge machte ein Gurgeln des Geräusches und knickte in den Knien ein. Dankbar registrierte sie Annikas festen Griff an ihrem Arm. Guten Tag, Herr Schneider. Annika musterte ihn von oben bis unten. Ihnen gehört das Haus? Wir dachten, es gehört Ananissen. Wollten Sie sie besuchen? Guido Schneider hatte noch nicht mal gegrüßt, dachte Inge. Er hatte etwas Unangenehmes und starrte Annika herablassend an. Ganz anders als dieser Jörn. Die ist tot. Seit zwei Monaten. Kannten Sie sie? Nein, nicht richtig. Aber meine Tante war vor 50 Jahren mal in den Ferien hier. Kinderverschickung. Und jetzt wollte sie mal gucken, wie es ihr so geht. Tja, Frau Jakob, abschätzig musterte Guido Schneider Inge, die keine Lust hatte, den falschen Namen richtig zu stellen. Da sind sie leider zu spät. Frau Nissen hat auch keine Kinder oder sonstige Familie gehabt, zu denen ich sie jetzt schicken könnte. Frau Nissen hat mir und meinem Partner das Haus vermacht. Wir waren die einzigen, die sich um die alte Dame gekümmert haben. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ansonsten müssen Sie uns entschuldigen. Wir haben hier noch einiges zu erledigen. Inge schwieg fassungslos. Annika war nervenstärker. Nein, danke. Jontitchen hielt Annika, die sie schon umgedreht hatte, am Arm fest. Warte mal, in welchem Hotel seid ihr denn? In keinem. Ich lebe hier. Wirklich? Du, ich bin bis nächsten Samstag auf der Insel. Wollen wir mal essen gehen? Das müssen wir doch feiern. Also ich meine, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Ich sage dir, es gibt keine Zufälle. Alles ist Schicksal. Hier, meine Handynummer. Ruf mich an. Egal wann. Also ich meine, wenn du Lust hast. Ich würde mich sehr freuen. Wirklich. Er findet sie hinreißend, stellte Inge fest, die gewartet hatte. Vielleicht war er früher mal in sie verliebt gewesen. Sie sollte die Einladung annehmen, dachte sie, bevor ihr wieder einfiel, dass sie im Moment ganz andere Probleme hatte. Trotzdem registrierte sie zufrieden, dass Annika die Visitenkarte einsteckte. Als sie ins Auto stiegen, bemerkten sie dankbar, dass Till sich auf dem Rücksitz eingerollt hatte und eingeschlafen war. Inge rieb sich die Augen. Hier ist irgendetwas faul. Anna hat nie etwas von einem Guido Schneider erzählt. Wieso soll ihm das Haus gehören? Ich habe doch das Testament. Wo ist das eigentlich? Im Seitenfach von meinem Kulturbeutel. Ich wollte nicht, dass Walter es zufällig findet. Entschlossen startete Annika den Motor. Ich werde mit Jörn essen gehen. Vielleicht kriege ich was raus. Und du solltest ganz schnell einen Termin bei deinem Anwalt machen. Keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Und übrigens, ja, Das Haus ist toll. Im Seitenspiegel beobachtete Inge, dass Jörn ihnen mit seligem Lächeln hinterher sah. Christine und Johann saßen in einer ruhigen Ecke der Bar vor sich eine Flasche Rotwein und zwei Gläser. Johann rutschte mit dem Stuhl näher an den Tisch, sodass sie ihre Knie berührten. Sag mal, wie würdest du es denn finden, wenn ich nach Hamburg ziehen würde? Du willst in Bremen kündigen? Warum das denn auf einmal? Vielleicht, um mit dir zusammen zu leben? Sie verschränkt ihre Hand mit seiner. Johann, bist du dir so sicher, dass das klappt? Ja. Er sah sie ernst an, dann lächelte er. Ich trainiere ja hier bereits unter Extrembedingungen. Und mir geht es immer noch gut dabei. Außerdem brauchst du sowieso eine neue Wohnung. Hast du vergessen? Euer Haus wird saniert. Zwei Jahre Krach, Dreck. Ja, ich weiß. Weißt du, heute Mittag hat mich die Zentrale angerufen. In Hamburg geht ein Kollege in den Ruhestand. Er hat mich als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Und wann? Zum 1. September. Ich habe drei Monate Zeit, die Wohnung in Bremen zu kündigen und in Hamburg eine neue zu suchen. Jetzt kannst du entscheiden, ob ich eine große oder eine kleine Wohnung suche. Und? Was meinst du? Er sah in diesem Moment unglaublich gut aus, hatte ganz sanfte Augen, dieses zärtliche Lächeln und seine Nerven hielten ihre Familie aus. Christine nickte zuversichtlich. Am nächsten Morgen fuhr Christine allein zum Haus ihrer Eltern. Johann wollte joggen. Sie nahm die Brötchentüte vom Beifahrersitz und stieg aus. Sie warf einen kurzen Blick in den verlassenen Garten und schloss die Hintertür auf. Erleichtert hörte sie das Gurgeln der Kaffeemaschine und schnupperte den Duft von Kaffee. Heinz konnte also doch, wenn er nur wollte. Als sie die Küchentür öffnete, sah sie als erstes den fliederfarbenen Bademantel ihrer Mutter. Mama, du, hä? sagte der Bademantel und drehte sich um. Ach, morgen, Kalli. Hast du mich erschreckt? Kalli zog verlegen den Bademantel zusammen. Er saß etwas eng. Morgen, Christine. Möchtest du auch einen Kaffee? Christine starrte ihn an. Sehr sexy. Lila steht dir. Ist das Lila? Mach bloß keine Fotos. Er sitzt vielleicht ein bisschen knapp, ist aber schön warm. Ich habe ja nichts mit. Sag mal, habt ihr irgendwo Aufbackbrötchen? Ich habe Brötchen mitgebracht. Das ist gut. Hier ist ja gar nichts. Und dann habe ich Zuckerrübensirup gesucht. Was? Zuckerrübensirup? Habt ihr nicht? Egal. Ich muss sowieso eine Einkaufsliste machen. Das ist so ein Brotaufstrich. Gut für die Verdauung. Gibt es Marmelade? Christine wies stumm auf einen Vorratsschrank. Kalli öffnete sofort die Tür. Ach ja. Sogar Erdbeer. Sehr gut. Und dann brauche ich noch eine Thermoskanne. Eierbecher und Dosenmilch. Wenn du mir das bitte zeigen könntest. Sag mal, Kalli, wie lange bleibst du eigentlich? Och, so eine Woche ungefähr. Je nachdem. Ich habe gestern Abend Hanne angerufen, damit sie Bescheid weiß. Sie schickt mir auch ein paar Sachen. Waschzeug kann ich von Heinz leihen, aber bei Unterwäsche bin ich ja komisch. Christine schluckte. Was heißt, je nachdem? Kalli sah sie freundlich an. Je nachdem, wie lange es dauert. Du, es geht hier um zwei Ehen. Wir müssen herausfinden, was mit Inge los ist und wir müssen deine Mutter davon überzeugen, wieder zu Heinz zurückzukommen. Ich kann doch Heinz und Walter in einer solchen Situation nicht hängen lassen. Meine Mutter hat meinen Vater nicht verlassen, sondern ist wegen, äh, anderen Gründen zu Georg gefahren. Mit Ladi strecht Kalli Christine über die Wange. Ja, Kind, das wollen wir mal hoffen. Aber das kriegen wir alle schon wieder hin. Wir haben einen Plan gemacht. Soll ich ihn dir erklären? Nein, auf gar keinen Fall. Entschlossen stand sie auf. Ich helfe dir beim Tischdecken. Inge spielte nervös mit ihrem Kugelschreiber, während sie wartete, dass am anderen Ende jemand abnahm. Aber es sprang wieder nur der Anrufbeantworter an. Sie verstand das alles nicht. Mark Kampmann hatte sich seit dem Einbruch nicht mehr gemeldet. Und jetzt war auch noch dieser unangenehme Guido Schneider aufgetaucht, dem angeblich das Haus gehörte. Außerdem hatte vor einer Stunde ein Herr Martensen von der Kripo angerufen, der noch einmal wegen des Einbruchs mit ihr sprechen wollte. Er würde gleich hier sein. Ach Anna, was ist denn das jetzt für ein Durcheinander? Sie schreckte zusammen, als das Telefon klingelte. Müller? Anwaltskanzlei Kampmann, mein Name ist Helga Groß. Frau Müller, es tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde, aber hier ist im Moment Land unter. Es geht um den Erbscheinsantrag, den Sie brauchen, nicht wahr? Leider ist der Kampmann krank und fällt wohl für ein paar Wochen aus. Und was hat er denn? Helga Groß stutzte. Er, also, darüber kann ich keine Auskunft geben. Jedenfalls habe ich hier alles durchsucht und in der Mappe fürs Gericht finde ich auch nichts. Das kann nur bedeuten, dass Herr Kampmann schon alles eingereicht hat. Ich gehe davon aus, dass alles so seine Ordnung hat. Aber mit Herrn Kampmann kann ich nicht sprechen? Nein, wie gesagt, er ist krank. Also dann, schönen Tag noch, Frau Müller. Ja, danke und wünschen Sie ihm Gute. Helga Groß hatte schon aufgelegt. Bevor Inge anfangen konnte, sich Gedanken über diesen Anruf zu machen, klingelte es an der Haustür. Martensen hatte keinerlei Ähnlichkeit mit den Kommissaren, die Inge aus dem Fernsehen kannte. Er hatte schütteres Haar, eine randlose Brille und trug eine Jeansjacke. Außerdem war er jung, keinesfalls älter als Mitte 30. Offen lächelte er Inge an und zückte seinen Ausweis. Martensen, ich weiß, im Tatort würde ich nur die Rolle des Taxifahrers kriegen, aber dafür bin ich echt. Inge lachte und trat einen Schritt zur Seite. Kommen Sie rein. Habe ich so erstaunt geguckt? So wie alle, aber das kenne ich schon. Setzen wir uns in den Garten? Möchten Sie einen Kaffee? Zweimal ja. Keiner der anderen Gäste war zu sehen, als sie fünf Minuten später auf der Terrasse Platz nahmen. So, Frau Müller, Sie haben ja schon ausgesagt, dass nichts gestohlen wurde. Vermissen Sie immer noch nichts? Inge schüttelte den Kopf. Schön. Und Ihnen geht es auch wieder gut? Keine Nachwirkungen von dem Schlag? Nein, alles in Ordnung. Martensen musterte sie ernst. Haben Sie sich eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, wer da bei Ihnen eingestiegen ist und was die Einbrecher gesucht haben? Jetzt reden Sie wie im Krimi. Ich glaube, dass es irgendwelche Jugendlichen waren, die Geld brauchten. Und es kam Ihnen nicht komisch vor, dass Ihr Schmuck offen auf dem Tisch lag, Ihre Geldbörse sichtbar in der Handtasche steckte, mit allen Kreditkarten und Papieren, die Schubladen offen standen und trotzdem nichts gestohlen wurde? Ich habe die Einbrecher gestört. Sie haben mich gehört und mussten fliehen. Dabei haben Sie die mögliche Beute übersehen. Sagt Ihnen der Name Mark Kampmann etwas? Ja, natürlich. Er verwaltet einen Nachlass für mich. Was ist mit ihm? Ich muss Sie das fragen. Wir bearbeiten in Flensburg gerade noch einige andere Fälle und es könnte da einen Zusammenhang geben. Also bitte, Frau Müller, wessen Nachlass und woher kennen Sie Mark Kampmann? Inge atmete tief durch. Der Nachlass ist von Anna Nissen, einer sehr alten Freundin von mir. Ich habe Frau Nissens Haus geerbt. Zumindest steht das in dem Testament, das ich habe. Und wenn mein Mann das führte, wäre sofort ein Makler beauftragt, das Haus zu Geld zu machen. Was ich aber nicht will. In dem Brief, dem Annas handschriftliches Testament beigefügt war, hatte sie geschrieben, dass sich in den letzten Jahren eine Verwaltungsgesellschaft um die Vermietungen der Ferienwohnung gekümmert hat. Ich habe da gleich angerufen. Es war eine sehr nette Dame am Telefon, der habe ich erzählt, dass ich das Haus geerbt habe, aber nicht wüsste, welche Schritte ich unternehmen muss. Mein Mann konnte ich schlecht fragen. Diese Dame, wie hieß die gleich noch? Ach ja, Frau Fischer. Also sie hat gesagt, das würde sie auch überfordern, aber sie würde sich umhören und wieder melden. Martensen hatte den Namen Fischer aufgeschrieben. Und dann? Noch am selben Tag rief Mark Kampmann bei mir an. Er sei ein guter Bekannter von Frau Fischer und Anwalt. Er bot mir seine Hilfe an. Und da wir eine Rechtsschutzversicherung haben, die hat Walter schon seit 20 Jahren, weil er gerne mal klagt, habe ich bei ihm einen Termin gemacht. Er hat mir alles sehr nett erklärt, das Testament angeschaut und alle möglichen Anträge gestellt. Wieso schütteln Sie den Kopf? Haben Sie schon die Papiere bekommen? Den Erbschein? Ein Aktenzeichen vom Nachlassgericht? Irgendetwas? Nein, ich habe Herrn Kampmann seit dem Einbruch aber auch nicht mehr gesprochen. Vorhin hat aber eine Frau Groß aus der Kanzlei angerufen. Sie hat gesagt, Herr Kampmann sei krank, aber meine Anträge seien erledigt und bei Gericht. Martensinn pfiff lautlos. Wer es glaubt. Also, Frau Müller, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen, weshalb ich hier bin. Ich brauche Ihnen vermutlich nicht zu erzählen, was Immobilien auf Sylt wert sind. Überall, wo man schnell viel Geld verdienen kann, passieren eigenartige Dinge. In den letzten drei Jahren gab es hier einige große Objekte, die an verschiedene Firmen gingen. Die verstorbenen Besitzer waren in den meisten Fällen alte Leute, die keine Familie mehr hatten und Testamente verfasst hatten, in denen drei Firmen als Alleinerben auftauchten. Eine Verwaltungsfirma, eine Werbeagentur und ein mobiler Pflegedienst. Alle Testamente wurden von der Kanzlei Kampmann notariell beglaubigt. Wir haben einen Hinweis von einem Rechtsanwalt aus Flensburg bekommen. Er hat eine Mandantin gehabt, der einiges merkwürdig vorkam. Es ging dabei ebenfalls um eine Immobilie auf Sylt. Daraufhin hat der Anwalt nachgeforscht und einige Ungereimtheiten bemerkt. Dabei tauchte der Name Kampmann immer wieder auf und das klingt mir dann doch etwas zu sehr nach Zufall. Außerdem ist er verschwunden. Wir wollten ihn als Zeugen befragen. Wir haben drei Kollegen losgeschickt, erfolglos. Er ist regelrecht untergetaucht. Inge fühlte sich überfordert. Und was habe ich damit zu tun? Haben Sie das Testament noch? Oder hat es Kampmann? Ich. Gut. Ich glaube, dass Kampmann sehr überrascht war, als Sie mit einem Testament aufgetaucht sind. Frau Nissen hat ja allein gelebt und die Verwaltungsgesellschaft hat sich schon... Ähm, nun ja, wir wollen hier nicht vorgreifen. Was meinen Sie damit? Das erkläre ich Ihnen später. Nur so viel. Es könnte sein, dass jemand das Testament bei Ihnen gesucht hat. Fassungslos starrte Inge ihn an. Was für eine Räuberpistole. Wir sind doch nicht in Las Vegas. Das könnte von meinem Bruder kommen. Der hat auch so eine überschäumende Fantasie. Der Flensburger Anwalt geht wohl zu oft ins Kino. Langsam erhob sich Martensen. Frau Müller, Sie müssen mir das alles nicht glauben. Ihre Geschichte passt aber gut zu unserer, wie sagten Sie, Räuberpistole. Ich rate Ihnen nur Folgendes. Gehen Sie zu einem anderen Anwalt und lassen Sie noch mal alles prüfen und reden Sie mit Ihrem Mann. Der kann Ihnen bestimmt helfen. Bestimmt kann mein Mann mir helfen. Sie sollten ihn kennenlernen. Martensen griff nach seiner Aktentasche und gab Inge die Hand. Alles Gute und danke für den Kaffee. Ach so, und ich hätte noch eine Bitte. Könnte ich eine Kopie Ihres Testaments bekommen? Hier ist meine Karte. Wenn was ist, rufen Sie mich gern an. Beim Frühstück hatte Heinz es verkündet. Keine Frau verlässt einen Mann wie Walter. Schon gar nicht nach so vielen Jahren. Hinter so einer Kurzschlusshandlung steckt fast immer ein neuer Mann. Wir müssen kämpfen und herausfinden, um wen es sich handelt. Du musst deine Feinde kennen, sonst kannst du sie nicht besiegen. Diese verrückte Freundin von Inge weiß bestimmt etwas. Eine Stunde später standen die drei Herren an der Rezeption des Uhlenhofs. Wollen Sie zu mir? Renate stand in einem feuerroten, weiten Kleid vor ihm, in der einen Hand und eine kleine Flasche Champagner. Charmant machte Heinz einen Diener und lächelte sie an. Ich bin Inges Bruder. Das ist mein Freund Kalli, das ist mein Schwager Walter. Renate kräuselte die Stirn und betrachtete Walter. Sie sind Inges Mann? Angenehm, gnädige Frau. Wir haben ja schon mal telefoniert, wenn auch nur kurz. Ich schlage vor, wir setzen uns in den Garten. Dort können wir uns besser unterhalten. Ich weiß nur nicht, was die Herren trinken wollen. Mein kleines Fläschchen reicht leider nicht für alle. Also... Natürlich Champagner, entschied Heinz sofort. Walter schluckte und stimmte dann mit gequältem Gesicht zu. Sehr gut gewählt. Renate ging mit Hüftschwung voraus. Kalli und Heinz folgten ihr. Nur Walter blieb kurz doch an der Rezeption. Bringen Sie mal nur so eine kleine Flasche. Was kostet die eigentlich? Ach egal. Und ich nehme ein Pilz. Ein kleines. Renate nahm in einem Strandkorb Platz. Die drei Herren sahen sich unschlüssig an. Schließlich holte Walter Tiefluft. Sie gestatten, wartete ihr hultvolles Lächeln gar nicht ab und setzte sich neben sie. Es war sehr eng. Walter atmete erst aus, als er einigermaßen bequem saß. Als die Bedienung mit den Getränken kam, starrte Heinz neidisch auf Walters Bier. Du hast ja... Das ist wirklich eine sehr gute Idee mit dem Champagner. Na dann, Prost! Ich hätte aber auch lieber... Kalli verstummte bei dem Blick, den Heinz ihm zuwarf. Renate hob anmutig ihr Glas und blickte freudig in die Runde. Wohlsein, die Herren. Ich bin gespannt, was Sie von mir wollen. Nun, vermutlich geht es um Inge. Walter versuchte, sich vorzubeugen, um sein Bier auf den Tisch zu stellen. Es gelang ihm nicht. Er behielt das Glas in der Hand. Sagen Sie mal, Renate, wenn Mädels eng befreundet sind, dann erzählen die sich doch so ziemlich alles, oder? Heinz sprang seinem Schwager zur Seite. Sie sind doch eine enge Freundin meiner Schwester und sie waren mit ihr zur Kur und haben einige Wochen mit ihr verbracht. Da erzählt man sich doch sicherlich mal Geheimnisse. Natürlich haben wir uns viel unterhalten. Wir haben über alles Mögliche geredet. Über unsere Ehen. Ich war fast 30 Jahre lang mit einem Zahnarzt verheiratet, bevor ich ihn verlassen habe. Über Kosmetik, Reisen, Schuhe, eben über alles, was man sich unter Frauen so erzählt. Wieso? Auch über Männer. Walter sah sie gespannt an. So ganz allgemein? Und im Besonderen. Werner, das ist mein Ex-Mann, haben bestimmt die Ohren geklingelt. So haben wir über ihn hergezogen. Das ist aber auch ein... Na egal. Walter, sie sind ja auf einmal ganz blass. Weil mein Bier leer ist. Kalli, ich komme hier so schlecht raus. Kannst du mal? Ja klar, ich gehe dir eins holen. Renate folgte ihm mit aufmerksamen Blicken. Ein reizender Herr und so hilfsbereit. Er hat eben auch Durst. Hein schenkte Renate nach. Man merkt, dass sie viel Lebenserfahrung und Herzenswärme haben. Walter hob seine Augenbrauen und starrte seinen Schwager entgeistert an, der ungerührt weitersprach. Sie verstehen doch Frauen in Krisensituationen. Also, das ist zumindest mein Eindruck. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Renate beugte sich vor und legte Heinz ihre Hand aufs Knie. Sie haben das völlig richtig erkannt. Sprechen Sie weiter. Also, ich rede jetzt einfach ganz ungeschminkt. Meine Schwester steckt in einer Lebenskrise. Renate nickte bedeutsam. Heinz schaute Walter an, der ebenfalls nickte. Und wir können uns einfach nicht erklären, sie hatte es so gut. Renate schürzte die Lippen. Na, na. In diesem Moment kam Kalli zurück und stellte mit Schwung zwei Pilze auf den Tisch. Heinz, du musst ja fahren, deshalb habe ich nur für Walter und mich ein Bier mitgebracht. Und, gibt es was Neues? Neu ist, dass man beim Trinken nur noch an sich denkt, antwortete Heinz beleidigt. Du hättest ja auch zurückfahren können. Renate drehte sich zu Kalli um. Sind Sie eigentlich verheiratet? Ja, natürlich. Meine Frau hat mich nicht verlassen. Sie sah ihn ein wenig bedauernd an. Dann warf sie ein Seitenblick auf Walter. Ihr Instinkt ist richtig, Heinz, auch wenn es weh tut. Ich bin natürlich hin und her gerissen zwischen der Loyalität zu meiner Freundin und meinem Gefühl für Anstand, Ehre und Wahrheit. Ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht und Inge gut zugehört. Es ist ja nicht so, dass sie mir alles im Detail erzählt hat, aber ich kann das Ungesagte durchaus deuten. Man macht mir nichts vor. Es gibt da einen neuen Mann und ich habe natürlich herausgefunden, um wen es sich dabei handelt. Heinz fand als Erster die Sprache wieder. Ja? Und? Wer ist es? Er ist gut aussehend, charmant, klug, wohlhabend und kommt von der Insel. Er heißt Marc Kampmann. Ratloses Schweigen. Dann sagte Kalli, nie gehört. Kampmann? Enttäuscht lehnte Heinz sich zurück. Da haben Sie etwas verwechselt. Das ist ein Anwalt aus Westerland. Mit dem hatte Inge wohl einen Termin, aber das ist kein Verehrer. Der ist auch viel jünger als sie. Mit einer derart verhaltenen Reaktion hatte Renate nicht gerechnet. Sie legte nach. Ja, stimmt. Sie hatte bei ihm einen Termin. Jetzt halten Sie sich ruhig an mir fest, Walter. Wegen der Scheidung. Und dabei hat es wohl geschnackelt. Die beiden hatten sogar einen romantischen Kurztrip geplant, der aber wegen des Einbruchs leider ausfallen musste. Das ist die Wahrheit, meine Herren. Zufrieden griff sie zu ihrem Champagnerglas und sah gespannt in die Runde. Heinz war blass geworden. Und das hat sie Ihnen alles erzählt? Nein, aber ich bin ja nicht dumm und kann mir einiges zusammenreimen. Inge hat sich dauernd verplappert. Ich musste nur genau zuhören. Walter, ich hätte Ihnen das gern erspart. Wenn Sie mal reden möchten. Ach was. Mit Schwung stellte er sein leeres Bierglas auf den Tisch und stand so schnell auf, dass der Strandkorb wackelte. Das klären wir selbst. Was ist? Heinz, Kalli, los, trinkt aus. Ich gehe mir noch mal die Nase pulern, dann fahren wir. Seine Schritte knirschen auf dem Kiesweg. Renate wickelte erschreckt eine Haarsträhne um den Finger. Hoffentlich habe ich ihn jetzt nicht. Nein, nein, wenn Walter los will, dann will er los. Da wird nicht mehr diskutiert. Komm, Kalli, wir fahren. Eilig sprang Kalli hoch und verbeugte sich mit feuerrotem Gesicht vor Renate. Entschuldigen Sie, die beiden benehmen sich manchmal wie Holzklötze. Ich schiebe es heute auf den Schock. Nichts für ungut. Sie reichte ihm die Hand wie für einen Handkuss und guckte komisch, als er sie kräftig schüttelte. Kaum waren die drei weg, goss Renate den Rest des Champagnes in ihr Glas. Sie fand, dass Inge bei der Beschreibung von Walter übertrieben hatte. Er hatte nicht ein einziges Mal von Fußball oder Krankheiten geredet. Außerdem sah er gut aus mit seinem vollen Haar und der drahtigen Figur. Vielleicht brauchte er nur eine Frau, die ihm richtig zuhörte. Und er kannte sich mit Finanzen aus. Ein ehemaliger Steuerinspektor würde nie unnötig Geld verschleudern. Renate lächelte zufrieden und schlug ihre Beine übereinander. Er hatte sie interessiert angeguckt. Das hatte sie gemerkt. Wobei, eigentlich hatten das alle drei Herren getan. Aber das war sie schließlich gewöhnt. Inge war immer weiter ins Grübeln geraten. Sie war im Gericht in Niebel gewesen. Dort hatte man ihr gesagt, dass bereits Vorgänge zu dieser Immobilie liefen. Mehr hatte man ihr nicht sagen dürfen, aber sie hatte das Testament abgegeben, eine Kopie bekommen und den Rat, sich an die Kanzlei zu wenden, die ihr das Testament vor einigen Wochen zugestellt hatte. Das war eine Flensburger Kanzlei, die sie gar nicht kannte. Mit Walter wollte sie nicht über ihre Erbschaft sprechen. Erst musste sie sich darüber klar werden, was sie damit machen wollte. Eigentlich hatte Annika den Gedanken ausgelöst, eine Hausgemeinschaft zu gründen. Jung und alt zusammen. Sie stellte es sich so schön vor. Walter und sie unten in Annas alter Wohnung, daneben Annika und Till. Für die anderen beiden Wohnungen hatte sie auch schon einen Plan. Allerdings lag der erst mal auf Eis, wie überhaupt alles. Zumindest bis sie wusste, ob ihr das Haus tatsächlich gehörte. Leider sah es im Moment nicht danach aus. Inge fasste einen Entschluss. Allein kam sie jetzt nicht weiter. Sie brauchte Hilfe. Sie fischte ihr Handy aus der Handtasche und suchte Christines Nummer. Nach drei Freizeichen ging ihre Nichte dran. Hallo Tante Inge, wo bist du? In Nibel. Christine, ich muss mit euch reden. Dringend. Du, Mama ist bei Georg und zu Hause ist es etwas chaotisch, weil Papa nicht mit der Familie, unterbrach sie Inge, nur mit Johann und dir. Könnt ihr heute Abend zu mir kommen? Ja sicher. Um acht? Gut, bis dann. Annika parkte ihr Auto auf dem Parkplatz von Carsten Wulff, wo sie mit Jorn verabredet war und blieb noch einen Moment im Auto sitzen. Sie musste herausfinden, was Guido Schneider mit Inges Erbe zu tun hatte. Inge. Annika musste lächeln, als sie daran dachte, wie Inge klammheimlich und zielstrebig ihre Pläne verfolgt hatte. Was für eine Energie dahinter steckte. Es war nicht gerecht, dass jetzt alles schief ging. Inge hatte schon so viel unternommen und gewagt. Es wäre zu schön, wenn Inges Pläne aufgehen würden. So viel Glück hatte Annika in den letzten zehn Jahren nicht gehabt. Vor zehn Jahren hatte sie noch in Berlin studiert. Architektur, ihr Wunschfach. Damals hatte sie Jorn kennengelernt. Er war im selben Semester der bestaussehende und witzigste Kommilitone. Sie liefen sich oft über den Weg. Annika mochte ihn gern. Es war eine tolle Zeit in Berlin, zumindest die ersten beiden Semester. Sie war eine ganz normale Studentin gewesen, bis sie Harald kennenlernte. Er war einer ihrer Dozenten und sie verliebte sich Hals über Kopf in ihn. Es dauerte ein Jahr. Es war schön und schwer gleichzeitig. Harald war verheiratet. Das Ende kam genauso plötzlich wie der Anfang. Seine Frau fand es heraus und drohte es öffentlich zu machen. Harald sah seine Karriere schwinden und trennte sich von ihr. Zwei Monate später merkte sie, dass sie schwanger war. Das Klopfen an der Scheibe riss sie aus ihren Gedanken. Jorn hatte sich zu ihr gebeugt und öffnete die Autotür. Hallo Annika, wartest du schon lange? Nein, langsam schrieg sie aus. Keine fünf Minuten. Hallo Jorn. Er sah sie forschend an und küsste sie leicht auf die Wange. Ich habe mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Gehen wir rein? Inge stand bereits an der Tür, als Christine und Jorn aus dem Wagen stiegen. Hallo ihr beiden, ihr seid ja pünktlich. Natürlich, wir sind ja auch gespannt, um was es geht. Dann kommt mal rein und setzt euch. Unterbrecht mich bitte nicht, sonst verliere ich den Faden. Also, ich habe vor ein paar Wochen Post bekommen. Sie erzählte eine halbe Stunde lang, dann sah sie erschöpft hoch. So, das war es. Jetzt könnt ihr was sagen. Johann warf einen Seitenblick auf Christine. Hol mal Luft, du erstickst sonst. Hörerber atmete sie ein und wieder aus und starrte ihre Tante an. Meine Güte, das ist ja wie im Film. Das weiß ich auch. Ich habe nur keine Ahnung, wie der jetzt weitergeht. Was würdet ihr denn an meiner Stelle tun? Haben sie die Kopie von dem Testament noch? Inge ging zu Garderobe, um ihre Handtasche zu holen. Du kannst mich ruhig duzen, Johann, das ist mir lieber. Warte, wo? Ach hier, das ist die Kopie, die mir der nette Herr vom Gericht gemacht hat. Johann überflog das Blatt und reicht es dann Christine. Stimmt, ohne Erbschein gilt das nicht. Wer hat dir eigentlich das Testament geschickt? Das haben die mich in Nibel auch gefragt. Die Post kam aus Flensburg von einer Kanzlei, allerdings ohne Anschreiben. Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. Da fällt mir ein, ich wollte doch gucken, ob ich den Umschlag noch habe. Wartet mal. Sie verschwand im Badezimmer und kam mit ihrem Kulturbeutel zurück. Verlegen setzte sie sich wieder. Als die Post damals kam, packte ich gerade meinen Koffer aus der Kur aus. Und dann stand ich im Flur und habe das gelesen und plötzlich kam Walter nach Hause. Ich habe alle schnell in den Kulturbeutel gestopft, damit Walter es nicht gleich findet und zur Chefsache macht. Ungeschickt fingerte sie an einem Reißverschluss rum. Irgendetwas klemmte. Im Gericht ist mir eingefallen, dass ich vielleicht nur das Testament rausgenommen habe. Und jetzt geht das blöde Ding nicht auf. Gib mal her, ich bin da brutaler. Mit resolutem Ruck bekam Christine den Verschluss auf. Sie schob ihre Finger in den Spalt. Da ist noch was. Na bitte. Es war tatsächlich ein Umschlag, an Inge adressiert mit einem Flensburger Absender. Rechtsanwalt und Notar Peter Sörensen. Bingo. Siehst du, Tante Inge, du musst nur jemanden fragen, der sich damit auskennt. Johann sagte, naja, das ist noch nicht die Lösung von Inges Problem. Es gibt anscheinend zwei Testamente und nur eines ist gültig. Kann es nicht sein, dass Ananissen etwas später noch ein anderes gemacht hat? Inge fragte, warum sollte sie das getan haben, wenn sie jemanden gehabt hätte, der ihr so nahe gewesen wäre, um ihm etwas zu vererben, dann hätte ich das gewusst. Aber ausgerechnet diese Verwaltungsgesellschaft? Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein schmieriger Typ dieser Guido Schneider ist. Nie im Leben hat Anna den sympathisch gefunden. Und das habe ich schon gedacht, bevor Kommissar Martensen diese Andeutungen gemacht hat. Johann nickte. Wie auch immer, lasst uns morgen nach Flensburg fahren und Peter Sörensen besuchen. Du brauchst sowieso einen Anwalt und irgendwas wird er ja wissen. Kann es sein, dass hier irgendwo ein Handy klingelt? Meins nicht. Das Klingeln kommt von hier. Christine reichte Inge die Tasche. Hallo? Müller? Ach, du bist es, Annika. Was? Ja, natürlich. Christine und Johann sind auch gerade hier. Ich habe ihnen alles erzählt. Da bin ich aber gespannt. Gut, bis gleich. Annika war heute Abend mit dem Architektenessen, diesem Jörn Tietchen. Sie hat eine ganze Menge herausbekommen und ist auf dem Weg hierher. Johann lehnte sich zurück. Sehr gut. Dann hören wir gleich, was Jörn Tietchen Annika erzählt hat und danach fahren wir los und erklären Walter und Heinz endlich alles. Die haben nämlich ganz abstruse Theorien, was Inges Veränderungen angeht. Inge guckte ihn irritiert an. Wieso? Was meinst du? Johann ignorierte Christine's warnende Blicke. Vom jugendlichen Verehrer bis zu wilden außerehelichen Romanzen, aber auch mögliche kriminelle Verwicklungen. Es gibt kaum eine Theorie, die nicht schon in Betracht gezogen wurde. Inge lachte auf, dann sah sie in Christine's Gesicht und wurde blass. Das ist doch nicht euer Ernst. Christine, warum hast du sie nicht beruhigt? Äh, also, ich wusste ja auch nicht so genau. Christine war heilfroh, als es an der Haustür klingelte. Schwungvoll warf Annika Tasche und Jacke auf einen Stuhl, begrüßte Johann und Christine und ließ sich in einen Sessel fallen. Mit glänzenden Augen sah sie in die Runde. Inge hat mir gerade gesagt, dass ihr Bescheid wisst. Also will ich euch gar nicht auf die Folter spannen. Jörn hat mir erzählt, dass er den Auftrag zum Umbau von Ananissens Haus von Guido Schneider und seiner Assistentin Marion Fischer bekommen hat. Das war bereits Ende März, da war Ananiss mal gerade eine Woche tot. Angeblich hat sie das Haus der Verwaltungsgesellschaft vererbt. Und jetzt haltet euch fest. In dem Moment kommen zwei Frauen an unseren Tisch, die nicht reserviert hatten. Ratet mal, wer das war. Kommt ihr nie drauf. Schneiders Assistentin Marion Fischer mit ihrer Schwester. Natürlich habe ich darauf bestanden, dass sie sich zu uns setzten. Wir haben uns sehr angeregt unterhalten. Ich habe hier und da mal eine kleine Frage gestellt und darin Wein nachgeschenkt. Ich wundere mich ja auch manchmal, was mir die Gäste in der Badezeit alles erzählen, aber es hat hier auch geklappt. Wie ihr wisst, ist Guido Schneider einer der beiden Inhaber der Verwaltungsgesellschaft. Sein Partner ist nur stiller Teilhaber und taucht nirgends namentlich auf. Johann schob ihr ein Glas Wasser zu, das sie dankbar nahm. Ihr Gesicht war gerötet. Inge bekam langsam dieselbe Farbe und Christine vergaß fast zu atmen. Annika stellte das Glas weg und holte Tiefluft. Und jetzt passt auf. Inge, dein komisches Gefühl war richtig. Der Partner heißt Marc Kampmann und Marion Fischer ist seine Lebensgefährtin. Sie schanzt ihm nebenbei Aufträge zu. So wie bei dir, Inge. Ein Klient wendet sich an seine Verwaltungsgesellschaft, weil er ein juristisches Problem hat und sofort bekommt Kampmann den Auftrag. Und das betrifft sowohl die Vermietung von Wohnungen, den Verkauf von Häusern, Haushaltsauflösungen, Erbfälle. Die Jungs machen einfach alles, was mit Immobilien zu tun hat. Auch die Betreuung von älteren Wohnungsbesitzern wird angeboten. Ihnen gehört nämlich auch ein mobiler Pflegedienst, der Einkäufe, Hilfe bei Bankgeschäften, was immer anliegt, erledigt. Die Geschäftsführerin heißt Heike Schneider und ist die Ehefrau von Guido. Und wenn einer der betreuten Senioren einen Anwalt braucht, also für Vollmachten, Testamente oder ähnliches, wer wird denn empfohlen? Na? Mark Kampmann. Inge schüttelte fassungslos den Kopf. Das hat ja richtig System. Annika nickte. So wird dann manchmal aus einer Vollmacht ein Testament gemacht, bevor das Erbe an den Staat geht. Inge stand auf. Ich brauche jetzt einen Schnaps. Ich gucke mal, ob Petra einen hat. Warte mal, sagte Annika, ich bin noch nicht fertig. Eine Sache fand ich bedenklich. Johann hat gesagt, die Baufirma sitzt ja schon in den Startlöchern. Die warten nur noch auf die Grundbuchänderung, dann geht es los und die soll jeden Tag kommen. Dann müssen die schon den Erbschein haben, meinte Johann. Inge stöhnte und lehnte sich an den Türrahmen. Und was soll ich jetzt machen? Wir nehmen morgen früh den ersten Autozug und fahren zu Peter Sörensen nach Flensburg. Ich habe so ein Gefühl, dass der mehr weiß, sagte Johann. Christine sei ihn skeptisch an. Na, hoffentlich. Ansonsten sieht es nämlich nicht so gut aus. Tante Inge, ich befürchte, du brauchst jetzt viel Glück. Inge straffte den Rücken. Ja, hoffentlich kommen wir morgen klüger zurück. Und dann muss ich Walter und Heinz erklären, um was es wirklich geht. Und jetzt hole ich den Schnaps und dann beten wir, dass die Guten gewinnen. Nach ihrem Treffen mit Renate waren Walter, Heinz und Kalli sofort zur Kanzlei von Mark Kampmann gefahren. Sie hatten allerdings nur seine Sekretärin angetroffen, die auch nicht wusste, wo ihr Chef zu finden war. Die drei Herren ließen inzwischen den Tag Revue passieren. Besser gesagt, die Begegnung mit Renate. Walter sagte, ich hätte sie nicht für morgen zum Grillen eingeladen. Ich finde sie ein bisschen verrückt. Außerdem hat sie mich immer so komisch angeguckt. Aber das musst du ja wissen, Heinz. Walter, ich habe einen Plan und Renate gehört dazu. Da bin ich ja mal gespannt. Mit skeptischem Gesicht sah Walter Heinz an. Der wartete, bis Kalli neben ihm stand und erklärte dann, wir fahren gleich morgen zu Björne Larsson. Das ist ein alter Bekannter von mir. Der kennt jeden auf Sylt. Weiß alles, hört alles, sieht alles. Wenn jemand eine Ahnung hat, wo Mark Kampmann ist, dann er. Sobald wir Kampmann gefunden haben, werden wir, oder besser du, Walter, ihm mal ein paar Takte erzählen. Denk dir was aus. Egal was. Hauptsache, er verliert das Interesse an Inge. Dann folgt Teil 2 des Plans. Morgen grillen wir. Inge laden wir auch ein. Und nun passt auf. Renate wird ebenfalls da sein. Sie hat gesagt, sie will uns helfen. Die hat hier dann alles vorbereitet und guckt Walter immer so an. Daraufhin müssen Kalli und ich nur noch ein paar Bemerkungen fallen lassen und schon ist Inge eifersüchtig. Und zack, Happy End. Und, Walter, was sagst du? Ich gehe ins Bett. Nacht. Kalli schaute in den Himmel und dann zu Heinz. Sehr guter Plan. Wirklich ausgezeichnet. Am nächsten Morgen hielt das Auto vor einem kleinen, drehtgedeckten Haus. Heinz stieg aus. Der wären wir. Kalli, nimm die Flasche mit. Bevor sie klingeln konnten, wurde die Tür auch schon aufgerissen. Björne Larsson trug einen Blaumann, darunter ein kariertes Arbeitshemd und auf dem Kopf eine Pudelmütze. Er nickte ihn knapp zu und strich sich durch den grauen Vollbart. Moin. Moin, Björne. Heinz schüttelte ihm die Hand und deutete dann auf seine Begleitung. Das ist mein Schwager Walter und Kalli, ein alter Freund. Kommt von Norderney. Macht ja nichts. Dann kommt mal rein. Björne führte sie in die Küche, wo sie sich um einen großen Tisch setzten, auf dem schon Tassen und eine Kaffeekanne standen. Mit einem Blick auf die Flasche in Kallis Hand öffnete Björne eine Schranktür und holte vier Schnapsgläser hervor. Da sollen wir wohl einen Bullenschluck haben, was? Kalli guckte auf die Uhr. Es ist noch nicht mal halb zehn. Das kann ich... Das ist Medizin. Björne goss die Gläser voll und schob sie ihnen zu. Heinz schließt Kalli ungeduldig an. Prost, Kalli! Björne! Walter! Er kippte ohne abzusetzen den Schnaps hinunter, schüttelte sich kurz und nickte Björne zu, der die Gläser wieder füllte. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Geht doch. Mit sichtlicher Mühe und viel Überwindung kippte Kalli auch den zweiten Schnaps und wischte sich dann mit dem Taschentuch die Schweißperlen von der Stirn. Was wollt ihr denn von mir? fragte Björne. Walter ergriff das Wort. »Kennst du einen Kampmann?« Björne füllte Walters Glas und nickte dabei. »Es gibt nur noch einen Kampmann, Marc, der Sohn von Carsten Kampmann. Der Alte ist vor vier Jahren gestorben, beim Segeln über Bord gegangen, war ein feiner Kerl, Anwalt, in Westerland. Und der Sohn? Wie alt ist der? Marc, der muss so alt wie meine Tochter sein. Und Maike ist jetzt... Gott, wie alt ist die eigentlich? Warte mal, die wird 48, im August. Die waren in einer Klasse. So jung ist der? Walter wurde blass und kippte den Schnaps runter. So jung ist das ja nun auch nicht mehr. Doch, sagte Heinz, zumindest wenn die Freundin 64 ist. »Wieso 64?« antwortete Björne. »Seine Freundin ist höchstens Mitte 30. Fischer heißt die, arbeitet in Westerland, macht Vermietungen und so.« Walter guckte trotzdem verzweifelt. »Aha, und was ist das so für ein Typ?« »Die Freundin?« »Nein, Marc Kampmann.« »Marc?« Björne rührte sinnend in seiner Tasse. »Der ist nicht koscher, wenn du mich fragst. Er kommt ganz gut bei Leuten an, sieht auch gut aus und ist wohl ganz charmant. Aber irgendetwas ist da nicht in Ordnung. Es gibt Gerüchte, dass er in unsaubere Geschäfte verwickelt ist. Habt ihr Ärger mit ihm?« Walter zuckte mit den Achseln. »Das wissen wir noch nicht, aber wir müssen mit ihm reden. Wir wissen nur nicht, wo er ist.« Björne erhob sich und suchte einen Zettel und einen Stift. »Karsten hat vor Jahren ein kleines Haus gekauft, das heißt mehr so eine Hütte. Die liegt zwischen Braderup und Kampen, gegenüber vom Leuchtturm Rotes Cliff. Ich habe da ab und zu mal was repariert und nach dem Rechten gesehen, als Karsten noch lebte. Manchmal übernachtet Marc da, wenn er Ärger mit seiner Freundin hat oder seine Ruhe haben will. Außer mir weiß keiner, dass ihm das Ding gehört. Ich schreibe euch auf, wie er da hinkommt. Die Straße heißt Pückdel.« Nach der fünften Runde Schnaps legte Kalli lächelnd den Arm um Walters Schulter und strich ihm über den Kopf. »Guck mal, jetzt wissen wir, wo er ist, da fahren wir nachher hin und sagen ihm ordentlich die Meinung.« Walter beugte sich vor. »Wer fährt eigentlich das Auto zurück? Ich kann das nicht mehr.« »Ruf doch Christine an!« schlug Kalli vor. Heinz tippte sich an die Stirn. »Christine, die fährt wie eine Wildsau. Nein, nein, die haut mir gleich eine Beule rein oder schießt mit uns in die Dünen. Aber ihr Johann, der macht einen guten Eindruck. Der kann bestimmt gut fahren.« Er holte sein Handy aus der Jackentasche und wählte. Nach einem kurzen Moment sagte er fassungslos, »Abgestellt. Das gibt es doch gar nicht. Und nun?« Björne nahm die leere Schnapsflasche und ging damit in die Küche. »Ich rufe mal Maike an. Die soll mit ihrem Sohn kommen. Dann haben wir zwei Fahrer.« Eine halbe Stunde später schüttelte Björnes Tochter Maike vorsichtig Kalli, der auf dem Rücksitz eingeschlafen war. »Kalli, aufwachen. Ihr seid zu Hause.« Heinz schlug beherzt aufs Autodach. »Komm, Junge, aussteigen. Zack, zack.« Walter, der seitlich am Auto lehnte, die Hände in den Hosentaschen, machte plötzlich ein entsetztes Gesicht. »Großer Gott, da kommt diese Renate. Hey, Kalli, der Porsche.« Das war das Stichwort. Kalli schoss hoch, stieß sich beim Aussteigen den Kopf an der Autotür und wirkte danach wieder klar. »Hallo, Renate, ist es schon so spät?« Strahlen stieg Renate aus dem Wagen. »Walter, helfen Sie mir bitte mit den Einkäufen. Wir wollen doch nachher grillen.« Eine kleine Ruhepause hatten Heinz, Walter und Kalli doch nötig und so hatte Renate schon mal mit dem Salat begonnen. Sie bückte sich und blickte in die Backofentür. Die Frisur saß. Sie nahm sich das letzte Stück Gurke vor. »Ach, Renate!« Heinz blieb erstaunt in der Küchentür stehen. »Sie sind ja noch da!« Lächelnd drehte sie sich um. »Ich habe doch gesagt, dass ich Ihnen helfe. Sehen Sie, ich habe einen Kartoffelsalat gemacht und einen Nudelsalat. Jetzt bereite ich noch einen bunten Gartensalat zu und danach kümmere ich mich um den Nachtisch. Haben Sie einen besonderen Wunsch?« »Äh, nein.« Heinz machte Platz für Kalli, der hinter ihm die Treppe heruntergekommen war. »Da weiß ich jetzt nichts.« »Na, Kalli, ausgeschlafen?« Kalli betrachtete mit entsetzten Augen die vollgestapelten Arbeitsplatten. Dann betrat Walter die Küche und zuckte zusammen. »Wie sieht das hier denn aus? Ist hier was explodiert?« Renate kicherte und zwinkerte ihm zu. »Walter, Sie sind wirklich witzig. Haben Sie gut geschlafen? Soll ich Ihnen einen Kaffee kochen?« Heinz sah Walter ratlos an. Der hob zwei Schüsseln von einem Stuhl und ließ sich mit Ihnen auf die freie Sitzfläche sinken. »Nein, danke. Wir müssen gleich los. Und Sie?« Renate nahm ihm die Schüsseln ab, wobei sie unauffällig seinen Arm streifte. »Walter, das ist sehr nett. Aber Sie müssen sich um mich keine Gedanken machen. Sehen Sie, ich habe hier noch genug zu tun. Und wenn Sie zurückkommen, ist alles aufgeräumt und fertig vorbereitet für unser großes Grillfest.« Mit einem Augenaufschlag drehte sie sich zurück zur Arbeitsplatte und den Gurkenwürfeln. Heinz trat nervös von einem Bein aufs andere. »Aber Sie können doch nicht alleine hierbleiben.« »Warum nicht?« Mit zwei Handgriffen steckte Renate ein paar Haarsträhnen zurück. »Es ist ja lieb, dass Sie sich alle so Gedanken machen. Aber schließlich lebe ich allein.« Sie sah Walter durchdringend an. »Und kann mich ganz gut selbst beschäftigen. Wenn ich hier alles erledigt habe, lege ich mich in den Garten. Es ist ja so schönes Wetter.« Heinz hob resigniert die Schultern. »Na gut. Wir müssen jetzt los. Ich hole meine Jacke.« Mit schweren Schritten verließ er die Küche. Walter wollte ihm folgen. Renate erwischt ihn noch am Arm. Walter, wenn Sie später noch mal reden möchten, also über Ihr Ehe aus, dann können wir doch nach dem Grillen zum Hafendeck spazieren. Da ist heute Abend Tanz. So wie Sie aussehen, sind Sie doch bestimmt ein hervorragender Tänzer. Was halten Sie davon?« Perplexer Walter sie an. »Mal sehen. Vielleicht hat Inge ja auch Lust.« »Inge? Glauben Sie wirklich, dass Inge kommt?« »Ja, das hat sie gesagt. Also dann.« Herr Sörensen hatte Inge schon erwartet. »Das ist ja wunderbar. Frau Müller, es freut mich, Sie endlich hier zu sehen. Mein Name ist Peter Sörensen. Frau Schmidt, Herr Thies, kommen Sie doch gleich mit durch.« Er führte Sie in sein Büro, wo Sie an einem Besprechungstisch Platz nahmen. Inge setzte sich zwischen Johann und Christine und legte die Kopie des Testaments auf den Tisch. Sörensen warf nur einen kurzen Blick darauf und nickte zufrieden. Als er wieder aufschaute, schoss Inge durch den Sinn, dass ihr irgendetwas an ihm bekannt vorkam. Verwirrt schüttelte sie den Kopf und begann dann zu sprechen. Als Inge geendet hatte, räusperte sich Peter Sörensen. »Ja, Frau Müller, dann versuchen wir mal, Licht ins Dunkel zu bringen. Zunächst habe ich hier noch einen Brief an Sie. Frau Nissen hat verfügt, dass ich diese Schreiben für Sie verwahre und Sie es in meinem Beisein lesen. Soweit ich weiß, wird nämlich darin alles erklärt.« Mit zitternden Fingern öffnete sie den weißen Umschlag, den er ihr gereicht hatte. Als sie Anna schöne Handschrift erkannte, atmete sie tief durch, blickte kurz zu Johann und Christine und begann zu lesen. Wenningstädt, den 10. Oktober Meine liebe Inge, in den Romanen, die wir beide so gerne lesen, fangen solche Briefe immer mit den Worten »Wenn du das hier liest, werde ich nicht mehr bei dir sein« an. Das wollte ich auch erst schreiben, aber dann fand ich es unmöglich. Weil es auch nicht stimmt, dass ich irgendwann nicht mehr bei dir sein werde. Du erbst mein Haus und da stecke ich in jeder Ecke und in jeder Wand und du wirst das spüren, sei sicher. Du bist nach Sinjes Tod diejenige gewesen, die mir die Liebste war und deshalb möchte ich, dass du mein Haus bekommst. Das habe ich immer gedacht und dabei bleibt es. Der Grund dafür, dass ich dir schreibe, ist ganz einfach. Ich habe in meinem Leben zwar vieles richtig gemacht, aber einige Dinge muss ich noch aufräumen und das will ich jetzt tun. Weißt du, ich habe noch niemals Menschen nur aufgrund eines Gefühls verdächtigt oder beschuldigt. Das will ich auch jetzt nicht tun, aber dieses Mal lässt mein Gefühl mir keine Ruhe. Deshalb möchte ich dir einige Dinge anvertrauen, in der Hoffnung, dass keine meiner Befürchtungen zutrifft. Alle haben immer gedacht, ich hätte meine Wohnung nur gemietet, aber das stimmt nicht. Die Wahrheit ist, dass mir das ganze Haus schon lange gehört, nur hat das niemand gewusst. Ich habe diese schöne Wohnung bewohnt, die anderen drei wurden vermietet, alle Schriftliche lief über einen Anwalt, mit dem ich befreundet war, Carsten Kampmann. Er war ein feiner Mensch und sehr loyal. Ich war seine erste Mandantin, als er vor über 50 Jahren als junger Anwalt seine Kanzlei eröffnete. Ich bin damals mit Sinjes Vater zu ihm gegangen. Ja, Inge, ich sehe dich jetzt förmlich nach Luft schnappen. Du hast mich nie nach ihm gefragt, dafür war ich dir immer dankbar. Sinjes Vater hieß Peer. Kennengelernt habe ich ihn als junges Mädchen im Lazarett in Flensburg. Peer war bei einem Bombenangriff schwer verletzt worden. Er war furchtbar tapfer und konnte oft vor Schmerzen nicht schlafen. Wenn ich etwas Zeit hatte, setzte ich mich zu ihm und wir erzählten uns Geschichten. Wochenlang. Und dabei haben wir uns verliebt. Aber Peer war verheiratet. Seine Frau war damals bei seinen Schwiegereltern in Dänemark. Sie kam erst nach Kriegsende zurück. Deshalb hatten wir ein halbes Jahr für uns. Nach seiner Entlassung haben wir uns zwar geschworen, uns nie wiederzusehen, was wir aber nicht schafften. Er war meine ganz große Liebe und Sinje unsere Tochter. Als der Krieg aus war, bin ich, wie du weißt, mit Sinje zurück nach Sylt. Ich war sehr traurig, aber ich hatte wenigstens meine Tochter. Drei Jahre später hat Peer mich gefunden. Er hat darauf bestanden, dass er für Sinje und mich sorgt. Er hat das Haus gekauft und es umbauen lassen, sodass ich drei Wohnungen vermieten konnte. Dadurch war ich unabhängig. Carsten Kampmann regelte alles Rechtliche. Er war eingeweiht und hat jahrelang alles für mich organisiert. Peer tauchte offiziell nie auf. Vor ein paar Jahren hat Carsten vorgeschlagen, die Verwaltung des Hauses an eine Verwaltungsgesellschaft zu übertragen. Er wollte sich langsam aus den Geschäften zurückziehen. Carsten ist kurz danach tragisch ums Leben gekommen und sein Sohn Mark hat die Kanzlei übernommen. Ich mochte ihn nie besonders, aber das konnte ich seinem Vater ja schlecht sagen. Und jetzt kommt mein Gefühl ins Spiel. Vor ein paar Monaten habe ich mir die Unterlagen meiner Wohnungen zum ersten Mal genauer angesehen. Und was ich da entdeckte, hat mich umgehauen. Es gab Überweisungen, von denen ich nichts wusste und einiges mehr. Ich habe Mark Kampmann angerufen und ihn gefragt, ob diese Verwaltungsgesellschaft seriös sei. Er hat mich aber sofort beruhigt. Die Art, wie er das gemacht hat, hat mich jedoch davon überzeugt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und deshalb habe ich alles Peter Sörensen übergeben. Alles weitere wird er dir selbst erzählen. So wie ich ihn kenne, hat er alles so ordentlich gemacht, dass dir nichts passieren kann. Liebe Inge, dir gehört nun das Haus. Ich hoffe, dass du irgendwann auch daran leben willst. Es ist ein gutes Haus. Ich hatte in und mit ihm ein schönes Leben. Genau das wünsche ich dir auch, meine Inge. Sei mutig und neugierig. Du bist noch jung genug, all die Dinge zu tun, die du dich bisher nicht getraut hast. In Liebe, deine Anna. Das Taxi stand da. Kalli und Heinz stiegen hinten ein. Braderuppe Weg, Ecke Pückdel. Sind sie sicher? Da gibt es aber nur so ein paar alte Häuser. Walter presste die Lippen zusammen und starrte nach vorn. Fahren Sie einfach, Mann! Er fühlte sich wie Robert De Niro. Zwanzig Minuten später hielt der Taxifahrer neben einem Feldweg. Hier ist der Pückdel. Nach ungefähr 300 Meter stehen sie mitten in der Braderuppe Heide. Danach kommt das Wasser. Soll ich warten? Walter öffnete seine Tür. Ja, aber machen Sie die Uhr aus. Dann ging er los. Und wie, verwirrt, sah der Fahrer nach hinten. Sie kriegen ein gutes Trinkgeld. Heinz klopfte ihm juvial auf die Schulter. Wenn wir in einer halben Stunde nicht zurück sind, rufen Sie die Polizei. Bis gleich. Kalli war schon hinter Walter hergerannt. Walter, warte mal! Ja? Walter, hast du dir überhaupt überlegt, was du ihm sagen willst? Ja, so ungefähr. Ich werde ihm sagen, dass er meine Frau in Ruhe lassen soll. Er hat doch eine eigene Freundin und ich habe nur Inge. Und du glaubst, da geht er drauf ein? So wie Renate das erzählt hat, ist das mit Inge und ihm ja ganz schön, wie soll ich sagen, ernst? Ach, Renate, Heinz winkte ab. Ich glaube, dass Renate auch nichts Genaues weiß. Ich hoffe nur, dass kein Nachbar sie im Garten liegen sieht. Die denken dann doch sonst was. Da hinten muss es sein, das rechte Haus. Übrigens, Walter, falls Inge mit Kampmann durchbrennt, kannst du ja Renate nehmen. Die ist ganz begeistert von dir. Walter sah seinen Schwager an, als wäre der nicht bei Trost. Jetzt ist aber Schluss. Es wird keine Scheidung geben. Ich kriege das schon hin. Und diese Renate ist doch knallverrückt. Und rote Haare mochte ich noch nie. Die sind doch nicht echt, versuchte Kalli ihn zu beruhigen. Die färben doch heute alle. In diesem Moment erreichten sie das kleine alte Haus, das sich in den Sand duckte. Ein Fenster war gekippt. Walter hob trotzig sein Kinn und ging auf die Eingangstür zu. Die beiden anderen folgten in kleinem Abstand. Walter drückte entschlossen auf den Klingelknopf. Als nichts passierte, drückte er nochmal. So lang, bis plötzlich die Tür aufgerissen wurde. Ein verschlafen wirkender Mann stand vor ihm. Walter musterte ihn interessiert. Sind Sie Mark Kampmann? Unsicher sah der Mann von einem zum anderen. Er räusperte sich. Ja? Wieso? Walter holte aus und schlug zu. Inge ließ den Brief sinken und wischte sich über die Augen. Entschuldigung, aber im Moment kann ich gar nichts sagen. Das müssen Sie auch nicht, antwortete Peter Sörensen. Den Rest erzähle ich Ihnen. Dass es einen Zusammenhang zwischen der Verwaltungsgesellschaft und Mark Kampmann gibt, vermuten wir schon länger. Ich habe in den letzten beiden Jahren drei Fälle gehabt, bei denen sowohl Kampmann als auch Guido Schneider eine Rolle gespielt haben. Ich unterliege der Schweigepflicht, aber es gibt bereits Ermittlungen. Das wissen wir, warf Christine ein. Meine Tante hatte schon Besuch von einem Herrn Martensen von der Kripo. Aber was sollten Sie meine Tante noch erzählen? Was meinte Ananissen? Er wandte sich an Inge, die sich wieder gefasst hatte. Pea war auch mein Vater und sind hier meine Halbschwester. Was? Peter Sörensen lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Mein Vater hatte vor ungefähr zehn Jahren einen Herzinfarkt. Ganz plötzlich, ohne Vorwarnung. Als er in der Klinik wieder zu sich kam, fragte er immer nach einer Anna. Meine Mutter, die ein Jahr zuvor gestorben war, hieß aber Marianne. Als es ihm etwas besser ging, habe ich ihn gefragt. Er gab mir einen Schließfachschlüssel. In diesem Bankfach hatte er alles gesammelt, was mit Ananissen zu tun hatte. und mit ihrer Tochter. Zwei Wochen später starb er. Christine seufzte und sah ihn mitfühlend an. Das tut mir leid. Und was haben Sie dann gemacht? Ich habe Ananissen angerufen und sie danach besucht. In den letzten zehn Jahren haben wir uns oft gesehen. Sie war eine tolle Frau. Inge schüttelte verwundert den Kopf. Anna hat nie von Ihnen gesprochen. Sie hat auch nie mit jemandem über meinen Vater gesprochen. Das war ihr Geheimnis. Und da gehörte ich dazu. Aber wenigstens hat sie mir am letzten Sommer die Unterlagen zu ihrem Haus gegeben, womit wir wieder beim Thema wären. Ich habe auch ihr letztes Testament beglaubigt und beim Nachlassgericht eingereicht. Sie sind damit die rechtmäßige Besitzerin des Hauses. Und was ist mit dem zweiten Testament? fragte Inge. Beim Gericht in Niebel hat man mir doch gesagt, es gebe noch ein anderes. Ja, antwortete Sörensen. Deshalb hat auch das Gericht die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Das geht jetzt seinen Gang. Also ist meine Tante jetzt wirklich Hausbesitzerin? Der Anwalt nickte. Davon können Sie ausgehen. Inge sah erst ihn, dann Christine, dann Johann an. Mir ist ganz übel. Ich rufe jetzt Walter an. Der soll ja schließlich mit einziehen. Sie sucht in ihrer Tasche nach dem Handy. Der wird umfallen. Aber ich habe mir schon genau überlegt, wie ich ihm meine Umzugspläne schmackhaft mache. Sie begann, seine Nummer einzugeben. In diesem Moment begann das Display zu blinken. Walter ruft an. Inge drückte aus Versehen die Annahmetaste mit dem Lautsprecher. Das ist Gedankenübertragung. Ich wollte dich gerade... Inge Lore, ich habe deinem Kampmann eins auf die Zwölf gehauen. Der ist doch viel zu jung für dich. Walter Stimme klang blechern. Der hat sich noch nicht mal anständig gewehrt. So eine Memme. Elektrisiert sprangen Johann, Christine und Peter Sörensen auf. Inge bedeutete ihnen, ruhig zu sein. Walter, wo bist du? Na hier, in Kampen. Der hat so ein altes Haus. Sieht aus wie ein Karnickelstall. Als ob du da leben könntest. Das taugt noch nicht mal zum Liebesnest. Es zieht hier wie Hecht. Alles vergammelt. Walter, bist du alleine da? Sörensen schrieb hektisch auf einen Zettel. Adresse? Nein, Kalli und Heinz sind auch mit. Kalli hält dem Weichei gerade die Beine hoch. Der war ja ohnmächtig. Und Kalli hatte Angst, dass der tot ist. Aber so doll habe ich auch nicht zugeschlagen. Wo genau seid ihr denn? Heinz, wie heißt das hier? Aha, wir sind in der Pückdell, Zwölf, mitten in der Pampa. Wieso? Willst du etwa herkommen? Kannst du dir sparen? Wo bist du überhaupt? Jetzt fing Inge doch an zu zittern. Walter, ich gebe dir mal eben Christine. Während Sörensen ins Vorzimmer eilte, um Martensen anzurufen, nahm Christine ihrer Tante den Hörer ab. Hallo, Onkel Walter. Hör mal, habt ihr diesen Kamp mal irgendwie gefesselt oder so? Kind, du liest zu viel Krimis. Wir wollten ihn nicht überfallen, sondern mit ihm reden. Er ist nur noch nicht wieder ganz da. Kommt aber so langsam. Du, Onkel Walter, wir können das am Telefon jetzt schlecht erklären, aber es kann sein, dass Kampmann nicht ganz, wie soll ich sagen, ungefährlich ist. Diese Memme, ha, der liegt hier wie ein Häufchen Elend und wir sind zu dritt. Der soll sich mal mit uns anlegen. Das ist ja wohl ein Witz. Christine überlegte krampfhaft, wie sie ihn überzeugen könnte, als sie plötzlich durch die Telefonleitung ein Martinshorn hörte. Erleichtert nickte sie Sörensen zu, der gerade wieder zur Tür reinkam. Du, Onkel Walter, wenn jetzt gleich die Polizei bei euch vor der Tür steht, dann macht ihnen bitte auf. Aus dem Hintergrund hörten sie Kallis Stimme. Es klingelt an der Haustür und da ist Blaulicht. Kann mal jemand gucken, was da los ist? Nicht, dass es brennt. Können Sie mir mal erklären, wieso Sie halbnackt in meinem Garten liegen? Charlottes Blick war abschätzig. Dabei trug Renate ihren besten und teuersten Büstenhalter, rote Spitze mit kleinen gelben Blümchen. Ihren Rock hatte sie anbehalten, manche Zonen wirkten verhüllt einfach besser. Und ihr Dekolleté konnte sich sehen lassen, da konnte Charlotte gucken, wie sie wollte. Trotzdem zog Renate ihre Bluse über, knöpfte sie langsam zu und blickte Charlotte dabei selbstbewusst an. Was machen Sie hier? Ich wohne hier. Dasselbe sollte ich Sie fragen. Und wo sind überhaupt mein Mann und mein Schwager? Sie sind geschäftlich unterwegs, zusammen mit Kalli. Sie wollten am späten Nachmittag wieder hier sein, pünktlich zum Grillen. Geschäfte? Grillen? Und wo ist meine Schwägerin? Inge? Das wüssten wir alle auch zu gerne. Aber die Sachlage ist ja mittlerweile klar. Sie hat Walter verlassen. Und sie schert sich überhaupt nicht um ihre Familie und ihre Freundinnen, macht einfach, was sie will. Ich habe selten eine solche Egozentrikerin erlebt. Walter ist völlig fertig, regelrecht gebrochen. Es wird lange dauern, bis er sich wieder auf Gefühle einlassen kann. Charlotte starrte sie stumm und mit hochgezogenen Augenbrauen an. Und sie sind auch nicht viel besser. Während sich Heinz und Kalli bemühen, ihrem Schwager an dieser schweren Zeit beizustehen, setzen sie sich einfach in den Zug und verlustieren sich in Hamburg. Die Männer saßen hier ohne Essen und Ansprache. Sie haben mich angefleht, ihnen zu helfen. Sie kommen doch alleine überhaupt nicht zurecht. Ich bin erst mal einkaufen gewesen, habe hier Ordnung gemacht. Und wer ist das denn? Die blonde Frau, die plötzlich vorhin stand, sah aus wie Inge, nur 20 Jahre jünger. Sie warf einen erstaunten Blick auf Renate und sagte dann zu Charlotte, deine Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld. Dass mein Vater nicht der Erfinder der Hausarbeit ist, wusste ich, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Guten Tag, ich bin Pia Müller. Sie streckte Renate die Hand entgegen, die aber ignoriert wurde. Stattdessen rappelte sich Renate umständlich auf und glättete ihren Rock. Tag, sind Sie Walters Tochter? Ja, aber ich habe nicht verstanden, wer Sie sind. Renate von Graf, ich bin eine enge Freundin Ihrer Eltern. Aha, stellte Pia unbeeindruckt fest. Charlotte, sollen wir mal deine Küche in Ordnung bringen und uns dann auf die Suche nach dem Rest der Familie machen? Charlotte stand immer noch wie angewurzelt vor Renates Liegestuhl. Ich glaube, ich werde gleich, zischte sie, doch der Klingelton ihres Handys hielt sie davon ab. Ohne den Blick von Renate zu wenden, nahm sie das Gespräch an. Ach, Christine, ich bin wieder zu Hause und stehe gerade im Garten. Vor Renate, sie hat sich hier gesonnt. Wo steckt ihr? Und weißt du, wo Papa, Onkel Walter und Kalli sind? Was? Die letzte Frage kam so laut, dass Pia und Renate zusammenzuckten. Die Besorgnis in Charlottes Gesicht ließ aber gleich nach, sodass Pia und Renate sich wieder entspannten. Dann kommen sie ja bald. Pia ist auch hier. Ja, genau, sie weiß es. Wir sind zusammen mit dem Zug hergefahren. Gut, dann sehen wir uns gleich. Bis dann. Sie legte das Handy auf den Gartentisch. Vielleicht muss man ja auch nicht alles verstehen. Christine, Johann und Inge sind gerade auf dem Autozug. Sie waren in Flensburg bei einem Anwalt. Und Heinz, Walter und Kalli sind in Westerland bei der Polizei, weil Walter jemanden niedergeschlagen hat. Dafür kommt er aber nicht in den Knast, sondern wird irgendwie gefeiert. Und gleich soll noch Annika mit einem Jörn erscheinen. Annika hat sie vor ein paar Tagen mit deiner Mutter betrunken, Pia. Wer Jörn isst, habe ich leider nicht begriffen. Christine redet ja auch immer so schnell. Ich gehe jetzt rein und mache mir eine heiße Schokolade. Hallo, wir sind wieder da. Gefolgt von Johann und einer bestens gelaunten Inge kam Christine zur Haustür herein. Was ist denn hier los? Heinz, Walter und Kalli waren kurz vor ihnen eingetroffen. Inge lächelte in die Runde. Es gibt Neuigkeiten. Oh, hallo Renate. Das ist ja nett, dass du auch da bist. Johann, hast du den Sekt aus dem Auto genommen? Sind Annika und Jan schon da? In diesem Moment fuhr ein roter VW-Käfer in die Auffahrt. Inge winkte und drehte sich wieder um. Da sind sie schon. Heinz, hol Gläser, wir haben was zu feiern. Wo ist eigentlich meine Tochter? Charlotte, du guckst so starr. Komm, lass uns in den Garten gehen. Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis alle an zwei langen Gartentischen saßen und jeder etwas zu trinken hatte. Inge wartete, bis es ruhig war, dann streckte sie ihren Rücken durch und räusperte sich. Ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Es ist ja so viel passiert. Am Anfang, schlug Heinz vor, so dramatisch wird es ja auch nicht werden. Ich meine, im Gegensatz zu dem, was wir erlebt haben. Er warf Kalli und Walter einen triumphierenden Blick zu und sie sah, und wippte aufgeregt mit seinem Fuß. Immerhin haben wir heute... Johann unterbrach ihn. Jetzt lass erst mal Inge erzählen. Es fing alles mit einem Brief an, den sie vor ein paar Wochen bekommen hat. Im Auftrag von Anna Nissen. Heinz runzelte die Stirn. Das kann nicht sein. Die ist gestorben. Ende März. Christine sah ihn ungeduldig an. Papa, hör doch mal zu. Es war ihr Testament. Platz ist aus Inge heraus. Anna Nissen hat mir ihr Haus vererbt. In Wenningstedt. Sie hat da nämlich nicht zur Miete gewohnt, sondern es gehörte ihr. Das ganze Haus, also ihre Wohnung und noch drei andere. Walter guckte elektrisiert hoch. Da kriegen wir ja jede Menge Schotter. Wie groß ist das Grundstück? Und wie viel Wohnfläche hat das Haus? Inge legte ihm die Hand auf den Arm. Genau deshalb habe ich dir erst noch nichts erzählt. Ich wollte mir alles in Ruhe überlegen. Ob ich es verkaufe oder vermiete oder vielleicht selbst einziehe. Und dann habe ich Annika und Till getroffen, die eine Wohnung suchten. Da kam mir eine grandiose Idee. Als sie geendet hatte, sah Inge Walter an. Und? Was sagst du? Lass mich mal zusammenfassen. Du hast ein Haus geerbt. Ein großes Haus. Mit vier Wohnungen und großem Grundstück drumherum. Für das du viel Geld kriegen würdest. Du bist überfallen worden, weil irgendwelche Kriminelle das Testament gesucht haben. Man hat versucht, dich um das Erbe zu bringen. Und nun willst du mit Leuten dort einziehen, die du dir selbst aussuchst. Stimmt das soweit? Ja, genau so ist es. Und Kampmann ist nicht dein Verehrer? Und du warst nicht beim Scheidungsanwalt? Nein. Dann hätte ich ihn gar nicht niederschlagen müssen? Nicht unbedingt, aber es hat geholfen. Keiner hatte bemerkt, dass Martensen näher gekommen war und nun hinter ihnen stand. Guten Abend, das Gartentor stand auf und ich habe Stimmen gehört. Darf ich? Er sah Inge an, die auf einen Stuhl neben sich zeigte. Danke. Also, um auf Kampmann zurückzukommen. Es geht natürlich nicht, dass sie einfach in sein Haus marschieren und ihn umhauen. Aber wir haben ihn seit drei Tagen polizeilich gesucht. Wegen Urkundenfälschung, Betrug und noch einigen anderen Dingen. Er sitzt jetzt mit Guido Schneider in Untersuchungshaft. Sie haben über Jahre mit Blankovollmachten gefälscht Unterschriften und absurden Verträgen richtig Geld gemacht. Anna Nissen hatte zum Glück zur richtigen Zeit das richtige Gefühl und Peter Sörensen eingeschaltet. Und der hat uns informiert. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass Sie, Herr Müller, eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung bekommen. Kampmanns Lebensgefährtin Marion Fischer ist ziemlich sauer. Ich habe ihm die Beine hochgehalten, verteidigte Kalli die Aktion und Walter hat ihm ein nasses Geschirrhandtuch auf die Stirn gelegt. Das ist doch keine richtige Körperverletzung. Walter winkte ab. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Aber sag mal, Inge, das ist ein ganzer Batzen, was da an Erbschaftssteuer auf uns zukommt. Da kennen die nichts, da halten die richtig die Hand auf. Moment, energisch meldete sich Pia zu Wort. Ich komme da nicht zu schnell mit. Also, meine Mutter hat ein Haus geerbt, das richtig viel wert ist. Sie sagt weder meinem Vater noch mir ein Sterbenswörtchen davon, sondern nimmt sich eine Ferienwohnung auf Sylt, guckt sich alles an und überlegt glamheimlich, was sie mit der Erbschaft machen soll. Sie trifft sich mit kriminellen Anwälten, lässt alle in dem Glauben, sie will meinen Vater verlassen und jetzt kommt raus, dass sie aus ihrem Erbe ein Mehrgenerationenhaus machen will. Ist das dein Ernst, Mama? Renate fühlte ihre Stunde gekommen. Leicht vorgebeugt blinzelte sie Pia an. Ihre Mutter muss sich befreien. Nicht, Inge? Wir haben in der Kur lange darüber gesprochen, dass wir uns jahrelang für die Familie aufgeopfert haben und jetzt endlich selbst dran sind. Was willst du mit den beiden anderen Wohnungen machen? Inge verlor die Geduld. Pia, ich denke an euch. Also, als ich mir überlegt habe, was mit dem Haus passieren soll, habe ich gemerkt, wie groß mein Heimweh inzwischen ist. Nach 30 Jahren in Dortmund. Unsere Nachbarn werden immer spießiger, meine beiden besten Freundinnen sind weggezogen, wir haben keine Enkelkinder und Walter denkt sich vor lauter Langeweile jeden Tag neue Krankheiten aus. Wir haben zu viel Zeit und wir werden immer älter. Aber wir haben noch ein paar gute Jahre vor uns und die will ich genießen. Jetzt habe ich dieses Haus und mir gedacht, dass es doch schön wäre, zurückzukommen. Und ich kann mir sogar die Nachbarn aussuchen. Ich habe mir überlegt, dass Walter und ich unten wohnen. Daneben sollen Annika und Till. Dadurch haben wir wieder ein Kind im Haus. Weil Walter aber dauernd etwas Neues hat, brauchen wir auch einen Arzt. Ich habe mir ein paar angeguckt, so richtig toll fand ich keinen. Bis zu dem Einbruch. Dadurch habe ich Dr. Keller kennengelernt. Er ist ein sehr angenehmer Mann, hat eine reizende Freundin, die übrigens Köchin ist und er wohnt in Klangsbüll, weil er hier keine Wohnung gefunden hat. Die beiden möchten gern einziehen. Und die letzte Wohnung bleibt Ferienwohnung. Falls Pia uns besuchen möchte oder du, Renate oder Kalli. Tut mir leid, Herr Martensen, aber sie waren zu spät. Martensen guckte niedergeschlagen. Und du glaubst, dass Papa unser Haus in Dortmund so einfach vermietet und mit dir auf die Insel zieht? Was soll er denn hier den ganzen Tag machen? Entrüstet schlug Walter auf seine Armlehne. Pia, was glaubst du eigentlich? Hältst du mich für so verknöchert? Alle waren zusammengezuckt. Walter holte tief Luft. Das Haus in Dortmund wird verkauft. Das Dach müsste nächstes Jahr sowieso neu gemacht werden. Die Fenster oben auch. Da habe ich keine Lust mehr zu. Und außerdem brauchen wir Geld für die Erbschaftsteuer und die Renovierungen. Da steht doch einiges an, Inge, oder? Ich will hier Sky fernsehen. Und sag mal, Annika, wer macht eigentlich für eure Kneipe für die Steuer? Inge sah ihn lächelnd an. Walter erwiderte ihren Blick. Christine rollte sich langsam auf den Rücken und grub ihre Zehen in den Sand. Herrlich! Und das noch drei Tage lang. Johann, mir geht es so gut. Er verteilte Sonnenmilch auf ihrem Bauch. Mir auch. Auch wenn ich langsam verbrenne, weil du mich ja nie eincremst. Sie setzte sich abrupt auf. Gib mir sofort die Flasche und halt still. Während sie langsam Sonnenmilch auf seinem Rücken verteilte, wanderten ihre Blicke über den Strand. Sie lagen etwas oberhalb im Windschutz der Dünen. Es waren nur einige Strandspaziergänger unterwegs, über allem lag eine friedliche Stille. Langsam geht der Sommer los, sagte Christine. Jetzt werden bestimmt auch bald die Strandkörbe aufgestellt. Übrigens, wie war es denn heute Morgen? Johann richtete sich vorsichtig auf und grinste. Es ist richtig stark, wie Walte das Ganze zur Chefsache macht. Er ist mit Unternehmermine durch die Wohnungen marschiert und hat Jorn Anweisungen gegeben. Sein Lieblingssatz war, hier wird aber nicht gekleckert, hier kannst du klotzen. Das soll alles anständig aussehen. Inge hat nichts mehr dazu gesagt, nur noch fröhlich genickt. Übrigens hat Jorn nun offiziell den Auftrag zum Umbau bekommen, zusammen mit Annika. Ja, darauf hat Inge bestanden. Und das kann sie? Christine sah ihn skeptisch an. Na klar, ihr fehlt lediglich die letzte Prüfung. Jorn und Inge haben sie jetzt überredet, ihr Studium zu beenden. Inge und Walter wollen sich in der Zeit um Till kümmern. Das ist alles schon geplant. Christine lächelte. Gestern kam noch Renate vorbei, mit einem Blumenstrauß für meine Mutter, weil sie es so schwer gehabt habe. Sie wollte gar nicht lange bleiben, höchstens auf ein Gläschen Sekt. Das haben sie dann zusammen im Garten getrunken. Renate hat übrigens immer schon gewusst, dass Inge zu Walter gehört, auch wenn er sich ein wenig verändern müsste. Aber das würde Inge schon hinkriegen. Und sonst wäre Renate ja auch noch da. Schließlich käme sie jetzt öfter, das sei ja so bequem mit der Ferienwohnung. Sie saß immer noch im Garten, als Björne Larsson kam. Der wollte mal hören, ob das alles stimme, was in der Zeitung steht. Mein Vater hat natürlich liebend gern noch mal alles erzählt. Diesmal hatte Kampmann sogar eine Waffe. Renate ging richtig mit und war ganz betroffen, als sie nebenbei erfuhr, dass Björne seit vier Jahren verwitwet ist. Wie lange bleibt sie denn noch? Christine hob die Schultern. Das käme darauf an, hat sie gesagt und Björne angelächelt. Ach ja, Kalli kommt nächstes Wochenende auch wieder. Diesmal mit seiner Frau. Dann hätten Charlotte und Inge etwas Ablenkung, wenn er mit Heinz und Walter die Pläne für den Umbau mache. Das läuft ja wie geschmiert. Zum Glück sind wir dann schon weg. Ja, Christine bemerkte noch einen kleinen Kleck Sonnenmilch auf seiner Schulter, den sie sanft verrieb. Sag mal, hast du schon den Besichtigungstermin für die Wohnung in Hamburg gemacht? Johann nickte. Nächsten Mittwoch. Wieso? Was passiert eigentlich mit unseren ganzen Möbeln? Zwei Sofas, zwei Betten, zwei Waschmaschinen, zwölf Stühle. Was machen wir mit dem ganzen Zeug? Er griff hinter sich und hielt ihre Hand fest. Ich habe mir erlaubt, das bereits in die Wege zu leiten. Inge gefallen die Möbel in der Ferienwohnung überhaupt nicht. Und Walter findet sie auch zu trist. Ich habe ihnen erzählt, dass wir demnächst in eine gemeinsame Wohnung ziehen und Möbel übrig haben. Inge möchte gern dein rotes Sofa, deine Küchenanrichte und die hellen Stühle. Ich habe gesagt, ich frage dich. Mein rotes Sofa? Auf keinen Fall. Dann soll sie lieber dein blaues nehmen. Die Anrichte geht in Ordnung. Da ist deine schöner und die Stühle? Das Geräusch eines Motors zerriss die Stille. Christine und Johann richteten sich auf. Am Flutsaum fuhr ein Trecker mit einem Anhänger entlang, auf dem zahlreiche Strandkörbe standen. Ein Mann mit einer Pudelmütze saß hinter dem Lenkrad. Renates wilde Lockenmähne wehte im Wind. Und Björne Larsson lachte. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, die wir in den letzten Jahren mit einer Pudelmütze verabschieden. Und die wir in den letzten Jahren mit einer Pudelmütze Und die wir in den letzten Jahren wurden mit einer Pudelmütze